Normalerweise sitze ich hier, um mit ein paar kurzen Worten auf die kommende Sendung einzuleiten. Leider ist heute nicht so ein Tag, denn wir wurden von einem, ja wie soll man sagen, Plagiatsvorfall betroffen und erwischt und ja wirklich kalt erwischt und eingeschränkt und völlig überrollt. Und deswegen sitzen Antje und ich heute hier, um ja ein bisschen Stellung zu beziehen, ein paar Informationen abzugeben, unsere Gefühle zu schildern und vor allem auch um noch einmal die offizielle oder beziehungsweise unseren offiziellen Blog-Eintrag und Stellungnahme zu diesem Thema zu rezitieren. Antje und ich werden uns gleich noch ein bisschen darüber unterhalten und ja, vorher bleibt mir erstmal nichts als einleitende Information abzugeben als ja eben die Stellungnahme, die wir dazu verfasst haben, die da lautet, oh man ey, zu den Plagiatsvorwürfen in Bader Binge Einspielern. Wie viele von euch mitbekommen haben, sind wir in der vergangenen Woche auf Plagiatsfälle in Bader Binge Einspielern, die von unserem Kollegen und Redakteur Sandro verfasst wurden, aufmerksam gemacht worden. Bei diesen Einspielern handelt es sich um Inhaltsangaben von Serien, die in Bader Binge besprochen wurden. Danke an dieser Stelle an diejenigen, die die Fälle entdeckt und aufgearbeitet haben. Bei allen, die durch die Plagiate getäuscht wurden oder Schaden genommen haben, bitten wir um Entschuldigung. Mit den direkten Geschädigten stehen wir im Austausch. Folgende Texte zu RBTV-Produktionen wurden von uns bislang als in Klammern Teil Plagiate identifiziert. Das sind die YouTube-Beschreibungen zu den Folgen 8, 10, 12, 15 und 21. Ich muss jetzt glaube ich nicht alle Titel davon vorlesen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Diese Beschreibungstexte wurden bereits neu geschrieben und ausgetauscht. Die zugehörigen Videos sind online. Weitere Plagiatsvorwürfe stehen in Bezug auf Einspielertexte im Raum, weshalb wir mehrere Bader Binge-Folgen offline genommen haben. Diese beinhalten Folgen mit Einspielern, die bereits als Plagiate angezeigt worden sind, aber provisorisch auch alle anderen Folgen, in denen Sandro redaktionell die Einspieler betreut hat. Ja, das sind die Folgen 38, 37, 35, 34, 30, 29, 26, 24, 18, 16, 13, 6 und 5. Diese Überprüfung dauert an, weil wir gewissenhaft nachvollziehen müssen, ob es sich bei den weiteren möglichen Plagiierten Texten und Passagen aus Pressemitteilung handelt oder um Texte anderer Portale und Journalistinnen. Wir behalten uns vor, die Videos nach der Überprüfung und gegebenenfalls notwendigen Bearbeitungen auch wieder zu veröffentlichen. Wenn weitere Videos in diesem Zusammenhang bekannt werden, verfahren wir mit diesen ebenso. Neben den RBTV-Produktionen sind weitere Plagiate in Texten entdeckt worden, die Sandro für andere Auftraggeber verfasst hat. Das Vorgehen, Texte anderer als die eigene journalistische Arbeit auszugeben, ist ein Rechtsbruch und schwerwiegender Verstoß gegen den journalistischen Anspruch, den wir an uns und an unsere Inhalte stellen. Aus fachlicher Sicht müssen wir die Zusammenarbeit mit Sandro deshalb beenden. Und deshalb entfällt Balabinsch aus diesem Grund in den kommenden Wochen. Wir hatten noch zwei Ausgaben geplant, die werden jetzt nicht mehr stattfinden. Aus menschlicher Perspektive tut es uns weh, diesen Schritt gehen zu müssen, denn wir schätzen Sandro als Person sehr. Natürlich steht auch RBTV als Arbeitgeber in der Mitverantwortung für die jetzige Lage. Entsprechend werden wir unsere redaktionelle Arbeit grundsätzlich auf den Prüfstand stellen, überarbeiten und verbessern. Folgendes ist dazu bis jetzt geplant. Die journalistischen Leitlinien überarbeiten die als Orientierung und Regelwerk für unsere redaktionelle Arbeit und die Ausführenden dienen. Eine bessere Betreuung der Redaktion im Allgemeinen und im Speziellen von Nachwuchskräften durch vorgesetzte und erfahrene Redaktionsmitglieder. Eine verbesserte Qualitätskontrolle, etwa durch verbindliches Gegenlesen sämtlicher redaktionell verfassten Texte, um sicherzustellen, dass sowohl allgemeine als auch RBTV eigene journalistische Standards eingehalten werden. Punktuelle Überprüfung von Texten und plagiierte Formulierungen und Sätze. Über den internen Umgang der KinoPlus-Redaktion mit der Thematik werden wir uns jetzt gleich, also Antje und ich, in der nun folgenden Ausgabe oder in den folgenden Minuten nochmal äußern. Abschließend möchten wir betonen, wie sehr wir die Vorfälle bedauern. Wir hätten uns nach diesem Jahr voller Veränderungen und einen ruhigeren Ausklang gewünscht. Und diejenigen, die wir enttäuscht haben, bitten wir nochmals um Entschuldigung. Soweit der offizielle Text. Und, ja. Das war blöd, weil ich gar nicht weiß, wie. Es fällt schwer, jetzt nochmal daran anzuknüpfen. Sollen wir einmal kurz darüber sprechen, wie wir quasi chronologisch Verfahren haben, als wir davon mit, als wir davon mitbekommen haben. Und wie wir da auch dann entsprechend fachlich und ein Stück weit auch emotional involviert waren, wollen wir so mal anfangen. Können wir gerne machen. Also, wir haben die Folge am Dienstag aufgezeichnet, die ist dann abends online gestellt worden. Ich muss sagen, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wann ich dieses Video, in dem die Texte miteinander abgeglichen worden sind, bekommen habe. Aber ich habe das erstmals über Instagram geschickt bekommen und entdeckt. Und dann ging es sehr schnell. Fall auf Fall, beziehungsweise während wir versucht haben, die Sache intern zu klären. Also, erst mal unter uns in der Kino-Plus-Redaktion kamen schon die nächsten Sachen auf, die ich aber nicht gesehen habe, weil ich Reddit nicht so sehr verfolge. Dann kam das im Forum auf und natürlich wurde dann erst mal diskutiert und wurde auseinandergesetzt. Und ich habe halt auch dann, ja, meine erste Reaktion war eigentlich, ey, stimmt das? Was ist da passiert? Genau. Und vor allen Dingen haben wir ja noch am Anfang wirklich an uns gegenseitig auch so ein bisschen appelliert, mal zu unterscheiden zwischen redaktionellem Content und Presse-Content, der übernommen werden darf zu PR-journalistischen Zwecken. Das muss man sich so vorstellen, dass die Verleiher oder Streaming-Dienste, die Presseagenturen, die verpflichtet werden, dass die bei Kinofilmen meistens Pressehefte, bei Serien sind das dann PDFs und so weiter, dass die verschickt werden, in denen dann Produktionshintergründe, aber eben auch zum Beispiel Inhaltsangaben oder auch Interviews mit Leuten stehen. Und die werden halt wirklich zur Verfügung gestellt, damit man sie, ja, eins zu eins verarbeiten, schrägstrich zitieren kann, was auch immer. Das haben wir auch schon gemacht, wahlweise bei Texten, aber auch bei Filmzusammenfassungen, wenn wir die Filme nicht gesehen haben, die wir hier halt vorstellen. Das ist also erst mal, da in dem Punkt sind erst mal noch keine Plagiatsvorwürfe angebracht. Weil wenn man bei vielen Inhaltsangaben im Internet guckt, auf Fachseiten und man gibt die dann ein und guckt, wo gibt es das auf anderen Seiten, da wird man immer ein paar Seiten finden, die halt einfach Pressetexte übernehmen. Da ist also so gesehen kein journalistischer Eid in dem Sinne verletzt worden. Und das ist nicht nur bei Filmen oder Videospielen oder Musik so, sondern es ist bei allen. Bei wirklich allen Dingen, allen Gelegenheiten, allen Produkten. Produktbeschreibung von Sachen, ja. Wenn Pressemitteilungen komplett abgedruckt werden, freuen sich die Agenturen und die Hersteller. Das ist eigentlich ein Prozedere. Das muss man nicht als kreativ bezeichnen und das will ich auch gar nicht als kreativ bezeichnen, aber es ist eine gängige Vorgehensweise, wenn man halt sich auf gewisse Sachen beschränkt. Genau. Wie zum Beispiel eine Inhaltsangabe. Und das ist auch etwas, ich weiß, es fällt in heutigen Zeiten, fällt Trennen immer echt schwer, weil man ja komplexe Sachverhalte noch und nöcher präsentiert bekommt. Wir sind in einer komplexeren Welt inzwischen. Und da sucht man natürlich nach einfachen Antworten. Da möchte man natürlich irgendwelche einfachen, weiß ich nicht, Dinge irgendwie einordnen können. Oder Dinge irgendwie einfach einordnen können. Aber in dem Fall muss man hier halt schon ein bisschen voneinander trennen. Denn das, was Sandro gemacht hat, ist in der, also vornehmlich sind es halt Inhaltsangaben zu rezitieren. Aber, und das ist der große Fehler, nicht mit den eigenen Worten und nicht mit den Worten aus einer Pressemitteilung. Das soll nicht kleingeredet werden, das soll, das wissen wir, das ist nicht etwas, was richtig ist, sondern das war falsch. Er hat sich bei anderen Leuten, bei anderen, also bei anderen journalistischen Texten, hat er sich bedient und hat diese Matzen erstellt. Was es so erschwerend unnötig macht. Ja, unnötig ist tatsächlich das beste Wort. Und für uns ist es auch insofern halt sehr schwierig, weil wir halt nicht leugnen müssen, dass wir ja nicht nur mit Sandro zusammengearbeitet haben, sondern man hat halt auch privat miteinander Zeit verbracht. Und deshalb ist es für uns natürlich umso schwieriger, auch da euch klarzumachen, dass diese persönliche Verletzung, dass die halt existiert, dass wir aber auch gleichzeitig von Anfang an Sandro zu verstehen gegeben haben, dass wir ihm beistehen, so durfte es klingen, weil das mit dem Content und mit allem, was nach außen getragen wurde, dass da entsprechend auch von außen darauf reagiert werden kann und muss. Und dass der Content oder dieser Vorfall, dass der von der Community bewertet werden muss, dass da auch der Platz für gegeben ist, das steht außer Frage. Aber irgendwann ist halt auch ein Moment dann da, wo das nichts mehr mit der sachlichen Auseinandersetzung zu tun hat. Und da war uns einfach wichtig, von Anfang an Sandro zu sagen, ey, wir werden das später noch inhaltlich alles aufrollen. Und das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass man da sagt oder dass man die Augen davor verschließt, zu sagen, war ja nicht so schlimm, weil er ist ja auch ein Freund von uns und das war niemals da. Aber das macht es auch für uns so schwer, mit der ganzen Sache umzugehen, weil im Statement steht nicht umsonst, dass wir Sandro sehr geschätzt haben als Person. Ja, also die Frage ist, die Aufgaben im Forum waren ja auch, warum hat man nicht früher reagiert, warum hat man nicht vorher irgendwas bemerkt, warum wurde nicht auf Hinweise reagiert. Und das ist auch so etwas, das lässt sich natürlich im Nachhinein vielleicht leichter fragen, als es dann zu beantworten ist, weil man hier einen Zeitraum und verschiedene Faktoren, die darauf eingewirkt haben, warum man und wie man reagiert hat, zusammenkommen. Ja, weil ich bin nicht im Reddit unterwegs und ich hab auch nicht irgendwelche Games-Texte von Sandro vorher gelesen, um irgendwie auf irgendwas zu achten zu können. Als der Vorwurf aufkam, man hätte Reviews in der Sendung von anderen Leuten wiedergegeben und das wäre halt irgendwie Text, der schon bereits existiert. Ja, gut, dann ist das aber gesprochenes Wort und nicht irgendwie niedergeschrieben. Und ich kann nicht bei jedem Redakteur oder bei jedem Gast, den wir hier in der Sendung haben, irgendwie hinterfragen, ob die Sätze, die er sagt, schon mal irgendwo verfasst worden sind oder niedergeschrieben worden sind. Was ja auch noch nicht mal immer bewusster Absicht ist. Weil manchmal liest man einen Text kurz bevor man in der Sendung ist und denkt sich, boah, das hat derjenige aber gut formuliert, mal gucken, ob ich das auch so formulieren kann. Und dann zitiert man vielleicht, ohne das bewusst zu machen, in dem Moment und kennzeichnet es mündlich, aber nicht als Zitat. Das ist beim Texten, wenn man das schreibt und da auch noch mehrmals drüber geht und dann vielleicht denkt, ich glaube, so eine ähnliche Formulierung habe ich mal da und da gesehen, dann hat man, da vergeht einfach viel mehr Zeit bei dem journalistischen Prozess, sage ich mal. Und dass da stolpert man wahrscheinlich eher drüber, wenn man sich da an anderen Sachen bedient hat. So kann ich es mir nur vorstellen. Also, dass auch mir oder dass auch uns das im Wort schon mal passiert sein kann. Also, es ist ja auch so die Sache, es gibt manche Sachen, die kann man halt auch nicht wirklich großartig anders beschreiben. Wenn es heißt, Figur X lebt in einem blauen Haus, dann kannst du sagen, ja, Figur X lebt in einem Haus, das blau ist, oder nicht grün, nicht gelb, nicht lila oder sonst irgendwas. Aber irgendwann bist du halt auch erschöpft. Oder das Haus ist halt blau und daran lässt sich halt nicht viel ändern. Oder ich habe halt schon das beste Beispiel gefunden, da ging es halt noch um die Inhaltsangaben. Und da konnte man sich auch noch so die Frage stellen, inwiefern ist auch das dann der journalistische Inhalt und nicht einfach nur die Übernahme von Texten. Da habe ich mir so das Beispiel überlegt, da habe ich mit anderen Leuten noch aus meinem Umfeld drüber gesprochen, wenn ich nicht weiß, wie ich eine Filmbeschreibung anfangen soll und ich lese irgendwo eine andere, um zu gucken, was die gemacht haben. Und die fangen halt zum Beispiel bei einem historischen Film mit der Jahreszahl an. Dann denke ich mir auch, das ist eigentlich eine geile Idee, mit der Jahreszahl anzufangen. Weil das halt nun mal, ne, du weißt, was ich meine. Also man holt sich Inspiration von woanders. Und was du schon sagst, man kann in gewissen Formulierungen einfach nicht unendlich variieren. Das soll alles keine Entschuldigung sein. Nein. Das wissen wir und das weiß vor allem auch Sandro selbst. Ja. Und er weiß auch selbst, dass er da eine riesengroße Scheiße gebaut hat. Und er sagt das nicht einfach nur nach außen. Wir stehen mit ihm in Kontakt. Genau. Ich werde mich am Wochenende noch mal mit Sandro treffen. Das haben wir jetzt miteinander abgesprochen. Er wird auch noch mal eine Stellungnahme abgeben. Das finde ich auch richtig und fair und gut. Und ja, es gab Hinweise. Aber die waren nicht hart genug, um irgendwie Nachforschung anzustellen. Und wenn jemand ... Ich hab wirklich lange drum gebeten, einen Redakteur an die Seite zu bekommen, noch einen weiteren Redakteur an die Seite zu bekommen, der uns hier bei Kino Plus hilft, beziehungsweise bei dem ganzen Kanal hilft. Und ich war sehr froh, als Sandro vor ungefähr neun oder zehn Monaten zu uns stoßen sollte. Ich hatte mitbekommen, dass er bei anderen Arbeitgebern schon war. Also, dass er bei Joyce war, dass er bei Giga war. Er war hier bei Rocket Beans lange Zeit. Und dann wurde er halt mir zugeteilt. Also dachte ich, okay, ich kann ihm vertrauen, beziehungsweise der ist ein zuverlässiger Mitarbeiter und Kollege. Und er ist ein sehr netter Typ. Das ist halt einfach das Ding. Er ist ein sehr netter Typ. Ich hab mich mit Sandro wundervoll unterhalten. Ich hab mich mit Sandro immer sehr gut unterhalten. Er war immer nett, er ist immer freundlich, er ist immer gut drauf. Und ... Und er macht halt einfach auch vom Output her wahnsinnig viel. Ja, er macht halt wirklich viel. Ja. Und ... Den Fehler, den ich mir dann eingestehen muss, ist ... Ich hätte niemals gesagt, Sandro, schreib was ins Forum, wenn ich gewusst hätte ... Wenn ich alles gewusst hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass da mehr ist. Ich hätt's nicht gesagt. Und ja, ich wusste aber auch, und das kann ich nicht abstreiten, ich wusste auch, dass Sandro vermehrt oder beziehungsweise stärker in der Schusslinie ist als so manch anderer hier bei uns. Und dennoch hatte ich den Eindruck, dass gerade durch die Zeit, die wir jetzt zusammengearbeitet haben, die wir hier Sachen machen konnten und in der wir hier Sachen auf den Weg bringen konnten, wirklich, ich bin ihm echt sehr dankbar, dass wir halt sehr viele neue Strukturen und Entwicklungen auf den Weg gebracht haben, die ich alleine oder beziehungsweise die wir vorher einfach nicht so geschaffen hätten, geschafft hätten. Und ... Ja, ich hatte nicht wirklich Grund, an ihn zu zweifeln, zumal wir auch schon über gewisse Dinge gesprochen haben. Und natürlich hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gesagt. Und ich hätt ihn vor allem auch wirklich sofort irgendwo ganz hinten nach hinten positioniert, um erst mal zu gucken, was überhaupt passiert. Diese Zeit ist, wie gesagt, noch mal zur Verdeutlichung, zwischen Dienstag und dem Freitag, als es dann wirklich richtig losging, da gab es schon Gespräche, da gab es wirklich Absprachen, da gab es irgendwie Zusicherungen, da gab es irgendwie Nachfragen, da gab es Nachforschung. Und trotzdem kam immer mehr und plötzlich stand man da und hat es selber nicht ganz verstanden. Also so ging es mir. Ich habe nicht verstanden, was jetzt hier abgeht. Ich war ein bisschen überfordert und musste dann halt wirklich, ja, eine Enttäuschung hinnehmen, weil ich halt feststellen musste, fuck, das nimmt jetzt ein Ausmaß an, dass ich selbst nie gedacht hätte, dass man nur aus dem Fernsehen kennt oder von irgendwelchen anderen Leuten, von denen man irgendwie gehört hat. Auch ein Ausmaß, das ja über Rocket Beans hinausgeht, das wir uns dazu aber nicht äußern, liegt einfach daran, dass es über Rocket Beans hinausgeht. Da können wir nicht zu sagen. Und ich wurde von mehreren angeschrieben. Danke an alle Leute, die das gemacht haben, die mich darauf hinweisen wollen. Ich weiß, was Phase ist. Ihr braucht mir jetzt nicht mehr schreiben, bitte äußere dich, beziehungsweise wusstest du das schon? Ja, ich weiß das. Ich habe auch mit Sandro persönlich gesprochen. Er hat sich bei mir aufrichtig entschuldigt. Da war Daniel auch dabei und er kann bestätigen, das ist Sandro, obwohl wir uns so lange kennen, nicht leicht gefallen. Im Gegenteil. Ich habe die Entschuldigung angenommen und weiß aber, fühle mich genauso wie Daniel halt verletzt. Ich bitte aber auch wirklich darum, zumindest für mich und wir sind ja auch mit den anderen Leuten im Austausch mit den Direktbetroffenen, mit Hanna Huge beispielsweise. Ihr braucht für uns, glaube ich, keinen Stellvertreterkrieg führen. Wir machen das alles selbst. Wir lassen jetzt auch die Zeit mal so ein bisschen ins Land gehen. Ist vielleicht so doof, das klingt vielleicht gar nicht so schlecht, dass jetzt Weihnachten ist und das jetzt Jahreswechsel ist und das alles. Aber wir wissen, dass wir 2022 wirklich noch vor uns haben, mit Sandro zu reden. Aber dafür wollen wir ihm auch mal die Zeit geben, das alles sacken zu lassen und selber auch die Zeit geben, das sacken zu lassen. Und dann bereiten wir das Ganze eben nochmal auf fachlicher Ebene auf. Das machen wir. Aber das ist unsere Sache. Ja, denn wir müssen halt vor allem auch jetzt erstmal wirklich schauen, was sind Pressetexte, was sind übernommene Texte. Das dauert einen Moment. Manche Folgen wird es vielleicht entkräften, die werden dann wieder so hochgeladen. Manche Folgen werden wahrscheinlich bearbeitet werden müssen. Das hört sich natürlich nach einer, oder das liest sich nach einer Menge an, die ich jetzt gerade hier vorgelesen habe oder die bei uns in der Stellungnahme steht. Aber wie gesagt, es ist nicht gegeben, dass bei allen Folgen ein Plagiat, also ein Plagiat vorhanden ist oder beziehungsweise Plagiate enthalten sind. Deswegen auch da bitten wir um Geduld. Und ja, ich kann auch nur, oder wenn ich eine Bitte äußern darf, ist es halt, wir wissen, das ist ein heikles und ein heißes und ein, sag ich mal, breites Thema. Aber wenn es geht, versucht ihr unter den Kommentaren oder egal, wo ihr euch darüber unterhaltet, versucht bitte, einfach einen normalen Ton zu wahren. Ja, wir wissen, hier ist eine große Scheiße passiert. Keiner weiß das besser als der Betroffene selbst oder beziehungsweise der Verursacher selbst. Und wir wissen, wir haben Scheiße gebaut oder nicht wirklich sorgfältig auf alles geachtet und nicht wirklich sorgfältig alles vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen und besprochen. Und trotzdem, versucht bitte, in den Kommentaren oder egal wo, ein vernünftiges Maß zu halten, die Sache jetzt vielleicht auch mal ein bisschen abklingen zu lassen. Wir werden, es werden noch Stellungnahmen dazu kommen und keiner scheut sich vor der Verantwortung. Und ja, das ist, glaube ich, in dem Moment erst mal alles, was wir an dieser Stelle dazu sagen können. Und ja, jetzt versuchen wir einfach, ein bisschen durchzuatmen und eine halbwegs schöne Sendung mit Steven und Marco Risch auf die Beine zu bringen. Bei der wünschen wir euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, schwierigen Ausgabe Kino Plus. Ihr habt es ja vielleicht gerade eben schon im Vorfeld ein bisschen mitbekommen, aber das wollen wir jetzt erst mal abschütteln. Wir haben uns jetzt geäußert. Jetzt wird durchgeatmet und für die gute Laune sind unter anderem Steven am Start und auf dem Bildschirm hier, ihr könnt ihn noch nicht sehen, aber ich hoffe jetzt, ist auch Marco Risch aus München zugeschaltet, denn ja, heute geht es unter anderem, ja, um Spider-Man. Auch, obwohl du ihn noch nicht gesehen hast, aber wir werden versuchen, das Ganze so harmlos zu erzählen. Oder ich mach die ganze Zeit so. Es wird die kürzeste Marvel-Film-Review aller Zeiten. Vermutlich. Es sei denn, wir entschließen uns ... Hat Marco den gesehen? Ja. Ja. Okay. Es sei denn, wir entschließen uns, dich aus dem Studio zu kicken und dann noch mal kurz einen Spoiler-Talk zu halten. Könnte ich auch machen. Aber dann wird sich ja Alwin beschweren, was ja auch okay ist. Ja, aber Alwin hat gesagt, er setzt während des Talks, den wir zu Spider-Man halten werden, setzt er Kopfhörer auf. Ach so, ich dachte, das macht er in der Regel öfter mal, wenn es um Filme geht, die er ja noch sehen möchte und zu denen er nichts wissen möchte. und ja, hoffen wir, dass er die richtigen Hebel und Schalter und Knöpfchen drückt, obwohl er nichts hören kann. Ja, so gut. Aber wir brauchen einen Spoiler-Part. Also wir brauchen bei dem Film einen. Das geht ja nicht ohne. Ja, eben. Aber vielleicht kann man auch einen Miles-Spoiler-Part machen, weil es gibt Spoiler, mit denen rechnen Leute. Und es gibt halt harten Spoiler. Es gibt ja Spoiler durch den Trailer, ne? Ja. Unter anderem. Unter anderem. Da will ich eigentlich noch gar nicht drauf eingehen. Okay. Also, wir werden auf jeden Fall über Spider-Man reden. Ansonsten starten nicht so viel, aber so ein paar Sachen haben wir noch hinzugefügt. Und das ist aber nicht unbedingt der Schwerpunkt dieser Ausgabe, denn es ist die drittletzte Ausgabe für dieses Jahr. Und weil wir nächste Woche ein zweiteiliges Jahresendspezial unter anderem mit Steven, mit Antje und mit Eddie aufzeichnen werden, was sich über zwei Donnerstage erstrecken wird, haben wir gedacht, komm, versuchen wir doch noch mal einen anderen Jahresrückblick. Jahresrückblick. Weil heute kommt halt wirklich nicht mehr so viel ins Kino. Es kommt auch nicht mehr so viel auf den Streaming-Diensten. Aber wie können wir das Jahr Revue passieren lassen, ohne über die Filme zu sprechen? Wir sprechen über die News. Wir sprechen über die Neuigkeiten, Nachrichten, Sensationen, Skandale, Entscheidungen und was weiß ich, die das Jahr so geprägt haben, beziehungsweise die uns im Laufe des Jahres so hier in die Sendung reingekommen sind oder unter die Augen gekommen sind oder eben nicht unter die Augen gekommen sind. Jawohl. Ja, es sollen auch ein paar News aufgegriffen werden, von denen wir bislang überhaupt noch nichts gehört haben. Aber eigentlich eine freudige Nachricht ist doch, dass Spider-Man nie genug ist. Es kommt. Das ist ja eigentlich total geil. Und dass der richtig gut gestartet ist. Aber wann reden wir denn über Spider-Man? Jetzt oder nach den News? Oder ganz am Ende, damit ich nach Hause gehen kann? Nach dem Jahresrückblick. Oder ihr macht das ganz am Ende und ich geh dann einfach schon. Oder so. Obwohl, ich will ja wissen, wie ihr ihn findet. Im spoilerfreien Teil kannst du ja dabei sein. Ja, genau. Dann schwingst du dich aus dem Studio. Ja, wie immer. Aber. Wenn man 50 Kilo. Zuvor. Und den Netzdüsen. Den Gäthchen düsen. Ja, das wäre. Zuvor allerdings, wie immer die Frage, was habt ihr zuletzt gesehen, was nicht Spider-Man heißt? Oder, keine Ahnung, was wir heute sonst noch besprochen? Annette. Annette. Annette, das ist mein letzter Film. Ja. Das letzte, was ich gesehen hab, war in der Pressevorführung tatsächlich. Ist schon zwei, drei Wochen her, weil ich in letzter Zeit nur Serien geguckt hab. Deswegen war der letzte Film The Kingsman. Was ja auch ganz gut passt, weil es ist Erbaros gefallen und der kommt am 6. Januar, glaub ich, raus. Und dürft ihr schon über den reden? Ja. 14. ist durch. Ab seit 10. Dezember. Ich glaube, dann tust du dir, Ante, jetzt ein Riesengefallen. Wieso? Aber du wolltest ja auch schon über den reden. Ja, was heißt wollen? Eigentlich ja nicht. Ich will den ja noch mal gucken, damit ich mir ein finales Urteil machen kann. Weil, das kann ich ja sagen, er hat mich sehr gespalten zurückgelassen, weil es ein gespaltener Film ist. Ging's dir auch so? Absolut. Ich hab sofort verstanden, was du gemeint hast, mit du musst den ein zweites Mal gucken. Ich glaub, ich würde ihn auch am liebsten ein zweites Mal sehen. Weil er hat hier und da die absoluten Stärken, die man aus Kingsman kennt. Also dieses super over the top und dann lacht man auch und so. Aber ich hab nicht erwischt, dass das Lachen und die verrückteste Action-Szene des Films, die im Trailer gezeigt wird, der Kampf gegen Rasputin, der von dem Typen aus Notting Hill gespielt wird, der, ähm, also nicht von Grant, sondern der andere, der Mitbewohner. Bryce Ivins? Genau. Der in seiner Unterbüchse immer dasteht. Ja, richtig. Der spielt Rasputin nicht zum Wiedererkennen. Deswegen sag ich's extra dazu. Also wenn man den Film sieht, merkt man's nicht. Und das ist die beste und witzigste Szene des Films. Also die am ehesten, die sich wie Kingsman anfühlt. Und sie passiert in der Mitte des Films. Und ich schwör bei Gott, dieser Film ist, ich dachte nur bis dahin, aber turns out der ganze Film ist Exposition Dumping. Und zwar in jeder Szene, wenn nicht in jeder zweiten Szene, erklären die Leute, was passiert, was in der Welt passiert, was die Leute vorhaben, was schon passiert ist. Und den ganzen Film über, ich glaub, der geht über zwei Stunden, also weit über zwei Stunden, der ist richtig lang. Und der hat eine sehr dramatische Szene, die dann wieder sehr an Kingsman 1 erinnert, die auch fantastisch ist. Und alles dazwischen ist so ... Und das find ich so schade. Also ich find Kingsman 2 besser tatsächlich, weil der wenigstens einen einheitlichen Ton hat. Ja, man weiß halt einfach wirklich relativ lange nicht, wem soll ich denn hier folgen? Also was wollt ihr mir erzählen? Weil es ja nicht nur um die einzelnen ... Es geht ja nicht nur um den Exposition Talk, sondern es gibt auch so viele Rückblenden und so viele Switches von dem einen Land ins andere Land. Ist der Film nicht selbst eine Rückblende? Ja, genau. Es ist ja ein Prequel. Also es geht um die Entstehung der Kingsman. Und wie gesagt, die Tonalität, also ... Ich hab schon wieder vergessen, wer dabei ist. Ralph Fiennes ist dabei. Ralph Fiennes, der muss man aber sagen, also Ralph Fiennes in dieser Rolle wirklich richtig, richtig gut. Man muss ja sagen, der erste Kingsman hatte ja im Grunde seine Highlight-Action-Szene auch irgendwann in der Mitte, nämlich den Kampf in der Kirche. Nur das Problem ist so ein bisschen, dass da noch was nachkam. Und dieser Kampf gegen Rasputin ist zumindest auf der tonalen Kingsman-Ebene, wie man sie kennt, verschließt der Film halt sein Feuer eben in der Mitte. Und dann ... Es ist aber schwierig, weil ich glaube, wenn man ihm das zweite Mal guckt, weiß man mehr, was einen erwartet. Und dann, weil ich ... Ich liebe halt die Kingsman-Reihe so. Und ja, ich will den einfach mögen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Aber ich möchte den einfach mögen. Hat denn Messi von da ein bisschen was Neues reingepackt? Ja, das auf jeden Fall. Also er hat wieder so ein bisschen die Schraube inne. Und ist das vulgäre immer noch vollhanden? Ich hab ja beim ersten Film ja nie verstanden, warum am Ende noch mal ... Quasi gar nicht. Quasi gar nicht. Ja, weil es auch diese sehr ernste Komponente einfach noch hat. Und da muss ich sagen, immerhin haben sie das dann nicht gemacht, da so in die vulgäre Richtung zu gehen. Weil die andere Tonalität des Films ist wirklich sehr ernst. Und da wäre der Clash noch größer gewesen, als das, was er jetzt schon ist. Also er ist insofern vulgär, dass es vulgär ist, 1917 fucking zu sagen. Und so wird es auch platziert. Es ist was Besonderes, wenn ein englischer Gentleman so was in den Mund nimmt. Aber das war es auch schon an Vulgären. Das Komische ist, man sieht es sehr gut, dass der Mix eigentlich sehr merkwürdig ist, anhand des Szenarios der Erste Weltkrieg. Es gibt Sachen, da nimmt er sich total ernst. Und du denkst so, wow, ja, der Erste Weltkrieg ist ein menschenverachtender Scheiß gewesen, in dem Leute eben aus den Schützenkrämen rausgerannt sind und sofort erschossen wurden. Und das sieht man dann auch. Und das ist auch so dramatisch und schlimm. Und gleichzeitig, also auch noch so over-stylized, wie man Matthew Warren halt kennt, aber gleichzeitig ist ja der Auslöser des Kriegs so ein Kaiser Wilhelm, King welcher war es? Also nicht Hen. Ich weiß es nicht mehr. Der englische König, der deutsche Kaiser und der russische Zar. Und der Film war auch eine Geschichtsstunde tatsächlich, weil er erklärt dir, die drei waren Cousins. Und die sind zusammen aufgewachsen wie Brüder. Und dass die miteinander einen Weltkrieg führen, ist halt was Besonderes. Und da braucht es viel Intrigen, damit das so weit kommen kann. Das ist super interessant. Und dann gleichzeitig werden alle drei Personen von derselben Person gespielt. Das soll so ein Metagag sein, weil das ja alles Inbred sind, alles Inzucht. Und deswegen sind die ja alle so gleich. Aber selbst Geschwister sehen sich nicht so ähnlich, wie diese drei Personen, die Cousins sein sollen. Die werden gespielt von dem Bösewicht aus Fluch der Griebig 2 und 3. Ich hab die ganze Zeit mich gefragt, wer ist denn das? Woher kenn ich den? Bill Nighy? Das ist der. Der, oh. Der, 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 der englische Captain, der für die, ähm, für die Trade Federation, die heißt natürlich anders, aber für die unterwegs ist. Nee, für, dann ist es der Kleine. Der Kleine? Der Kleine. Ja, okay, alles klar. Wie heißt der denn nochmal? Ja, ich weiß es auch nicht. Kommen wir gleich drauf. Kommen wir gleich. Okay, aber ich find's ja immer spannend, also wenn ihr beide da so enthusiastisch und leidenschaftlich drüber diskutiert, hat er euch ja trotzdem irgendwie gecatcht. Und wenn ihr sagt, wir wollten ihn ein zweites Mal sehen, dann muss da ja irgendwas sein. Was ist, also lohnt sich nochmal anzugucken, ne? Ja, also es gibt ja solche und solche Filme. Ich hab das in der Vergangenheit auch immer mal wieder gehabt. Ich hab mir Alien Covenant zum zweiten Mal angeguckt, um zu wissen oder um wirklich mich zu versichern, ob ich das wirklich so schlecht finde. Und ich hab ... Aber so klang's dann nicht. Nein, also es ist halt dieses, vielleicht bin ich auch einfach enttäuscht, weil ich was anderes erwartet hab oder ich bin enttäuscht, weil der Film nicht so gut ist. Genau, der Claudia Schiffer mitproduziert jetzt. Sie steht auch als Claudia Vaughn im Abspann. Ja, genau. Genau, zum ersten Mal. Aber was man zumindest sagen muss, obwohl es der dritte Teil einer bereits existierenden Reihe ist, fällt mir spontan kein anderer Film ein, mit dem ich den so vergleichen könnte. Und so was mag ich, wenn ich sagen kann, ja, der ist wie der und der, aber nee, eigentlich nicht. Also der ist so fast so ein bisschen ein Unikat, obwohl er halt Kingsman-DNA in sich trägt. Und das find ich ganz schön. Aber eine Frage noch. Ist es denn ein Prequel, bei dem man das Gefühl hat, er könnte jetzt einen neuen Handlungsstrang erzählen? Oder ist es der Vorsatz von eins und zwei, dass man das erklärt? Also es könnte ja auch sein, dass Matthew Vaughn gesagt hat, die Welt, Kingsman ist so geil, eins und zwei ist auserzählt. Ich mach ein Prequel, um neue Figuren zu etablieren, die dann in eine andere Richtung gehen. Oder ist das gar nicht so? Das ist schwierig. Das hab ich erwartet tatsächlich, weil das ja so ein bisschen seine Absicht war. Er macht ja ein riesen Universum auf. Er will immer noch einen Statesman-Spin-Off machen. Es soll auch ein richtiger Kingsman 3 kommen. Und ich dachte, okay, da etabliert er irgendwas. Aber dadurch, dass es ja 100 Jahre in der Vergangenheit spielt, etabliert er meiner Meinung nach eigentlich nichts, was später wichtig sein müsste. Es sei denn, er zählt jetzt einfach ... Es gibt eine Meta-Anspielung, wo die Statesman herkommen. Und das ist auch nur so ein Gag am Rande. Das war's. Es sei denn, er platziert jetzt einfach zwischen The Kingsman und Kingsman 1 irgendwie noch sieben weitere Filme. Also so hat er zumindest die Möglichkeit, für die nächsten 50 Jahre nur durch Kingsman auszusorgen. Aber ... Wenn sie ihm die Kohle dafür geben und der Film genug einspielt, ist halt die Frage, ne? In heutigen Zeiten, wie diese ganzen Multimillionen-Dollar-Projekte noch angegangen werden können und, ja, auch auf lange Sicht sich rentieren sollen, ne? Also ich glaube, mit dem verkürzten Kinofenster und so weiter, das müssen sie alle umdenken. Na gut, ich bin gespannt. Ich werd mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ich bin auch gespannt, was da kommt. Zumal ich halt auch eben dieses Polarisierende oder Irritierende jetzt eigentlich schon relativ reizvoll finde. Obwohl ich der Film selbst mich gar nicht so gereizt hat. Es wär Just Another Kingsman-Film so. Hast du der jetzt? Ja, ja, der Neue. Aber ich find, als der Erste rauskam, das fand ich schon was Besonderes. Ja, der Erste, wie gesagt, irgendwie wirklich ... Ey, am Ersten gibt's eigentlich nur eine Sache, die mich so wirklich stört. Das ist diese Sex-Szene am Ende vom Film. Wo ich mich gefragt hab, warum macht er das? Mit dieser schwedischen Prinzessin oder so. Wo ich gedacht hab, warum macht er das denn jetzt? You can fuck me up the ass. Und das ist so unnötig. Das hat der Film überhaupt nicht gebraucht. Und das kommt irgendwie so daher, als müsste man's noch irgendwie bringen, weil man sonst irgendwie eine Quote nicht erfüllt oder nicht irgendwie den Anspruch gerecht wird, noch schräger zu sein als die anderen agentischen Parodien oder sonst irgendwas. Aber weiß ich nicht. Ja, aber ich fand den Cast aus dem Ersten echt super, ne? Also bei Colin Firth passt der perfekt in diese Rolle. Aber auch Tyron Edgerton, den du ja so bis dato gar nicht so richtig auf der Uhr hattest. Super. Ja, und hier Dings, hier, ähm, na, die Mumie. Wie heißt sie? Sophia Botella? Fand ich super. Und auch Samuel L. wechseln, muss man auch sagen. Der auch mal wieder einen anderen Typus gespielt hat. Ja, das fand ich auch erfreulich, ja. Ich liebe ja selbst die kleinsten Nebenrollen in Kingsman 1. Also zum Beispiel, wo man Sophia Botella das erste Mal sieht, als sie den James Bond verschnitten in der Mitte durchschneidet. Das ist ja auch wieder einer aus Fluch der Karibik. Und der hat halt so einen geilen Auftritt und ist so eine perfekte James-Bond-Parodie, in diesem einen Moment, wo man Mark Hamill befreit, und dann ist es mit ihm schon vorbei. Wie fantastisch das inszeniert ist und in den kleinsten Nebenrollen toll besetzt. Ich liebe Kingsman 1. Da hat er richtig Spaß gehabt, ne? Da war das noch ein Gag, dass ein Superschurke ein McDonalds-Menü serviert und war mal wieder schneller als die Realität, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Ja, so, Steven. Was war dir? Ich hab hier Don't Look Up, haben wir ja beide drüber gesprochen, den hab ich gesehen. Ähm ... Joa, also ich glaub, wir haben beide ja dieselbe Meinung über den Film. Also der ist, der ist cookig, aber er verschenkt Potenzial. Also Andrew McKay, ich glaub, der hätte da einfach mehr machen können. Ich muss dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt im Nachhinein positiv überrascht gewesen, weil das, was Netflix in der letzten Zeit an großen Star-studded-Filmen rausgebracht hat, wir haben ja unter anderem über Rat Notice kurz gesprochen, war eher Grütze. Und deswegen fand ich das schon besser. Ich mein, ich find Leo einfach großartig. Ich find, der wird immer besser. Also der liebt in dieser Rolle. Aber auch J-Law ist auch super. Allein schon der Anfang. Ich hab mir diese Szene, glaub ich, jetzt schon drei oder viermal angeguckt so. Oder beziehungsweise als wir den Screener hatten, hab ich mir das drei oder viermal angeguckt, wie er rechnet und die Zahl immer kleiner wird. Und Frau Lawrence spricht das auch noch an. Und er wischt's dann so weg. Und dann geht die Kamera, dann geht er so zurück und die Kamera geht so ganz nah an sein Gesicht dran. Und er, I think we call it a night. Ja, genau. Und du siehst so, wie er so ... Und die andere coole Szene mit ihm, find ich, wo er auf Toilette ist. Wo er sich versucht runterzutonen und wie er das macht. Super. Also ich mein, man guckt sich den Film, ich glaube, das Problem an diesem Film ist, in einer Zeit, in der so und so viel Negativität logischerweise durch die Situation ausgeströmt wird, ist das natürlich noch etwas Zusätzliches, was dir vor Augen führt, wie scheiße es in der Welt eigentlich manchmal wirklich zugeht. Weil, darüber haben wir gesprochen, das ist ja im Prinzip eine Satire, die aber insofern keine Satire mehr ist, weil so viel so real ist. Also auch eine Meryl Streep, die ja einen Trump-Ferschnitt-Präsidentin spielt. Und du sitzt und lachst und auch Jonah Hill, der den Kushner ja im Prinzip nachempfunden ist. Du sitzt und lachst und dann bleibt sie aber im Halse stecken, weil du sagst so, nee, das ist ja genau so. Und in ein paar Jährchen kann es genau so wieder werden. Aus der Satire ist im Grunde teilweise eine reine Komödie geworden. Ja, oder eine Dokumentation. Ja, deshalb finde ich so, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber ich finde, es passt einfach so gut. Der Film ist so ein schöner Missing Link zwischen dem letzten Film, den er mit Will Ferrell gemacht hat, nämlich Anchorman 2 und The Big Short. Weil irgendwie hat der Film von beiden Arten, wie Adam McKay filmt oder erzählt, hat er von beiden irgendwie was. Und ich kann mir halt schon erklären, weshalb man dann sagt, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber ich muss sagen, ist bisher mein Lieblingsfilm des Jahres. Ich habe mich zweieinhalb Stunden wirklich tot gelacht. Also ich habe auch gelacht, aber ich habe teilweise auch, wie gesagt, du bist jetzt im Halse stecken geblieben. Weil es ist wirklich auch diese ganze Situation, dass sie versuchen, die Welt zu retten und dann auch im Prinzip mit Mark Rylans am Ende dieser ganze, diese Hybris der Geschichte. Auch da wollen wir jetzt nicht spoilern, aber wie real das auch alles ist. Also das ist ja das Stimme. Genau, den habe ich gesehen und dann habe ich Tiger King hier die neue Staffel mir angeguckt, die auch genauso. Die zweite oder das mit dem Entle? Weil da gibt es ja noch diese neue Zusatzdoku. Ja, genau. Die Zusatzdoku. Genau, es gab ja mal, es gab ja nach der ersten Staffel noch so ein Special, wo sie mit allen noch mal geredet haben. Jetzt ist ja die zweite Staffel. Absurd. Und ich habe per Zufall, das wollte ich auch noch mal sagen, das habe ich im Fernsehen gesehen, abends, aber ich bin hängengeblieben, Tango und Cash. Jawohl! Den habe ich bestimmt 15 Jahre nicht gesehen, das Gefühl. Und ich bin trotzdem hängengeblieben. Ich meine, der ist so aus der Zeit gefallen. Aber was ich überhaupt gar nicht mehr erinnere, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert habt, am Ende ist es ja so ein bisschen so die amerikanische Version von Q, weil sie diesen Jeep kriegen, dieses Monster. Zwei. Zwei. Ja, genau. Und damit versuchen, hier den Bösewicht zu stürzen auf diesen, was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Jack Patton? Ja, nee, nee, aber dieses Gelände, auf das sie kommen. Ach, keine Kiesgrube. Ja, eine Kiesgrube. Es ist so geil, ich habe mich weggeschmissen. Aber ich finde ja, muss ich ganz ehrlich, irgendwie Kurt Russell, der Megaproll und Slice Stallone, der sich so ein bisschen als intellektueller Kopf verkaufen will. Ich hatte großen Spaß, mir diesen Film wieder anzugucken. Das hat genetische Gründe, Zwergnase. Ja, genau. Und hier, vor allen Dingen, dass sie dann eine halbe Stunde halbnackt unter der Dusche stehen und miteinander streiten. In einem Knast, der der härteste Knast der Welt sein soll, oder Amerikas, stehen die beide halbnackt, gestriegelt und gebügelt da drunter und machen so Seifengags miteinander. Und ich denke mir so, ey, das sind 1000 Schwerstverbrecher und ihr ganz alleine. Ja, sensationell. Ja, ich mag den auch. Aber du musst dir mal, du musst dir mal die Entstehungsgeschichte oder die Dreharbeiten zu dem Film mal, da gibt es, glaube ich, die eine oder andere Doku greift es auf. Das muss schon sehr chaotisch gewesen sein. Nämlich gerade dieser Showdown, ja, der hat wohl das Budget über alle Maßen gesprengt. Glaube ich. Aber sie haben halt irgendwie festgestellt, fuck, unser Film hat nix. Ja, also, das ist einfach nur hier, ne, Kurt Russell und Slice, Fotzen sich die ganze Zeit gegenseitig an so, aber ansonsten gibt's da nicht wirklich was. Und dann haben sie das wohl, also, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe und wenn ich das richtig zusammenbringe, haben sie das auf Ach und Krach irgendwie dann, ja, auf die Beine gestellt, aber auch gegen den Willen des Regisseurs, weshalb ich glaube ich in Erinnerung habe, dass der eigentliche Regisseur nicht mehr dieses Finale gedreht hat. Ja, und deswegen wirkt es auch so, ich meine, du musst es dir mal genau angucken, die hüpfen ja eigentlich nur mit ihrem Auto. Ja, genau, die ganze Zeit. Ständig über einen Berg und dann kommen im Hintergrund irgendwie reingeblendet. Das ist ja so das Geile, du siehst sie ja noch nicht mal im Bild, sondern die werden reingeblendet, so Feuerexplosionen und so Sachen halt, ja, das ist wirklich schlecht. Schön absurd, ja. Aber ich mag den trotzdem. Aber was ist das? Ist das 90er Jahre gewesen? Ich glaube, das ist 90er, ja. Den hab ich damals im Kino gesehen, im Uferpalast, und da saßen ganz viele Kurt Russells im Publikum, so in den Unterhemden. Obwohl ich Stallone echt immer noch übel nehme, diese Nummer am Anfang, weil die halt so eisenhart bei Jackie Chan geklaut ist, bei Police Story, wo er da auf dem Highway steht. Wo er an den Tank schießt. Genau. Ist das geklaut? Ja, das ist Police Story. Ich hab Police Story nie gesehen, tatsächlich. Och, Marco. Och, Marco. Ich hab mir halt ein paar der Actionsequenzen angeschaut, weil das muss man ja mal gesehen haben. Aber ich hab mir halt die Filme nicht angeschaut. Entschuldigung, ich weiß, Police Story 4 ist der Ding 5 von Tarantino oder einer von denen. Das Lustige ist, an diese Duschszene erinnere ich mich. Also, vielleicht hab ich das auch mal so gehabt wie du, dass ich durchgeskippt hab. Aber kann auch sein, dass das ein anderer Film war, der auch so eine Szene hat. Aber daran erinnere ich mich. Okay, dann holst du noch mal Tango und Cash. Das klingt auf jeden Fall, da hast du mir sehr viel Lust darauf gemacht. Police Story für Marco. Und Marco, Police Story. Beim nächsten Mal wird abgefragt. Ja, ich weiß. Aber Tango und Cash hab ich auch 15 Jahre nicht gesehen. Ich glaub, ich guck lieber den, oder? Ja. Und Schreck guckt einen Hauch von Amerika. Nein, will ich nicht. Will ich nicht. So, Freunde, hast du noch irgendwas gesehen? Ich habe noch mal Malignant geguckt. Oh. Der 2021er von James Wan, der ja so ein bisschen als Jaller-Hommage mit sehr weirden, sehr weirden Entwicklungen daherkommt. Und ich weiß noch, ich bin aus dem Kino gekommen damals und hatte so ein bisschen was von Schulterzucken. Und ich finde, das ist kein Film, der ein Schulterzucken hervorrufen soll. Aber was bedeutet bei der Schulterzucken? Also ich kenne Augenzucken, wenn ich nicht geschlafen habe, zu viel arbeite. Nein. Das sind Schulterzucken. Nein, ich dachte so, hm. Achso, ach, das Schulterzucken. Ja, das. Also ich dachte, du kommst raus in deine Schulter. Das ist eine Reaktion. Ja, genau, weil du irgendwie dich verkrochen hast im Sitz oder komisch. Nein. Achso, ja, okay. Der war mir zu gleichgültig dafür, was es für ein Film ist. Und deshalb habe ich ihn nochmal geguckt und habe dann festgestellt, der war eigentlich wirklich richtig gut. Ich hatte echt viel Spaß mit dem. Der hat einen tollen Score, der hat eine tolle Kameraarbeit und ist heute auch erschienen als mein Platz 28 des Jahres 2021. Platz 28? Ja, ich veröffentliche eine Top 30. Wow. Einfach, weil ich Platzierungen und Top-Listen so liebe. Und ich habe ein paar Weihnachtsfilme geguckt. Einmal die Heiligen Drei Könige, Die Hai, ne? Die Heiligen Drei Könige, genau. Mag ich nach wie vor. Und Office Christmas Party, der lief bei ProSieben. Nee, nee, ich auch noch. Und das Witzige ist, dieser Film ist echt ein Phänomen, weil ich habe den damals im Kino geguckt und bin da raus und dachte, ja, da wird in ein paar Monaten kein Hahn mehr nachkriegen und ich gucke ihn jetzt zum fünften Mal, zum fünften Jahr in Folge. Also irgendwie. Um dich einzustimmen. Ja, so ein bisschen. Also irgendwie, ich weiß nicht, der wächst. Just another TJ Miller Movie, Ja, ist es eigentlich auch. Aber ich finde ihn mit jedem Jahr sympathisch und mittlerweile ist es Tradition. Und so kann auch ein durchschnittlicher Film. Ich habe den Grinch geguckt, die Animationsversion. Finde ich super. Ja. Der ist aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Genau. Ich muss mir nochmal Fat Man angucken, um zu gucken, ob der vielleicht als Weihnachtsfilm auch nochmal so ein bisschen so eine Langlebigkeit entwickeln kann. Aber könnte auch nicht sein. Ich habe gehört, die deutsche Synchro soll ziemlich merkwürdig sein. Ich werde mich einschließen und eine Woche lang nichts anderes tun als ferngucken und noch runder werden, als ich jetzt schon bin. Ja, ich werde auch alles abarbeiten, was noch offen ist. So, aber jetzt arbeiten wir erst mal ja, das letzte Jahr ab. Hier ist unser News-Jahresrückblick. Spannend. Die Oscars unter Corona, die Krisen der schwarzen Witwe, neue Kinofenster, Prozesse, Eukotte und Übernahmen. Spielberg dreht für Netflix, Nolan dreht ohne Warner und ein Streik, der fast alles lahmgelegt hätte. Wir blicken zurück auf die Filmnews des Jahres 2021. So, jetzt haben wir jetzt mal eine Brandhalsen-News. Marco, hast du heute Geburtstag? Ja, tatsächlich. Alter! Ey, was? Jetzt müssen wir jetzt hier über irgendwie Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Marco. Happy Birthday to you. Sag doch einen Ton, Mann. Dankeschön. Ich habe gerade bei Twitter gesehen, dass dir gratuliert wird. Das ist ja wohl eine Frechheit. Wie alt bist du geworden, Marco? 36. What? Ich hausiere normalerweise nicht so sehr mit meinem Alter, aber jetzt habe ich es hier live in der Show gesagt. Mir ist es eigentlich egal, wie alt ich bin, aber ich finde es witzig, dass Leute mich immer so viel jünger schätzen, dass sie mich sonst irgendwo hinlegen. Naja, hättest du jetzt 26 gesagt, hätte ich nicht dran gezweifelt. Ich auch nicht. Nö, ich auch nicht. 36. Okay, dann sehe ich aus wie 36. Danke. Welche Gesichtscreme verwendest du? Ich bin halb Asiater und deswegen sehe ich ewig jung aus und das ist irgendetwas, was ich gerade geliefert kriege, was im Hintergrund ist. Deine Gesichtskrieg. Ja komm, dann hol dein Paket ab. Ist wahrscheinlich ein Geburtstagsgeschenk. Wir versuchen das gerade zu überbrücken. Geh an die Tür. Es wird sich drum gekümmert, glaube ich. Ja, okay. Wunderbar, wunderbar. Gut, so. Aber deine Kameras verrutschen, jetzt können wir in dein Wohnzimmer reingucken. Ja, also, dann an dieser Stelle noch mal. Wie geil, sagt er nix über sein Geburtstag? Nee, sagt er nix. Ich frage ihn noch, hast du da einen Donnerstag Zeit? Ja, nee, tut mir leid, da habe ich Geburtstag. Ja, so hätte ich jetzt absolut akzeptiert. Aber nein, er sagt, cool, passt mir sogar noch besser. Ich wünsche es läge am Geburtstag. Ich sitze an diesem scheiß Spider-Man-Video. Also, ich meine, es wird ein tolles Spider-Man-Video, aber ich brauche immer so lange für meine Videos, ne? Und quasi, seit ich aus dem Kino gehüpft bin, sitze ich dran und schreibe, quäle mich und ich bin nur halbfertig mit dem Schnitt und dann kommt das irgendwann heute Abend vielleicht, was eigentlich zu spät ist für YouTube. Also, das ist mein Geburtstag gerade. Ich glaube, ich feiere ihn wirklich erst am Wochenende. Aber Marco, um das hier mal zu sagen, allein die Tatsache, wie lange du dich mit der ganzen Sache beschäftigst, bis du findest, dass sie deinen Qualitätsansprüchen entspricht, ne? Ich finde, daran sollten sich ganz viele Leute ein Beispiel nehmen. Das möchte ich einmal sagen. Oh, danke schön. Siehste. Aber deswegen ist Marco auch so ein guter. Genau. So. Danke. Das war ein schönes Geschenk. Dann hätten wir doch schon mal einen Teil des Jahres abgearbeitet. Ansonsten, Januar. Fällt euch noch was zum Januar ein? Ey, ganz im Ernst, fragt mich, was vorgestern war. Das wird schon ein Problem machen. Januar. Also, kinomäßig oder newsmäßig. Newsmäßig. Wir sind gestern die News durchgegangen, die zusammengesammelt haben. Ich weiß das jetzt auch schon nicht mehr. Ja, also wir haben für den Januar eine Nachricht gehabt, die wollten wir jetzt nochmal erwähnen. Denn im Januar wurde bekannt, dass Darren Aronofsky mit Brandon Fraser einen Film namens The Whale drehen soll. Indem es da um einen Mann geht, der, glaub ich, 225 Kilo wiegt oder so. Beziehungsweise durch Depression oder beziehungsweise Frust irgendwie sich halt abschottet und eben halt so viel Gewicht zunimmt. Und das war halt für uns eine News. Jetzt haben wir aber dann ... Warte, warte, warte. War das eine News für euch, weil Brandon Fraser so aussieht mittlerweile? Oder was ist hier der Gag gerade? Nein, nein, nein. Dass Darren Aronofsky einen neuen Film macht. Dass Darren Aronofsky einen neuen Film macht mit Brandon Fraser, der bis zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie mit Steven Soderbergh in Verbindung gebracht worden ist. Beziehungsweise wo man sich halt zu dem Zeitpunkt noch gefragt hat, was geht eigentlich mit Brandon Fraser ab? Beziehungsweise macht der noch mal was? Ja, und dann in diesem Jahr hat er ja einen Film gemacht mit Steven Soderbergh. Da hat man ihn aber auch nicht wirklich so wahrgenommen. Beziehungsweise hat er da nicht so einen großen Auftritt gehabt. Und wir hatten uns nur gefreut, dass er jetzt so gesehen so eine Rolle kriegt, dann von jemandem wie Darren Aronofsky, der halt gerne, sag ich mal, solche, weiß ich nicht, solche, ja, wahnhaften Figuren irgendwie darstellt. Wir hatten Pi, oder Pi, wir hatten Black Swan, wir hatten The Wrestler. Und jetzt mit Brandon Fraser so einen Film anzugehen, könnte halt für Brandon Fraser natürlich so ähnlich wie für Mickey Rourke noch mal so ein Boost werden. Oder noch mal so ein Schub werden. Überleg mal, wie groß der war. War irgendwie bei Mickey Rourke so auf den Live geschrieben, weil Brandon Fraser sieht ja so aus, wie er aussieht und hat so eine Karriere, wie er sie hat, weil er depressiv ist. Also ich hab einen sehr interessanten, langen Artikel darüber gelesen, über seine Karriere und wo die Knackpunkte so sind. Das hat mit seiner Familie zu tun gehabt. Ich glaub sogar Scheidung, ich bin mir jetzt grad nicht sicher. Und dass er sexuell belästigt wurde tatsächlich, das hat ihn nie so ganz in Ruhe gelassen. Als Kind? Und er ist in tiefe Depression gestürzt. Marco, als Kind? Nee, als Schauspieler, als gestandener Schauspieler wurde er, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, von einem Produzenten, von einem großen Hollywood-Produzenten belästigt. Und das hat ihm in der Karriere auch so einen Knick verpasst, weil erstens natürlich, weil es ein großer Produzent war, weil diese Machtperson und er auch als noch so großer Schauspieler tatsächlich darunter gelitten hat und auch nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und das hat ihn unter anderem auch in diese Depression geführt. Ich hoffe, ich bring jetzt hier auch keine Sachen durcheinander. Es ist ein paar Jahre her, dass ich einen Artikel gelesen habe. Also es begleitet ihn auch schon eine sehr lange Zeit. Und ich freue mich gerade für ihn. Und hinzu kam, glaube ich, auch noch eine Verletzung, glaube ich, bei dem letzten Mumie-Film oder so, die dann halt auch zu einem gesteigerten Konsum von Schmerzmitteln wohlgeführt haben muss. Ja. Was ebenfalls nicht wirklich förderlich für die ganze Situation war. Ja. Das ist auch so eine Sache. Ja, der Rücken war es, glaube ich, bei ihm. Genau, ja. Genau, den hat er sich kaputt gemacht. Das erinnere ich auch noch. Aber ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Brenton Fraser in dieser Mumie-Zeit und hier George of the Jungle und diese ganzen Geschehen. Ich fand ihn schon echt cool. Steinzeit Junior. Ja, logisch. Aber der hatte was, ne? Ich meine, das ist ein echt cooler Typ. Also schön, ich weiß ja nicht, was ist aus den News geworden. Bisher ist aus dem Film noch nichts geworden so. Aber er ist, also weil Marco das eben auch meinte, es gibt jetzt ja jüngere Fotos, keine Ahnung, Herbst 2021, wo du, der ist ja ziemlich groß, aber ist jetzt auch ganz schön massig geworden. Genau. Er wäre halt, sag ich mal, für den Menschen, der sich sogar 272 Kilo irgendwie aufgeschafft hat, wäre es eigentlich eine starke, also beziehungsweise eine krasse Rolle so, ne? Also zumal, um seine eigene Depression irgendwie zu verarbeiten, dann selbst mit seiner Figur irgendwie umzugehen und dann halt noch vielleicht eine schauspielische Leistung hinzulegen, die ja ein Darren Aronofsky aus den Leuten rauskitzeln kann. Also siehe Mickey Rook bei The Wrestler. Also finde ich, ja. Oder Black Swan. Oder Black Swan, ja. Ist daraus bisher nichts geworden. Und wir haben dann im Zuge dessen, als wir gestern diese, also als wir diese News recherchiert haben und zusammengetragen haben gestern nochmal, hat Antje gesagt, ja guck mal, im Januar oder beziehungsweise irgendwann später kam auch noch raus, dass Aronofsky einen Film geplant hat mit Jared Leto und das zusammen mit Blumhouse. Also nach Jordan Peele und nach, wer war's jetzt noch? Ähm. Also Blumhouse hat ja mit James Swan auch gearbeitet. Ja. Und aber jetzt so ein bisschen, also es gibt ja so diese typischen Blumhouse-Filme, die einfach nur so Fließbandware eher sind. Und dann gibt's ja jetzt diese doch etwas besseren Filme wie Get Out. Ich erwähne's immer wieder. Ja, 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 okay. Der Vorleser ist auch von Blumhouse, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber der Vorleser ist kein guter Film. Hab ich übrigens mal, nein, ist es auch nicht, aber hab ich mal mit Jason Blum ein Interview geführt und mit ihm ein Spiel gespielt und meinte, rat mal, was dein erfolgreichster Film in Deutschland ist. Und er hat natürlich aufgezählt Conjuring, Insidious und was weiß ich. Und dann meinte ich, nee, sorry, ist The Reader. Und das konnte er überhaupt nicht glauben. Und dann dachte er, aber gut, ich red grad mit einer deutschen Journalistin, natürlich ist es der Vorleser. Ja, aber er hat mir auch gesagt, dass Jam and the Holograms der beste Film ist, den sein Studio jemals hervorgebracht hat. Und da wage ich ihm auch ganz vehement zu widersprechen. Den hab ich leider nicht gesehen. Aber immerhin hat er auch sehr oft schon anerkannt, wenn ein Film so überhaupt nichts geworden ist. Das hat er zwar nur bei Graupen wie Ouija gemacht, wo wirklich überhaupt nichts mehr dagegen, überhaupt, dem Mann überhaupt nichts mehr dem entgegensetzen konnte. Aber ich mag Jason Glam einfach nach wie vor. Nicht alle seiner Filme, um Gottes Willen, aber, oder seines Studios. Genau, und er hat halt mit Darren Aronofsky David Gordon Green, natürlich. Stimmt, genau. Und er hat halt, wie gesagt, also ich hab bis gestern nicht gewusst, dass er mit Jared Leto einen Film plant. Und wie gesagt, diese Kollaboration aus Darren Aronofsky, der ja auch eine eigene Produktionsfirma hat, und Protozor-Pictures, glaube ich. Und der ja eigentlich dann doch eher für leichte Horrorkost bekannten Blamhaus-Schmiede. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, du hast ja Jordan Peele schon angesprochen. Morbius ist rausgehoben. Ja, Morbius ist rausgehoben. Koji Suzuki, die, von The Ring, soll die Geschichte, genau, von dem originalen Ring, soll die Geschichte beisteuern zu einem Film namens Adrift, der jetzt halt dann eben von Aronofsky mit Leto zusammen gemacht werden soll. Was daraus geworden ist, bislang wissen wir nicht. Wie konnte uns das durch die Lappen gehen? Steckt wahrscheinlich im Produktionslimbo. Ja, wie konnte uns das durch die Lappen gehen? Das fragen sich wahrscheinlich auch die Leute. Also, The Whale heißt der. Nee, The Whale heißt der Film Brandon Frazier. war nicht ja. Und Adrift, der mit Jared Leto. Der mit Jared Leto. Genau, wie mich interessiert, ehrlich gesagt, mir Brandon Frazier. Ja. Was wir dann als News noch im Januar mit reinpacken wollen, war dann unter anderem Sachen, die uns durch die Lappen gegangen sind, wie, ja, man hat jetzt von George R. Romero hat man jetzt einen Directors Cut seines Vampirfilms Martin gefunden. Dazu muss man kurz sagen, nur damit es nicht untergeht, die News irgendwie gefunden wurde im Oktober, glaube ich. Aber wir dachten, wir packen, weil der Januar sonst recht highlightarm ist, packen wir da so ein paar Sachen rein, die, wie gesagt, die irgendwie unter dem Radar geblieben sind. Genau. Es gibt eine dreieinhalb Stunden Fassung, die haben sie jetzt aus irgendeiner Kiste hervorgekramt und die soll jetzt restauriert werden und es soll wohl die bevorzugte Version sein von Romero und ich bin sehr darauf gespannt, denn, ja, man kennt ihn natürlich für seine untoten Filme, aber hier hat er halt mal einen Film versucht über einen Vampir und lässt es halt sehr oft im Unklaren, ob es wirklich ein Vampir ist oder nur ein Mensch, der sich für einen Vampir hält. Das ist cool. Darf ich ganz kurz was sagen? Marco, weil es gerade hier steht. The somewhat reclusive Mummy actor battled depression, also war depressiv und wurde von einem hier, ach, das ist noch viel interessanter, von einem ehemaligen Präsidenten der Hollywood Foreign Press Association sexuell belästigt. Im Jahre 2003. Das war eine Preisverleihung oder sowas. Also das ist ja noch härter, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie die Hollywood Foreign Press Association so zurecht im Kreuzfeuer gerade steht mit den Golden Globes. Das ist die Geschichte gewesen. Aber Wahnsinn, dass du es noch erinnerst. Genau. Das war ein saukrasser Artikel, der Autor. Ich kann euch leider nicht sagen, wo ich ihn gelesen habe, weil der war echt gut. Der Autor hat halt mehrere Monate mit ihm verbracht und Interviews geführt und dann diesen riesigen Artikel geschrieben. Das war bestimmt Verity oder sowas. Und den habe ich halt vor Jahren gelesen und dann so, oh shit, das ist aus Brandon Fraser geworden. Kein Wunder, dass der sich in so einer Downward-Spirale befunden hat. Und wir dachten, wir nehmen ja nur kein starkes Thema. Stimmt, ja. Und hier steht, dass die in Pre-Production sind. Und vor allen Dingen, dass Fraser, das ist ein Artikel von, hier gucken wir, da sieht man ihn auch. Kann man vielleicht mal aus der New York Post, seht ihr das? Da sieht man schon, dass der sich ein bisschen was drauf gefuttert hat. Ja gut, es kann auch durch Medikamente und alles mögliche kommen. Ja, klar, aber er, er, hier steht in dem Interview, da wird er gerade zu Soderbergs Film interviewt, dass im August, dass er gerade voll im, ja, aufbaue es. Ja. So, also, wir haben den verschollenen Directors Cut von Romero für den Januar noch. Dann haben wir zwei Projekte, das eine aus dem ist nie was geworden, aber es klingt echt interessant. Ja. Es gab wohl mal Überlegungen für ein Blade-Underworld-Crossover. Das hat Kate Beckerstelle jetzt wohl mehrfach verraten. Das habe ich auch gelesen. Ja, also Blade, ich meine, die kann man sich angucken. Underworld habe ich nicht ertragen. Ne? Ne. Ich auch nicht. Das kann ich mir noch nicht mal Freitagabends mit einem kleinen Brausebrand oder in einem übermüdeten Zustand angucken. Kann ich nicht. Ich habe sie alle gesehen. Oh ne. Ich habe sie alle gesehen. Also, ich bin ein großer Verfechter vom ersten Underworld, weil der erste Underworld ein Low-Budget-Film war, was man ihm nicht ansieht. Er hat unter 20 Millionen gekostet, sieht aber aus, als hätte er 100 Millionen gekostet. Und ich schwöre bis heute, die DVD von dem Film hat eines der besten Making-Offs, die ich je gesehen habe. Und da zähle ich auch Herr der Ringe und so rein. Das war kein besonders aufwendiges Making-Off, aber dadurch, dass sie keine Kohle hatten, mussten sie so viel improvisieren und Tricks erfinden. Zum Beispiel die ganzen Werbe, für die du in Underworld 1 siehst, sind kein CGI. Die sehen zwar teilweise aus wie CGI, aber das sind immer Stuntmen in Kostümen auf Stelzen. Und selbst wenn die an der Decke langlaufen, sind die vorher auf Greenscreen auf dem Boden rumgekrabbelt und dann haben sie halt digital an die Decke gemacht und dadurch sieht es so fake aus. Aber das sind echte Typen. Und deswegen, ich kann das jedem empfehlen. Underworld 1 auch so und unter dem Gesichtspunkt wie der produziert wurde, super interessant. Und dann wurden die Filme halt richtig mies. Alle, alle. Ich kann alles, was danach kam, das ertrage ich nicht. Ich erinnere noch Van Helsing, ne? Ja, der ist schlimm. Mit Hugh Jackman, der war schon richtig schlecht. Dann hab ich Underworld geguckt, dachte, du kannst ja gar nicht. Nee, da muss ich, also ich hab Van Helsing letztens lieber wo, auf Sky. Und ich hab gedacht, komm, guckst du noch mal rein. Guckst du wirklich noch mal rein. Vielleicht warst du damals einfach nicht gut drauf oder so, als du aus dem Kino gegangen bist und dich aufgeregt hast über diesen... Ich war gut drauf beim Gang ins Kino und kam schlecht gelaunt wieder raus. Ja, wie gesagt. Mit Schulterzucken. Ich hab den Film beim ersten Mal nicht zu Ende geguckt. Ich hab den dann irgendwann erst mal auf VHS, glaub ich, oder DVD finalisiert und war wirklich einfach bestätigt in dem Rausgehen so, dass ich diesen Film nicht beendet habe. Und jetzt hab ich mir letztens noch mal auf Sky und hab ich gedacht, komm, lässt den laufen. Das geht nicht. Ich muss den nach einer spätestens dreiviertel Stunde muss ich diesen Film ausmachen. Der ist doch total schlecht. Der ist furchtbar. Aber Underworld... Ich dachte, du würdest gerade dafür kämpfen. Nein. Van Helsing... Hast du, weil ich gesagt habe, Underworld ist noch schlechter? Nee, nee, nee. Und da muss ich sagen, finde ich Underworld deutlich besser als Van Helsing. Underworld 1 hat auch Bill Nighy als Victor, als den großen Vampiranführer und Michael Sheen als Werwolf, der übrigens der Ex-Freund von Kate Beckinsale ist. Während ihr aktueller... Nee, ihr Ex-Ehemann ja die Regie geführt hat bei... Es ist im Hintergrund eine Song-Opera. Nee, nee, ich glaub, das war anders. Ich glaub, der... Also, die Liaison geht zwischen Kate Beckinsale, Len Wiseman und Scott Speedsman. Oder Speedman, wie er heißt. Scott... Nee, nee, ich glaub Michael Sheen. Ich glaub, sie hat mit Michael Sheen ein Kind, wenn ich's richtig weiß. Ich dachte, sie ist mit Pete Davidson zusammen. I challenge you to... Oh Gott. Pete Davidson ist doch die aus Transformers. Oder nicht? Nee, nee, du... Nee, die ist mit dem Rapper zusammen. Maschinengang Kenny. Maschinengang Kenny. Aber wie heißt die denn noch? Nee, der ist mit Megan Fox zusammen. Megan Fox, die mein ich. Ja, ja, genau. Ja. Aber wo du grade Hugh Jackman gesagt hast und Marco grad so begeistert war von einem Film, der viel teurer aussieht, als er war, ähm, und um mal noch einen Film reinzubringen, einfach aus 2021, bevor der untergeht, hast du Reminiscence gesehen? Ja. Weil der... Und ich find ihn deutlich schlechter als du. Ah, das ist ja völlig fein, aber du wirst mir doch sicherlich zustimmen, dass der halt nicht nach 40 oder knapp 40 Millionen aussieht, oder? Äh, doch. Ich find schon, weil, ähm, so wie die Stadt inszeniert ist mit dem Wasser und so, das muss ein richtig teurer Spaß gewesen sein. Ach so, du meinst 40 Millionen im Sinne von billig. Ja, ja, genau. Ich hab's als teuer empfohlen, sorry. Nein, 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 nein. Ich hab's genau andersrum gesehen. Nein. Ich find, äh, 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 er ist teurer, als er aussieht. Das mein ich ja auch. Das mein ich ja auch. Ja, ach so. Nee, 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 du denkst, ich finde, er sieht besser aus oder er sieht teurer aus, als er ist und Marco sagt, glaub ich, das Gegenteil. Genau, ja, das hab ich ja auch so verstanden. Ja, siehste mal, ich wollte eigentlich, ähm, ich wollte diesen Film positiv hervorheben. Tue ich auch, mein Gott. Hast du gemacht? Ja, mach das doch ruhig. Jetzt mal, wenn's ein Blade-Underworld-Crossover, Mahershala Ali ist doch der neue Blade. Deswegen haben sie zum Beispiel dieses Crossover nie gemacht. Ach so, okay. Ja, das kann ja nicht passieren, weil Blade gehört mittlerweile Marvel und Sony ist ja Underworld. Deswegen funktioniert das nicht. Ich weiß gar nicht, wo die News herkommt. Ja, Spider-Man ist auch Sony und Marvel. Weil damals hat Blade längst wieder Marvel gehört. Naja, äh, Frau, Frau Beckinsale hat das irgendwie im Rahmen einer Pressetour zu Jolt oder so. Auch so ein untergegangener Amazonen, Kampf-Amazonen-Film. Ja, vielleicht, vielleicht will sie das. Nein, 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 das waren mal ernsthafte Pläne. Landweissman will das, hat das seiner Ex erzählt und sie erzählt das dann als große News, dass es wirklich in Planung ist. Nee, es ist nicht in Planung. Das sagt sie nicht. Sie sagt, es gab mal die Planung. Die haben sie aber auf Eis gelegt und jetzt ist halt mittlerweile auch klar, warum oder beziehungsweise jetzt hat Marvel inzwischen andere Pläne mit Mahershala Ali, um halt Blade zu rebooten und Underworld wird wahrscheinlich auf ewig beendet sein. Es sei denn, irgendjemand kommt daher und glaubt mit Nostalgie, Bonus, irgendwann in 20 Jahren das Ding nochmal wiederbeleben zu können, aber das halte ich für unwahrscheinlicher. So, komm, wir machen weiter. Gerade im Januar. Ach so, Robert Rodriguez und Ben Affleck haben sich zusammengeschlossen, um einen Film zu inszenieren, der ein bisschen wie Hitchcock auf Steroide sein soll. Gigli 2. Das möchte ich sehen von Robert Rodriguez, auf jeden Fall. Hypnotik soll er heißen. Ein Detektiv, der sich auf die Suche nach seiner Tochter begibt und dann in größere Machenschaften verstrickt. Sind wir gespannt, was daraus wird. So, nichts wurde aus der brandheißen Enthüllung, Film, die im Februar das Forbes-Magazin in die Welt gebracht hat. Die hatten eigentlich einen Bericht gemacht oder so eine Art Roomtour oder Home-Story über Emilia Clarke und haben in dieser Story im Februar geschrieben, oder das wurde dann nochmal hochgeholt, weil der Artikel ist eigentlich, weiß ich nicht, ein Jahr alt gewesen und es kam im Februar nochmal auf, dass sie in diesem Artikel als der Ersatz für Amber Heard in Aquaman 2 angepriesen wurde. Also in dem Forbes-Artikel, der eigentlich nichts mit Filmen zu tun hat, der nur darum ging, was das mit dem Anwesen da von Emilia Clarke zu tun hat, wurde gesagt, dass sie jetzt die Rolle von Amber Heard übernehmen wird. Und da gab's dann auch wilde Spekulationen, wie hat Warner jetzt schon entschieden, gab's da jetzt Stress wegen des Prozesses mit Johnny Depp? Aber wann war der Prozess mit Johnny Depp? War der nicht viel später? Der war später. Deswegen war das ja so komisch. Der war immer noch, würd ich sagen, in den Jahren, der Prozess. Je nachdem, welchen du meinst. Ich glaub, es gibt den Scheidungsprozess quasi in den USA, wo ja viel war und es gab natürlich den Prozess in England gegen die Sun. Genau, und den gegen die Sun hat er ja verloren und der in den USA, glaub ich, der ist noch weiter am Laufen. oder er läuft halt noch weiter. Die Scheidung ist durch, aber es gibt noch einen Prozess in den USA, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, das war da im Februar so ein bisschen eine große Irritation, woher das Forbes-Magazin entweder diese Information hat beziehungsweise warum sie ausgerechnet im Forbes-Magazin so eine Information gegeben hat, die kein anderes Branchenblatt irgendwie bisher oder bislang präsentiert, äh, präsentierte. Und ja, soviel dazu. Und dann wurde natürlich spekuliert, ne? Emilia Clarke als Mera in Aquaman 2, passt das? Das hat sich doch als nicht wahr erwiesen, Das ist nicht wahr, genau, genau. Ja, genau. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, wieso so eine News nicht wahr sein kann, weil das würde ja bedeuten, dass Emilia Clarke bewusst falsche Informationen rausgegeben hat. Ich hab mich falsch ausgedrückt, nicht wahr, sondern es ist nicht passiert. Also vielleicht war sie im Gespräch, aber Emilia Clarke dreht gerade Aquaman 2. Deswegen ist es vom Tisch. Oder hat Aquaman 2 gedreht. Ich weiß gar nicht, ob das aus ihrem Lager kommt. Ja. Also ich weiß nicht, ob Emilia Clarke braucht ja so eine News nicht. Ne, eben, deshalb wundere ich mich. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt sagt, ich will Aquaman 2, Amber Hardware haben, vielleicht hat da irgendjemand anders gequasselt. Also es klingt für mich nach, ich weiß sie nicht. Oder irgendein Publizist, der halt einfach gedacht hat, jetzt schießt er einfach mal quer. Vielleicht hat sie gesagt, nützlich die Gunst der Stunde. Ja, reicht ja, wenn sie gesagt hat, ja, finden Gespräche statt und der Journalist macht daraus, die Gespräche haben schon stattgefunden. Ja. Kurz noch hinzugefügt, im Januar, es waren auch wieder zahlreiche verstorbene Menschen, beziehungsweise sind es auch wieder zahlreiche Menschen verstorben. Im Januar hatten wir unter anderem auch Tanja Roberts und Hal Holbrook als Verlust zu bezeichnen. Neben ziemlich vielen anderen Leuten, wir können sie jetzt nicht alle auflisten, und im Februar wäre es Christopher Plummer gewesen, der da von uns gegangen ist. Ja, Tanja Roberts, nur für diejenigen, die es nicht wissen, das war mal ein Engel für Charlie, also einer von den drei Engeln für Charlie, hat aber auch China gemacht, Herrscherin des Dschungels, glaube ich, hieß der, den fand ich gut, und war sogar in einem Bonn-Film im Angesicht des Todes A View to a Kill zu sehen. Und Hal Holbrook, Hal Holbrook ist halt ein verdienter Schauspieler, der unter anderem der Deep Throat in All the President's Men war, also, oder in, wie heißt der, die Unbestechlichen, heißt der auf Deutsch, oder halt Into the Wild hat er mitgespiegelt, Wall Street hat er mitgespiegelt, The Fog hat er mitgespiegelt, also, großer, großer Mann und Christopher Plummer, ja, Sound of Music, Beginners, All the Money in the World, war einer, da hat er die Kevin Spacey-Rolle ersetzt und zuletzt war er, oder einer seiner letzten Filme war Knives Out. Ja, stimmt. Was der perfekte Abgesang für ihn selber ist, tatsächlich. Ende 80. Ja, über 80. Bitte? Was sagst du, Marco? Knives Out ist der perfekte Abgesang auf Christopher Plummer. Also wäre das so, dieser Film, als hätten sie gewusst, dass er jeden Moment stirbt und das ist halt so, diese Verbeugung, diese letzte Verbeugung, die er gebraucht hat, auch mit so einem Gemälde, das er immer so grimmig schaut, aber in den letzten Momenten des Films einfach lächelt. Das ist Christopher Plummer für mich. Ich weiß noch, als er gestorben ist, habe ich auf Instagram einfach dieses Gemälde gepostet. So, so behalte ich jetzt Christopher Plummer in Erinnerung. Ja, ja. Ja, wollen wir weiter machen im März? Gerne. Denn da sind wir gerade bei einem aktuellen Thema, denn da im März wurde bekannt, dass Uwe Boll einen Film über das Attentat in Hanau drehen will. Nur ein Jahr, nachdem es überhaupt passiert ist und das hatte damals schon für enorme Wellen gesorgt, beziehungsweise da gab es halt diverse Angehörige und Vereine und Opfer, sag ich mal, Institutionen, die sich um die Opfer gekümmert haben, die gesagt haben, ey, das geht nicht. Das geht nicht. Und zu dem Zeitpunkt, als die News rauskamen, kam Boll sogar schon irgendwie, glaube ich, mit den Informationen daher, dass der Film bereits abgedreht ist. Und jetzt gerade heute, wirklich gerade heute, ist der erste Trailer zu Hanau erschienen. Und ich hab ihn noch nicht gesehen. Wir werden jetzt ja auch drauf verzichten, so, weil ich finde, das muss man nicht machen. Denn, was ich schon so mitbekommen habe, er soll ziemlich räudig aussehen und soll jetzt aber auch schon, ich hab ne Spiegel-Headline heute gelesen, äh, ein Fall für die Justiz sein. Also, dass irgendwie Staatsanwaltschaft oder irgendwie, oder mehrere Kläger halt dagegen vorgehen wollen und irgendwie Klage eingereicht haben und so weiter. Also, ich muss es noch genau variieren, das war jetzt alles so im Zuge, dass das Vormittag so, wo ich noch mit anderen Dingen beschäftigt war, da hab ich da so einen Blick drauf, einen halben Blick drauf erhaschen können. Aber ja, das war im März unter anderem eine ... Aber ist das reine Provokation von einem Uwe Boll? Ich ... Er verkauft es ja immer so, als wäre ihm das schon ein Anliegen, solche Sachen kreativ aufzubereiten. Beziehungsweise in einer Art aufzubereiten, von der er meint, er wäre der Einzige, der dazu in der Lage ist. Ja. Und ich glaub, das ist das große Problem bei der Sache. Ich glaub, er glaubt das nämlich auch. Ja. Also, dass er der Einzige ist, der befähigt ist, an so entsetzliches Verbrechen fiktional oder dokumentarisch oder ... Nee, ich hab's fiktional. Fiktional so nachzuerzählen, dass es ... Dass es was ... Sprengkraft hat, etwas erklärt, etwas ... Ja, ja, so hab ich das auch. Ja, und vor allem halt mit einer Schonungslosigkeit wohl daherkommt, die sich keine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt leisten würde. Dazu kann man sich mal so Interviews zu diesem ... Hieß der nicht einfach nur Auschwitz? Auschwitz, ja. Da sollte man sich mal das ein oder andere Interview durchlegen, weil ich glaube, dass das ziemlich viel über seine Art, Filme zu sehen, aussagt. Weil ich glaube, so die Provokation, die von seinen Werken ausgeht, die kalkuliert er mit ein, aber er betrachtet sie halt als notwendig, entsprechend, um so ein Thema aufzubereiten. Ja, und vielleicht auch ein Geld dazu bekommen. Genau, ja. Ja, die Frage ist halt immer, ich hab so ein geiles Interview gesehen auf YouTube, kann ich allen nur mal ans Herz legen, mit Joachim Fuchsberger über Klaus Kinski. Der erzählt Joachim Fuchsberger, die waren ja sehr eng befreundet, die haben ja auch viele hier Wallace-Filme miteinander gedreht, und erzählt Joachim Fuchsberger eine Geschichte, wie er mit Klaus Kinski, ich weiß nicht in welcher Stadt, Paris oder sowas, in so einem ganz edlen Restaurant essen war und was Klaus Kinski gemacht hat aus reiner Provokation oder dem Spaß an der Provokation und wie Joachim Fuchsberger darauf reagiert hat und wie sich das Ganze dann aufgelöst hat. Weil Klaus Kinski ist ja auch eine Person, an der man sich immer gerieben hat, dass man sich immer noch gerne anguckt, aber viel von dem, was er gemacht hat, war halt kalkulierte Provokationen nachher, glaube ich, auch durch die Dinge, die er dazu getan hat. Ich frage mich beim Uwe Boll, wenn du so einen Film drehst und ich ja zu Recht das auch sehe, dass die Leute und Angehörigen gesagt haben, das geht nicht, in diesen kurzen Teilen, das ist ja pietätlos, das hat ja nichts meiner Ansicht mit Provokation zu tun, egal was für eine Art von Provokateur du sein willst oder was für Filme du drehst, sondern da ist ja gesunder Menschenverstand doch eigentlich auch. Da hätte er auch noch mal 24 Monate später drehen können. Genauso Provokant, wie er das vielleicht macht. Aber das verstehe ich nicht. Ja, die Zeitspanne war damals im März auf jeden Fall ein großes Thema. Wie man nach einem Jahr das schon machen kann. Aber war dann zum Zeitpunkt, als es im März bekannt war, du meintest ja gerade schon, du hast gerade schon angedeutet, dass der zu dem Zeitpunkt schon abgedreht war. Also er hat noch hierher. Heißt das, er hat innerhalb dieses einen Jahres den Film abgedreht? Das heißt, die Entscheidung, diesen Film zu machen, muss ja noch vor dieser Einjahreszeitspanne stattgefunden haben. Also ich hab von über Dritte, sagen wir es mal so, also ich hab von jemanden gehört, der halt jemanden von der Produktion her kennt von dem Film, von dem Hanau-Film, dass das alles nicht lange gedauert hat. Das waren irgendwie zwei Wochen Drehzeit oder sonst irgendwas. Und ja, dass es halt schon so rough alles irgendwie runtergekurbelt war. Es musste halt noch geschnitten und bearbeitet werden. Und das ist natürlich jetzt halt schon dann im Laufe zwischen März und jetzt geschehen. Und jetzt ist der Trailer da. Ich hab, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich werd mir auch nur privat angucken. Weil selbst bei diesem Ute-Film, wo ja sehr stark im Raum stand, ob der provoziert, den muss man ja zumindest lassen, dass der Regisseur damals ein Konzept hatte, dass ein Gewissen, wo was hinter steckte. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen. Das war der One-Shot-Film? Genau, das war der. Ja, aber der war halt auch, muss ich sagen, der war halt auch, ich will's nicht dämlich nennen, aber sich am Anfang, also sich am Abspann dann als Erster zu nennen. Ich mochte den auch überhaupt nicht. Ich will den jetzt gar nicht. Ich wollte ihn halt nur, da hatte man das Gefühl, dass da eine künstlerische Auseinandersetzung mit einherging, die über Provokation hinausgeht. Meiner Ansicht nach wollte der Film trotzdem provozieren. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Der Film hatte nichts von einem Schnellschuss einfach. Ja. Ja, die Frage ist halt, bei solchen Filmen, und dann können wir das Thema auch abhaken, also, Utea, erinnere ich auch noch, wo ich, nee, wo ich war, da war ich in Dänemark, ne, im Sommerurlaub und hab das dann, hab eine dänische Zeitung gesehen und hab auf dem, ich hab das nicht mitgekriegt, hab das auf dem Cover gesehen, wir haben die Nachrichten angeschaltet und haben das mitgekriegt. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, was da passiert ist, ne, also, wie grauenhaft das ist. Und ich frag mich dann immer in der Sekunde, ich finde, Kunst hat ja viele Rechte, viele Freiheiten, aber ich frag mich, also, was soll dieser Film mir zeigen? Ja, eben. Also, dass es grausam ist, wissen wir, das muss ich ja nicht nochmal in einer fiktionalen Geschichte nacherzählt bekommen und vor allen Dingen dann die Problematik auch, wie stellst du ihn dar? Also, willst du ihm etwas Menschliches geben oder willst du ihn noch mehr zur Bestie machen, die er ohnehin schon ist? Ja, der Film hat ja Spannungselemente einfach drin gehabt, was ja für so eine Aufbereitung einfach überhaupt nicht geht und diese Figur halt zu einem Antagonisten gemacht in einem Film und das willst du, will man doch gar nicht, also, ich will ja gar nicht, ich will ja weder eine Antipathie entwickeln, noch eine Sympathie, sondern ich will einfach, das ist so schlimm, also, wenn man sich das mal überlegt, oder? Weil der Film automatisch dann auch ein Film über ihn teilweise ist und über so eine Person sollte man keinen Film machen, zumindest nicht in dieser Art und Weise. Also, man kann immer und das, da sind wir ja einer Meinung, man kann und sollte sich auch immer im Film oder in der Popkultur generell mit schlimmen Dingen auseinandersetzen, ne? Also, sonst gäbe es ganze Genres nicht. Aber trotzdem, es kommt auf die Umsetzung an. Ja, Marco, Entschuldigung. Ja, es fehlt halt die, was Antje gemeint hat, diese künstlerische Absicht von Uwe Boll, die seh ich halt nicht, ne? Und das, was du gesagt hast, Steven, diese kalkulierte Provokation, das ist halt sein Ego. Das ist, sein Ego ist zu sagen, ich mach Filme, die sich keiner traut zu machen, weil sie so explizit sind wie möglich, weil du jeden Kopfschuss extra siehst. Das hat er ja in Interviews erzählt über den Hanau-Film. Und das ist sein einziges Ding. Es ist ein Ego nach außen tragen, aber es ist keine große künstlerische Absicht dahinter. Natürlich hat er auch kein Budget, deswegen braucht er auch nur zwei Wochen, weil er muss, er darf nur zwei Wochen brauchen. Aber du hast ja auch den Ausschutzfilm als Beispiel genannt. Das ist ja sein, das hält er ja immer hoch als, hier, diesen einen Kunstfilm hab ich gemacht und es gibt auch einen kleinen Teilbereich des Feuilletons, der diesen Film sogar wegen seiner expliziten Darstellung feiert. Aber ihr dürft nie vergessen, diesen Ausschutzfilm hat er gedreht, während er gleichzeitig am selben Set mit den selben Darstellern teilweise BloodRayne 3 oder so gedreht hat und eine Parodie auf seinen eigenen Film, auf BloodRayne. Bluberella. Bluberella, genau. Er hat alle drei Filme gleichzeitig gedreht, aus Kostengründen natürlich. Da muss man auch ein bisschen Hut ziehen vor dem Produzent Uwe Boll, wie er das geschafft hat. Aber das zeigt ja, wie wenig künstlerische Absicht auch hinter dem Auschwitz-Film steckt. Mir kann keiner erzählen, dass er hinter der Kamera sitzt und an die Opfer von Auschwitz denkt und wie kann er das perfekt transportieren, wie Steven Spielberg das in Schindlers Liste transportiert, sondern er sitzt da und denkt sich, okay, wie können wir jetzt möglichst viele Szenen in einer halben Stunde abdrehen? So, das ist seine Arbeit. Und ich muss mir den Trailer von Hau noch nicht angucken, um zu wissen, das ist wieder der gleiche Uwe Bollmist ist, egal wie sehr er es als Kunst verkaufen will. Es liegt ja im Auge des Betrachters zu sagen, ob es wirklich Kunst ist und ich hoffe eigentlich, dass die meisten Leute drauf gucken und sagen, es ist vielleicht vieles, aber bestimmt keine Kunst. Ja, gut, deswegen würden wir an dieser Stelle auch das Thema abhaken und kommen wir zum April, in dem es natürlich nur ein Thema gab, die Oscars. Wir hatten uns gefragt, finden sie statt? Wie finden sie statt? Was machen sie? Wie soll das irgendwie überhaupt klappen? Du warst vor Ort und ja, Nomadland war der große Gewinner des Abends, Francis McDermott, Chloe Zhao und der Film selbst haben Oscar gewonnen für beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bester Film und Anthony Hopkins ist überraschend bester Hauptdarsteller geworden, obwohl alle geglaubt haben, es kann eigentlich nur einen geben, nämlich Chadwick Boseman, der posthum einen Oscar bekommen soll und es war alles in allem eine merkwürdige Veranstaltung, oder? Ja, also ich finde, also Nummer eins, um was Positives zu sagen, finde ich es großartig, dass sie es gemacht haben. Also nach all den Irrungen und Wirrungen haben sie sich getraut, eine Preisverlangen auf die Beine zu stellen. Was ich total schade finde, ist, sie haben durch diese Zeit und die Möglichkeit, in einer neuen Location, also einer Union Station in Downtown LA, es verpasst, einen neuen Schliff und einen neuen Dreh zu kriegen. Also das, was ja zu Recht auch in der Vergangenheit häufig angekreidet wurde, was ich immer noch vermisse, darüber haben wir auch schon häufiger diskutiert, ich glaube, es braucht eine Leitfigur, ob männlich oder weiblich. Ich bin der Meinung, die Oscars brauchen einen Moderator oder eine Moderatorin oder auch ein Duo gerne, um diesen Abend kompakt zusammenzuhalten. Dieses, wir holen für jede, jede Kategorie neue LaudatorInnen auf die Bühne, die einen Gag machen oder sowas, das funktioniert nicht. Ich finde, da fehlt für mich der rote Faden. Und was ich so schade finde, ist, weil die Location war ja großartig, ne? Also dieser Innenhof, dann dieses Patio, dann diese, diese, diese Location innen drin mit der kleinen Bühne, wo sie dann alle saßen. Du hättest so viele spielerische Elemente reinbringen können, um eine ganz neue Show auch zu kreieren. Das haben sie ja nicht gemacht. Am Ende haben sie nur diesen kleinen Saal genutzt. Und, ähm, du hast gemerkt, dass die Leute total Bock hatten, ne? Also die haben sich total gefreut, wieder roten Teppich sich irgendwie zu sehen. Aber, die Oscars haben natürlich auch gezeigt, dass die Ausbeute an Filmen nicht die war oder hätte sein können, die man sich gewünscht hat, was den Glamour-Faktor auch angeht. Und es gibt nach wie vor ein paar Entscheidungen, kann man so oder so sehen. Es war auch, glaube ich, Nomadland kann man sagen, was man will. Es ist für mich nicht das Highlight gewesen. Ich finde den Film gut. Ähm, aber das war ein Statement, ne? Die Chlorisa auch auszuzeichnen. Ja. Erst als zweite Frau in der Geschichte überhaupt. Genau. Genau. Aber da gab es ja noch viele andere Sachen, die man hätte machen können. Aber, ähm, ich bin mal gespannt. Also, nächstes Jahr sollen sie ja definitiv wieder stattfinden, aber an alter Stelle, ne? Ähm, im Dolby-C-Sierce. Und, äh, ich hoffe, sie haben daraus gelernt. Auch wieder zum Februar hin, weil es ist die Zeitspanne ja wesentlich, also um zwei Monate kürzer. Ne, ich glaube, es ist nach wie vor im April, aber kann ich nochmal nachgucken. Okay. Ja, wir geben es uns noch einmal, ne? Ja. Was? Wie jedes Jahr. Noch einmal. Noch einmal stürmt, liebe Freunde, noch einmal. Ja. Habt ihr irgendwie noch irgendeine Anmerkung zu den Oscars, bevor wir in den Mai übergehen? Also, unabhängig von der, von... Ne, 27. März. Unabhängig von denen, die ausgezeichnet wurden, war meine positivste Überraschung bei den Nominierungen, dass Thomas Winterberg für Beste Regie nominiert ist, weil das war auch eine absolute Überraschung. Den hatte bei Beste Regie keiner auf dem Schirm. Seinen Film, bei Bester Fremdsprachige Film, definitiv. Aber ich find das immer schön, wenn man bei den Nominierungen dann eben doch nicht alle bis zum Schluss vorab sagen kann. Ja. Also es waren ja schon ein paar Überraschungen dabei. Also kann man ja jetzt nicht abstreiten. Da fand ich es ganz spannend, weil in den letzten Jahren ist es ja so gewesen, dass die ja explizit gesagt haben, haltet euch kurz bei den Dankesreden. Ne? Was jetzt ja in jeder Preisverleihung so ist, was ich total schade finde, weil es das Momentum jeder Dankesrede auch raubt. Aber die Bedingung war ja, wenn ihr da oben steht, wir geben euch die Zeit, die ihr braucht, aber emotionalisiert das, was ihr sagt. Also gebt einen persönlichen Bezug zu dem Preis und erzählt was. Und Thomas Winterberg, das Lustige war, ich war mit seiner Entourage und ihm im selben Hotel und hab die morgens beim Frühstück am Tag getroffen, hab mich mit denen länger unterhalten und er hat ja auf der Bühne dann in der Dankesrede auch erzählt, dass er diesen Preis seiner Tochter widmet, die ja verstorben ist, die ja eigentlich eine Rolle spielen sollte in der Klasse von Mats Mikkelsen. Und ich weiß noch, dass mich das emotional so ergriffen hat in der Sekunde, in der er es gesagt hat, aber auch der Raum wirklich ihm an den Lippen hing und ich fand das mutig, ich fand das großartig und ich hab mich gefreut, dass das etwas war, was ich mir so und so wünsche, dass es wieder mehr zu emotionalen Dankesreden geht anstatt, man soll Produzenten und Management danken, das ist ja auch richtig, weil es ein Teamwork ist, ein Team-Efford, aber ich finde, so eine persönliche Geschichte finde ich super und wer mich am meisten nicht positiv beeindruckt hat, war der Oscar-Gewinner Daniel Kalouia. Ja. Den fand ich, tut mir leid, also den fand ich schon auf dem Teppich extrem doof, also extrem doof, weil der hat so auf super cool und lässig gemacht und ich fand auch, dass seine Dankesrede und sein ganzer Habitus während der Preisverleihung dieses so, das war für mich uncool. Ich weiß aber noch, dass Daniel Kalouia, in welchem Film hat Chadwick Boseman mitgespielt, für den er nominiert war? In dem Fall war das... Ma Rainey's Black Bottom. Ja, Ma Rainey's Black Bottom. Ich werde bei Daniel Kalouia im Zusammenhang mit der Oscar-Verleihung nie vergessen, dass er von einer Journalistin gefragt wurde, irgendwas zu Ma Rainey's Black Bottom gefragt wurde und sie halt nicht auf dem Schirm hatte, dass Daniel Kalouia in dem Film gar nicht mitgespielt hat. Das ist aber danach erst, hat danach erst stattgefunden. Ich hätte mir sonst vorstellen können, dass ihm das so ein bisschen die Laune verhagelt hat, aber das war halt erst, nachdem er den Preis entgegengenommen hat. Ja. Also, es war eine merkwürdige Veranstaltung, aber ich finde, wir haben das Beste draus gemacht. Wie? So, gehen wir rüber in den Mai, der mit einem Mega-Deal, sag ich mal, auf sie aufmerksam macht, nämlich Amazon hat für 8,45 Milliarden Dollar das Studio MGM gekauft und damit 4.000 Filmtitel und 17.000 Serien. Also, beziehungsweise 4.000 Filme und 17.000 Serien folgen. Was irgendwie mit, ich finde, 4.000 Filme für ein Studio klingt so wenig, aber MGM hatte ja noch ... Wie viele Filme hast du in deinem Leben gesehen? Das weiß ich doch nicht, Schröck. Ja, aber ... Ich glaube, Antti hat mehr als 4.000 gesehen. Das glaube ich auch, aber ich bin auch kein Filmstudio und überlegt mal, wenn jemand Disney kaufen würde, was die für eine Anzahl an Titeln hätten. Also, ich finde persönlich, es klingt wenig, man muss aber auch gleichzeitig sagen, weil MGM ja nie das Studio mit dem größten Output. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube, Disney hat weniger als MGM. Echt? Wie bekommt 4.000? Also, ich habe die Zahlen nicht, aber 4.000 ist sehr viel. Wie alt ist denn das Studio? Uralt. Ja, ich meine, es geht ja im Prinzip um eines der wichtigsten Franchises auf dem Markt. Bond. Genau. Also, das ist ja im Prinzip eigentlich das, was alle erstaunt hat und was auch alle so schockiert hat, weil das war ja noch pre, wir bringen Bond raus und alle haben sich gefragt, kommt denn dann der Bond überhaupt noch ins Kino oder bingen wir den weg oder was weiß ich. Und ich bin jetzt mal gespannt, also, wir haben damals ja auch über diese Thematik gesprochen, dass wir gesagt haben, also, man muss ja immer über das Recoupment sprechen, ne? Also, die letzten beiden Bond-Filme haben ja 1,2, 1,3 Milliarden Dollar, glaube ich, an der Box Office eingespielt, roundabout, ne? Also, wir waren auf jeden Fall über die Milliarde und man muss sich halt fragen, lohnt es sich für Amazon Studios das Ding dann online, also bei Prime rauszubringen oder macht es nur Sinn ins Kino? Aber da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn das Kino weiterhin so unter Beschuss ist, wie es jetzt da ist, also in der Auslastung, in der Verwertungskette, wirst du auf diese Beträge ja gar nicht mehr kommen. Also musst du dir überlegen, wie releasst du sowas, ne? Also machst du einen Punkt-Release für zwei Wochen und sagst mir mal, also, das ist ja die Frage. Weil ansonsten rechnet sich das ja nicht. Und vor allen Dingen, wie kannst du solche Filme in Zukunft noch produzieren? Was hat er gekostet? Also, ich hatte mal irgendwann im Laufe des Jahres eine Zahl gelesen, dass selbst wenn der irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn der richtig viel einspielt, unter dem Strich ist das schon zu viel an Geld, was da ausgegeben worden ist, um halt den Film wirklich rentabel zu machen. Also das wäre eine unrealistische Summe, die er einspielen müsste, selbst unter Nicht-Corona-Bedingungen, um halt rentabel jetzt noch zu sein. Und das ist er halt einfach nicht. Die mussten ja im Grunde durch die vielfachen Verschiebungen eigentlich mehrere Werbekampagnen planen. Und da hat sich allein, glaube ich, da schon das Bild. Und natürlich, das hat sich ja durch das Jahr 2020 gezogen, unsere zahlreichen Geschichten von hinter den Kulissen, was schon wieder schiefgegangen ist am Set. Nur die Sun hat, glaube ich, eine eigene Reihe rausgemacht, oder? James Bond Today. Ja. Nee, aber da muss man sich ja fragen. Also, was bedeutet die? Amazon macht ein Franchise draus. Das garantiere ich dir. Also, es gibt schon Gerüchte, dass sie Spin-Offs machen wollen als Serie. Also, die wollen natürlich mit Bond immer noch Geld am Kino einsammeln. Das hat auch damit zu tun, dass Barbara Broccoli und wer noch alles über die Bond-Rechte wacht, dass die auch nicht zulassen wollen, dass es eine reine Streaming-Geschichte wird. Aber was Amazon wohl gerne hätte, wäre Spin-Off-Serien, Spin-Off-Filme vielleicht sogar. Also, eigentlich das nächste Mal auf dem Cinematic Universe ist es dann immer ein Bond-Cinematic Universe. Ach Gott. Wird Alex Rider der neue ... Nee, gibt's doch. Ist Alex Rider ... Ist doch eine Serie auf Amazon Prime? Sagt mir gar nichts. Kennst du das nicht? Nein. Das ist so eine Teenie-Buchreihe über einen 14-, 15-jährigen Jungen, der vom MI6 rekrutiert wird. Kenn ich irgendwie vom Kingsman. Ich kann nicht. Aber die haben doch ... Amazon hat auch diese super erfolgreiche Serie, die auf Tom Clancy basiert. Wie heißt du noch mal? Jack Ryan. Jack ... Jack Ryan. Und ich mein, da gab's ja auch schon die Filme vorher. Und jetzt haben wir hier den Punkt, wo Bond eigentlich einen Restart sowieso kriegt. Das wär eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um wirklich mit so einer Franchisierung, mit einer absoluten Franchisierung anzufangen. Das ist das, womit ich im Moment rechne. Aber wer weiß, es dauert noch drei Jahre oder so. Vielleicht lassen sie aber auch besser die Finger davon. Man muss ja auch nicht immer alles ausschauen. Ja, das ist geil. Das könnte ja versehen nicht ... Ich mein, wir sind halt immer so mit den negativen Beispielen behaftet. Aber ich mein, ich jammer auch mal gerne über Marvel-Filme, aber es ist eigentlich was Cooles, dass das MCU da ist. Und das MCU gibt ja auch einem Kinomomente, die man auf einer anderen Ebene so sonst nicht kriegt, weil es eben so eine Soapisierung von dem ganzen Comic-Franchise ist. Und das hat ja auch Vorteile. Also wenn man's gut macht, dann darf's halt nicht schlecht machen. Wir haben halt so viele Leute gesehen, so viele Studios gesehen, so viele Franchises gesehen, die's auch schlecht gemacht haben. Ja, aber Marvel ist da ja auch ein dankbarerer Nährboden als jetzt die Ian Fleming-Alleinige Comicfigur, äh, Romanfigur James Bond so, ne? Also ich mein ... Ja, das stimmt. Aus wem wollen sie da was quetschen? Ich brauch jetzt nicht die Felix-Leiter-Artser. Also wenn du ein geiles Spin-Off machen willst, brauchst du eine neue Figur. Es muss halt eine geile neue Figur sein. Ich sag mal, es könnte funktionieren, wenn's geil ist. Ja, aber warum machst du dann nicht einfach ... Ich will's nicht. Warum machst du dann nicht einfach ... Ich bin großer Bond-Fan, ich würd's nicht sehen. Ja, und hinzu kommt, warum machst du nicht einfach eine geile Figur? Muss die irgendwas mit Bond zu tun haben? Also, weißt du, also ich ... Ich versteh's nicht. Warum immer nur ... Also es wird langsam echt too much, weil du halt einfach ... Weil sie aus allem irgendwie was rausquetschen wollen, was bereits etabliert und existiert, also etabliert ist und bereits existiert, anstatt mal was Neues wieder auf den Weg zu bringen. Es kann doch nicht sein, dass es immer nur heißt, ja, was Neues auf den Weg zu bringen, ist zu riskant. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du's gut machst, wenn du eine gute Geschichte hast und wenn du irgendwie ein vernünftiges Team dahinter hast, dann kannst du auch was Neues schaffen, was vielleicht Langlebigkeit generiert. Aber noch nicht immer alles. Das stimmt. Aber die zählen halt auf die über eine Milliarde. Das ist halt das. Und wir sind doch diejenigen, die dafür auch bezahlen. Ja. Ich mein, wir lassen auch Sachen floppen, so ist es ja auch nicht. Sie haben immer noch nicht gelernt, dass es auch gleichzeitig ... Es reicht nicht, einen großen Namen zu nehmen. Du musst es halt auch geil machen. Ja. Aber es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Da gibt's auch Ghostbusters Afterlife. Das ist Fanservice der Film. Aber der hat jetzt über 150 Millionen eingenommen mittlerweile und ist damit eine erfolgreiche, also gemessen am Budget, eine der erfolgreichsten Filme des Jahres bisher. Ja, aber der hat dann verstanden, dass er es alles klein halten muss. Weißt du, der hat halt 55 oder 45 Millionen Dollar gekostet und dementsprechend ... Wie hier jetzt? Ghostbusters Afterlife. Ach so. Ich war bei Spider-Man. Entschuldigung. Nee, Spider-Man hat deutlich mehr gekostet. Eben. Ja, so, wir gehen weiter zum nächsten Deal. Und ja, wenn du die richtigen Leute ranlässt, ist ein gutes Stichwort. Denn im Juni gab's dann die Information, dass Steven Spielberg einen Deal mit Netflix unterzeichnet hat. Und alle waren so, was passiert jetzt? Spielberg dreht für Netflix. Oh nein, das kann das sein. Nee, tatsächlich hat einfach nur Amblin Entertainment einen Deal mit Netflix eingegangen im Namen von Amblin Entertainment. Das heißt, dass Amblin Entertainment jetzt, sag ich mal, Filme, Serien und so weiter für Netflix anliefert. Ob da jetzt ein Steven Spielberg involviert ist oder ob er selbst irgendwie gedreht hat, das wird sich zeigen. Aber hat er dann noch mal nach seinem legendären Interview, ich weiß gar nicht, oder ob das mehrere Gespräche waren, sich eigentlich noch mal zu dieser Thematik geäußert? Weil da hat er relativ klar Kante gezogen und gesagt, Filme gehören ins Kino und nicht auf dem Streaming-Kanal. Ich glaube, danach hat er sich erst mal ein bisschen ruhiger verhalten. Weil ich schätze mal, das wird auch eine Menge an ihn herangetragen worden sein. Und in Zeiten wie diesen muss ich, glaube ich, auch in Steven Spielberg dann irgendwie fragen, okay, wenn ich noch Filme machen will, für wen mach ich sie? Und mach ich sie nur noch, oder kann ich sie wirklich immer nur noch fürs Kino machen? Und ich glaube, das ist leider, ich denke mal, wir werden in Zukunft nur noch die wenigsten Filme im Kino sehen. Also nur noch irgendwie ganz speziellen ausgewählt und ein Großteil wird über andere Wege ausgespielt. Ich glaube, was Spielberg gesagt hat, war, dass Filme, die auf Netflix, also net original Netflix-Filme, nichts bei den Oscars verloren haben und so. Ich glaube, er mag halt diese Trennung haben zwischen das ist ein Stream-Film und das ist ein richtiger Kinofilm. Er könnte sich natürlich jetzt auch auf die Fahne schreiben, so, da mach ich halt richtige Kinofilme mal für Netflix, damit die sehen, wie das geht. Gleich ist es ja das. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Bisher ist jetzt auch nichts rausgekommen und wenn nicht was kommt, hoffentlich ist es gut. Und hoffentlich... Am Ende, um da vielleicht auch was Positives draus zu gewinnen, Antje hat es ja eben auch gesagt, 4000 Filme bei MGM. Ich weiß nicht, ob MGM nur rentabel war durch James Bond. Vielleicht ging es denen einfach auch schlecht. Insofern ist ja auch ein Kauf dann am Ende von Amazon ja auch eine Werterhaltung. Also man kann es ja auch mal ins Positive vielleicht drehen, weil viele Streaming-Dienste haben es ja auch geschafft, dass wir viel mehr Inhalt bekommen, was ja für uns, die diese Genre, Serie und Filme ja so lieben, ja auch zugute kommt. Aber vielleicht ist das ja auch was Positives. Also muss man ja sagen. Also weil du es ja auch gerade gesagt hast, vielleicht werden wir nicht mehr so viele Filme im Kino sehen, aber wir wollen ja trotzdem noch die Qualität haben und es gibt ja genügend FilmemacherInnen, die einfach großartig sind und wenn die diese Spielwiesen bekommen, kann ja auch was Gutes bei rauskommen. Also ja, kann vielleicht auch was Gutes bei rauskommen. Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen. So. Und jetzt können wir direkt mal, ich glaube, Juli und August ein wenig zusammenfassen, denn da gab es einen großen Clash, mit dem niemand so richtig gerechnet hat. Die Kinos waren wieder auf, aber es wurde deutlich schwieriger für Kinofilme, dann nochmal irgendwie, oder erst mal so ein bisschen Boden zu machen, denn zum einen war es halt schon so ein bisschen unklar, wie wird jetzt verfahren, wie kommen die Filme raus, sind sie zeitgleich bei Streamingdiensten und dann zeitgleich im Kino und man hat experimentiert. Und unter anderem kam es dann zu einem Boykott hier in Deutschland, unter anderem von Black Widow. Ja, weshalb, wo viele oder einige Kinos gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt nicht so, wie ihr das wollt, Disney, oder wer auch immer, welche Anbieter das auch immer war. Und da hat sich dann diese Cinema Family Group zusammengeschlossen aus mehreren Kinoverbänden oder mehrere Kino-Ketten, die halt gesagt haben, wir können Black Widow nicht zeigen, denn die Konditionen sind einfach zu mies. Und zeitgleich, oder relativ zeitgleich, wurde der Film, glaub ich, auf Disney Plus für 21,99 angeboten. Aber war das Black Widow noch? War da nicht Mulan der letzte Film? Ich meine das ... Naja, Mulan war der erste Film, wenn ich's jetzt so noch ... Genau. Wir haben das doch nur ganz, ganz kurz gemacht, mit dem auch Filme bei Disney Plus für Geld anbieten. Ja, genau. Bei Cruella haben sie's auch noch gemacht. Und das war später, glaub ich. Also Mulan ist ja gar nicht ins Kino gekommen. Er war ja nur auf der ... Genau, ja, ja, ich weiß, genau. Genau. Ja. War da wahrscheinlich Frau Black Widow. Ja, genau. In der Tat wird Black Widow nur einen Tag später. Ach, wow, okay. Und das hat halt, wie gesagt, erst mal große Wellen geschlagen, aber dann gab's halt dann noch größere Wellen, als dann der Star des Films plötzlich gesagt hat, ja, nö, das ist nicht so das ganze Geld, was ihr mir zuversprochen habt und so weiter. Und jetzt, wenn ihr den Film parallel im Streaming-Dienst rausbringt, dann gehen mir ja Einnahmen flöten. Beziehungsweise dann wird der Vertrag nicht so eingehalten, wie er eigentlich eingehalten werden sollte. Beziehungsweise hat mir auch niemand was zu diesen Vertragsverhandlungen gesagt. Und dementsprechend hat Scarlett Johansson Klage gegen Disney eingereicht. Was mit einer ziemlich scharfen Antwort von Disney kommentiert wurde, wo sich alle gefragt haben, wie kommt das oder wie ist das? Also was soll das? Also warum gehen sie da jetzt so offensiv vor? Und ja, inzwischen wissen wir, man hat sich wieder geeinigt. Aber das war ein Prozess, auf den man dann doch interessiert geblickt hat, beziehungsweise der dann ja auch insofern weitere Kreise geschlagen hat, als dann noch andere Stars oder Damen überlegt haben, ob sie jetzt vor Gericht gehen sollen, wie zum Beispiel Emilia ... Emma Stone. Emma Stone. Und Frau Blunt, die ja beide auch gedacht haben, hm, vielleicht sollten wir da auch mal ähnliche Schritte einleiten. Aber inzwischen hat sich rausgestellt, auf jeden Fall Frau Stone und auf jeden Fall Frau Johansson drehen weiterhin mit Disney. Und Emily Blunt doch auch, macht doch Jungle Cruise 2, oder? Macht sie auch, okay. Dann haben sie alle drei neue Verträge und offensichtlich hat man sich außergerichtlich geeinigt. Aber ja, es wär spannend geworden, wenn das irgendwie noch ... Der wichtige Punkt, den du gesagt hast, ist, es geht um Disney. Also auch, wer sich scharf geäußert hat, das war ja Disney. Das war der Nachfolger von dem Ex-CEO Bob Iger. Ich weiß nicht, wer der Nachfolger heißt. Bob Scharpek. Ja, der hat sich so schlimm geäußert. Und man ... Was hat er denn gesagt? Er war ja hinter den Kulissen ... Ähm, bitte? Marco, sag mal ganz kurz, was der gesagt hat. Ich erinnere das nicht mehr. Oder in welchem Wortlaut. Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Daniel, hast du die parat? Den genauen Wortlaut hab ich nicht mehr parat. Das tut mir leid. Nee, ich auch nicht. Also, das war so ein öffentliches Statement von Disney. Und das war wirklich ... Da haben alle in der Branche gesagt, das war ungewohnt scharf. Und sie verstehen gar nicht, wer das irgendwie freigegeben hat. Weil das hätten wir normalerweise eigentlich gar nicht freigegeben dürfen. Okay. So paraphrasiert war das so was wie, sie hat doch schon genug Geld bekommen. Und weißt du, in der Zeit, wo es allen Leuten schlecht geht, ist sie jetzt nicht bereit, ein bisschen zurückzustecken. So ein Wording, das man ja gerne auch bei Fußballern hört. So in der Richtung war es, zumindest meine Erinnerung. Oder so scharf klang es dann durch. Und das Interessante war, dass wohl im Hintergrund Kevin Feige, der ja Marvel Studios-Chef ist, und auch Bob Iger, der immer noch so als Consultant, also beratend oder im Vorstand sitzend, da auch noch involviert ist, dass die zwei das dann zusammen gelöst haben mit Scarlett Johansson und dem neuen CEO. Also daher konnte es auch zu einer Einigung kommen. Sie war nie sauer auf den alten CEO und nie sauer auf Kevin Feige. Weil die hatten nichts damit zu tun. Und die haben sich dann auch gewundert, warum Disney sich jetzt so äußert. Aber das ist ja auch alles gerüchteweise. Aber so wie es, natürlich die Einigung, sieht es auch so aus, als wäre es wohl so gewesen. Ja, muss man halt gucken, ne? Ob man weiterhin, ob man halt ganz oft das Geld verzichtet oder beziehungsweise auf die Zusammenarbeit verzichtet oder halt eben eine Lösung findet. Nee, ich glaub, die arbeitet jetzt wieder mit denen. Ich glaub, irgendeinen Film dreht sie, der von Disney produziert ist oder sowas. Aber ich kann mich auch täuschen. Also Scarlett Johansson macht jetzt irgendwie hier diesen ... Wie heißt dieser Ride im Disneyland? Irgendwas mit Tower of Terror? Tower of Terror? Da gibt's jetzt wohl eine Verfilmung zu und da wird Scarlett Johansson die Hauptrolle übernehmen. Was im Zuge dessen halt dann auch irgendwie noch mal interessant war, war dann halt die Einigung auf ein neues Verleihfenster. Denn da hat man sich dann auf 45 Tage geeinigt, dass Filme jetzt exklusiv 45 Tage im Kino laufen und danach kommen sie halt zu den Streaming-Dienstansbietern. Wobei diese Regelung ja schon ein bisschen älter ist, weil diese Diskussion gab's ja schon ... Da war das Fenster aber größer. ... von Universal. Nee, ich meine auch, dass das so in dem Dreh war. Schau mal bitte nach. Universal hat sich ja da mit AMC angelegt, mit der Kinokette, im Zuge von Trolls, glaube ich. Damit hat das Ganze angefangen. Ja, das war ja letztes Jahr dann noch. Genau, das war ja letztes Jahr noch. Also das war jetzt aber speziell auf Disney bezogen, dieses Verleihfenster, oder? Und nicht generell. Nee, Warner hat dann auch irgendwann nachgezogen, beziehungsweise hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen das noch dieses Jahr, dass wir die Filme ... Mit HBO Max. Mit HBO Max, dass wir diese Filme parallel zu HBO Max rausbringen. Was sie meiner Ansicht nach hätten revidieren können. Das wär keiner böse gewesen. Aber das ist eine Entscheidung, die muss ich nicht treffen, Gott sei Dank. Aber sie haben halt gesagt, ab 22 schließen sie sich auch dem System an, nach 45 Tagen die Filme dann auf ihrem Streaming-Dienst zu bringen. Wobei das Interessante ist, was du gerade gesagt hast, es wäre keiner böse gewesen. Ich glaube schon, ich glaube die HBO Max-Kunden. Weil wenn die halt wirklich gesagt kriegen, so, und wir können in diesem Jahr oder ab sofort die Warner-Filme alle direkt da gucken, dann hätten da bestimmt, oder haben bestimmt viele Leute dieses Abo eben auch abgeschlossen aufgrund dieser Ankündigung. Und ich glaube, das war schon sinnig, dass sie gesagt haben, gut, zumindest dieses Jahr noch, weil sonst hätten die, glaube ich, von den Kunden und Kundinnen, glaube ich, echt auf den Deckel gekriegt. Aber in Anbetracht der Filme, die sie halt noch auf der Uhr hatten, hätte ich bei dem einen oder anderen vielleicht gesagt, okay, es tut uns leid, hier kriegt ihr einen Monat umsonst, aber wir bringen den Film jetzt ins Kino und nur ins Kino. Ist nur meine Meinung, aber deswegen weiß ich nicht. Aber hat sich denn an diesem Verwertungsfenster, an dieser prozentualen Beteiligung von Disney an den Erlösen der Kinotickets was geändert? Nee, leider nicht. Beziehungsweise hat... Das ist nämlich das Problem, mit dem die meisten Kinos immer noch zu tun haben, ne? Dass Disney, bestes Beispiel, hier Avengers Endgame damals gesagt hat, Leute, jedes Kino, Avengers Endgame, fünfmal am Tag für das Doppelte an prozentualer Beteiligung, ne? Jüngstes Beispiel, Spider-Man Far From Home. Ich weiß nicht, wer da die treibende Kraft ist, aber ich hab zum Beispiel von der York-Gruppe, glaube ich, in Berlin, die haben gesagt, es tut uns leid, aber unter den bestehenden Konditionen können wir Spider-Man No Way Home. Aber warum? Ich versteh's nicht. Das ist so kontraproduktiv. Gerade jetzt. Genau. Also nicht von den Kinos, sondern vom Verleih. Das ist mir ein Rätsel. Ich versteh's auch nicht. Also ich versteh nicht, warum man jetzt so, ja weiß ich nicht, so aggressiv an Sachen festhält. Sie kannibalisieren ja ihr eigenes Outlet. Was du gerade gesagt hast, in diesen Zeiten, die Kinos so zu malträtieren und so zu drücken, ist so eine Katastrophe, weil die sind ja darauf angewiesen, dass die Leute ins Kino gehen und ein Spider-Man-Film rettet die ja auch durch so eine Zeit. Vor allem, wenn wir, ich mein, ich weiß, bisher ist es so, dass in Sachsen, glaub ich, alle Kinos dicht sind. Mal gucken, was nach Weihnachten passiert, ob da nicht noch landesweit wieder Kinos in größerer Zahl schließen müssen. Vor allem in einer Zeit, wo es halt auch echt nicht stabil ist, welches Kino gerade auf hat. Genau. Also, das versteh ich halt auch da nicht. Ja, und dann kommt so ein Film daher, wo wirklich viele Leute ein Interesse haben. Es gab Newsberichte über die Vorverkaufszahlen, die so sensationell gewesen sein sollen. Wenn man da irgendwie nicht sagt, okay, anhand der Vorzeichen, ah, alles cool, ne, machen wir mal ein bisschen weniger oder was weiß ich, oder bleiben wir beim alten Tarif oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Obwohl, der alte Tarif soll ja auch schon nicht so cool gewesen sein. Also, das ist ne, da, 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 aber, beziehungsweise bei entsprechenden Filmen, das ist nicht nur bei Disney, es ist auch bei anderen Verleihern, bei Universal und bei Warner war es genauso. Die entsprechenden Filme haben halt entsprechende Konditionen und haben halt entsprechend die Kinos in die Knie gezwungen. Und das ist in diesen Zeiten meiner Ansicht nach nicht cool und nicht richtig, einfach so, sagen wir es so, nicht richtig. Das macht keinen Sinn, aber. Ja. So, wollen wir weitergehen? Im September, wir müssen wir. Immer. Ja. September kam die große Bombe, Warner wird nicht mehr mit Christopher Nolan zusammenarbeiten. Christopher Nolan hat sich, nachdem er auch etwas unglücklich war, über die Release-Strategie zu Tenet von Warner erst mal getrennt, beziehungsweise geht jetzt erst mal einfach andere Wege. Ich weiß gar nicht, ob die so im Clinch auseinandergegangen sind oder ob man das jetzt wirklich als Trennung bezeichnen kann, aber sie wollten seinen Film über Herrn Oppenheimer, dem Erfinder, oder beziehungsweise einem Miterfinder der Atombombe, wollten sie jetzt wohl nicht machen und dementsprechend macht es jetzt Universal. Ein Novum. Aber ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein One-Picture-Deal oder ist das ein klassischer, wir gucken mal, Herr Nolan, was die da noch im Köcher haben? Wird man sehen, ne? Also, wird sich zeigen. Vor allem, weil ja auch dann diverse andere Kräfte jetzt auch erst mal anderweitig sich beschäftigen, ne? Hans Zimmer zum Beispiel hat ja gesagt, er möchte gerne lieber Dune machen als Tenet oder jetzt Oppenheimer. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wie Nolan, wie persönlich er das nimmt oder wie endgültig er Sachen sieht, ich weiß es nicht. Aber ich fand's schon erstaunlich, weil Warner ist ja halt echt eins der wenigen Studios, die sich noch so eine Studio-Künstler-Beziehung irgendwie immer geleistet haben oder aufrecht erhalten haben. Das gibt's ja gar nicht mehr so häufig oder so in einer solchen Form, wie's vorher zum Beispiel mit einem Stanley Kubrick der Fall war. Und dann halt mit dem Christopher Nolan, dem wurde ja halt einfach richtig viel Vertrauen geschenkt, der durfte ja auch richtig viel machen. Gut, er hat auch dem Kino, äh, der, der dem Studio auch richtig viel Geld gebracht. Also, dementsprechend war das ja schon irgendwo, hatte ich das mal ausgeglichen, aber, ja, eine derartige Beziehung, find ich, gibt's momentan nicht mehr oder gab's bislang halt einfach nicht mehr. Ja, ich hatte grad überlegt, ob Robert Zemeckis und Universal, aber ich komm, weil ich meine, seine letzten Filme waren zumindest für Universal. Naja, ich würd sagen, Tarantino und Miramax, also Weinstein. Ja, gut. Das war so eine Beziehung und ich glaub, das ist auch ein Ausblick, wie's bei Nolan weitergehen wird. Tarantino versteigert jetzt die Filme, ja, immer die er macht. Also, er sucht sich das Studio hin, er kann sich jetzt raussuchen, und ich denke mal, das wird Nolan auch so machen. Der wird sich nicht mehr binden an ein Studio, sondern der guckt halt, wie die Zusammenarbeit mit Universal läuft und wer mehr Geld bietet für den nächsten Film. Aber es hängt auch davon ab, wie seine Filme laufen, weil die von Tarantino sind ja doch am Ende immer erfolgreicher geworden tatsächlich. Und bei Nolan war's, bei Tenet ja auch natürlich wegen Corona, aber so eine Mixed-Sache. Vor allem ... Wir sind jetzt von Cruise und Paramount. Stimmt. Wo wir bei der nächsten News für August, nee, Quatsch, wo wir im September wären. Tom Cruise musste seinen Traum beerdigen, als erster Mensch im All drehen. Die Russen sind ihm zuvor gekommen. Oder der Russ. Das war schon eine starke Nachricht, aber tatsächlich, für einen russischen Film wurde die Hauptdarstellerin Julia, nee, doch, Julia Perisild wurde ins All geschickt, nach einem sechsmonatigen, halbjährigen Astronautentraining, um dort in dem All dann eben ein paar Szenen für den Film, in dem sie mitspielen soll. Und ich wende mit dir, das ist dann so schlecht geworden, dass es viel besser ist als in so einem geilen Queenscreen. Das ist halt die Frage, aber das ist auch die Frage, die ich mir bei Tom Cruise gestellt hätte. Ist es wirklich so viel, also hätte man das wirklich so doll gesehen, dass es jetzt wirklich im All gedreht worden ist, oder hätte man am Ende da gesetzen und hätte gedacht, naja, bei Gravity sah es genauso aus. Das ist reine PR. Weil alle gesagt haben, ich gehe ins Kino, um mir anzugucken, ob das wirklich so ist. Das ist doch genauso wie mit, er hängt an der Seite des Flugzeugs und er wäre ein Stein vom Rollfeld hochgeflogen, es hätte seinen Schädel zertrümmert bei Mission Impossible. Du bist dein Freund, du glaubst ihm das nicht. Dass er das gemacht hat. Dass der Stein ihn zertrümmert hätte. Na, aber ich meine, aber er macht's ja. Er macht's ja. Ja, 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 klar. Aber wie gesagt, ich meine, das ist ja auch eine enge Bindung. Top Gun, Maverick ist doch Paramount, oder? Genau. Mission Impossible auch. Ja, genau. Also da. Ja, und die haben ja, Maverick ist jetzt, Gott sei Dank ja noch weit in 2022. Genau, aber ist das wieder Independence Day nächstes Jahr? Oder ist das noch später? Das weiß ich nicht. Wieder Juli. Nee, aber warte mal. Kommt jetzt Mission Impossible im Mai raus? Nee, die haben sich ja, es ist einmal verschoben worden. Genau. Ich glaub, jetzt im Mai kommt Top Gun. Genau. Und dann im, genau. Ja. Aber dann fliegt Tom Cruise halt einfach noch ein Stückchen höher als diese russische Schauspielerin. Dann kann er sagen, er war der höchste Mann im Weltall. Der höchste Schauspieler im Weltall. Oder er baut sich seine eigene Raumstation, auf der er drehen kann. Apropos Raumstation, habt ihr diesen fünf Minuten Anfang gesehen von Moonfall? Noch nicht. Ich wollte es nicht sehen, weil ich möchte den Film eigentlich so im Kino sehen. auf den ich mich ja aus irgendeinem Grund ein bisschen freue. Ich freu mich. Ich freu mich auch. Ich freu mich. Ich freu mich auch drauf. Ich hoffe auch, Herr Emmerich wird für das ein oder andere Interview oder für die ein oder andere Geschichte zur Verfügung stehen, aber ich hätt Bock drauf. Haben sie den Mund wirklich zu Fall gebracht? Ja. Wäre eine Frage, ja. Deswegen. So. Machen wir weiter im Oktober. Wir müssen das auch, ja, wir müssen das Jahr fertig kriegen. Ja, okay. Oktober war oder wurde erst mal begleitet von einem Streik. Die Theatergewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees I-A-T-S-E hat einen Streik angekündigt, weil sie nicht mehr mit den bisherigen Konditionen zufrieden waren, vor allem was das Arbeiten für Streamingdienste angeht, denn das wurde zu einem Zeitpunkt irgendwie mal beschlossen, als Streamingdienste noch keine große Nummer waren. Und jetzt wissen wir, Streamingdienste sind mittlerweile der nächste große Shit. Und dementsprechend mussten diese Verträge angepasst werden. Also die Gewerkschaft wollte halt, dass da, dass die Vergütung halt ebenfalls auf Arbeiten für Film und Fernsehen angeglichen wird oder dass, ja, dass es halt ein gleiches Level erreicht. Und da gab's mal kurzzeitig richtig Schwitzen in der Branche, weil hätten die wirklich alle gestreikt, ja, dann wär's vielleicht um einige Produktionen auch, hätt's dann arg ausgesehen. Es schlägt ja ein wenig in die Kerbe mit den Schauspielerinnen und Disney, dass die ja auch gesagt haben, wir haben eigentlich für eine Kinoauswertung unterschrieben, weil mit einer Kinoauswertung gewisse Ansprüche an ein gewisses Gehalt einfach geknüpft sind. Und ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es auch noch bei vielen anderen Technical Departments so sein wird in der nächsten Zeit. Ja. Und die weitere große News, ich mein, der Streik wurde Gott sei Dank abgewendet, man hat sich einigen können, Verträge sollen jetzt angepasst werden, werden angepasst. Es gab dann sogar noch einen weiteren Streik, der dann in den November reingreift, der wurde dann zum Boykott gegen Konstantin-Filme aufgerufen, weil die wohl sich auch bei der Drehbuchautorengilde nicht so ganz korrekt verhalten haben. Und ich hoffe, da findet man jetzt auch eine Einigung. Soweit ich weiß, ist der Prozess noch am Laufen. Da ist man noch irgendwie, da sucht man noch, glaube ich, eine Einigung. Aber es ist wohl von Konstantin-Seite gesagt, also es ist von Konstantin-Seite gesagt worden, dass man sich halt um eine Einigung bemüht und eigentlich auch alles eingehalten hat, was so eingehalten werden sollte. Was den Oktober aber trotzdem noch überschattet hat und ich denke, da wird es auch noch mal, das wird auch noch mal eine Entwicklung mit sich bringen. Das war die Tragödie am Set des letzten Films oder des neuesten Films von Alec Baldwin. Ein Western. Ist das schon wieder zwei Monate auch hier? Ein Western namens Rust, wo halt eine angeblich kalte Waffe, Cold Gun war der Begriff, der durch die Medien ging, Alec Baldwin überreicht worden ist. Der hat diese Waffe abgefeuert und ja, offensichtlich war sie halt eben nicht Cold, sondern sie war geladen und hat jetzt halt eine Kamerafrau namens, oh Mann, den Namen muss ich jetzt noch mal, ähm, also den Regisseur oder die Regieassistentin, glaube ich, und die Kamerafrau, deren Name, ich jetzt leider... Der Regisseur und die Kamerafrau. Genau. Der hat die Kamerafrau erschossen und die Kugel ist wohl durchgegangen und hat dann auch noch den Regisseur getroffen. Genau. Halina Hutchins heißt die Dame, die halt eben durch diesen Dreh und durch diesen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist, während der Regisseur, glaube ich, mit Leben davongekommen ist, aber jetzt wohl auch doch schwer traumatisiert sein soll. Und dann gab's natürlich diverse Sachen. Crew-Mitglieder sagten, dass es eh ein katastrophaler Zustand war, es werden schon Leute vorher abgewandert. Der Typ, der, ähm, der Mann, der eigentlich für diese Waffen verantwortlich ist, glaube ich, der war schon bei einem anderen Set, wo es zu einem ähnlichen Vorfall oder Unfall gegeben soll, äh, gekommen sein soll vor, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre zuvor oder irgendwie sowas in der Richtung. Also es gab viel, was plötzlich dann an Erklärungsversuchen und Elementen und Inhalten irgendwie herangetragen worden ist, um dem Ganzen halt ein großes Bild zu geben, wie halt teilweise an Sets gearbeitet wird oder eben halt auch welche Sicherheitsmaßnahmen da außer Acht gelassen werden. Und ich denk mal, dieser Vorfall, der Prozess läuft noch, der wird auch noch mal seine, seine Konsequenzen mit sich bringen. Also ich hab eine Frage, ne? Also in, in Zeiten, in denen wir lebensechte Raumschiffe durchs Weltall fliegen lassen können, in den Serien, in denen Drachen, äh, auftauchen, Kinder zaubern können, ich mein, in, in Roboter sprechen und sich in Trucks und, äh, Camaros verwandeln. Warum, ich versteh, also ich versteh's nicht, warum gibt es so etwas wie eine Hot Gun und eine Cold Gun? Also warum, du kannst ja Repliken bauen, die nichts, also die, die aus Seife sind, aus Wachs, aus Styropor, aus Holz, die, die total real aussehen. Wenn du Geld sparen willst. Wie bitte? Wenn du Geld sparen willst und das ist ja der Punkt, also egal, was bei Alec Baldwin rauskommt, er war ja auch Produzent des Films, auch wenn er sagt, er hat nicht gewusst, wie schlimm die Zustände sind, das hat er erst alles danach gehört, als Produzent des Films hat er immer noch eine Hauptverantwortung und er hat halt diese Kosten gespart. Es gibt Filme wie John Wick zum Beispiel, wo ja auch keine echten Waffen verwendet werden, zumindest nicht bei diesen Nahkampfszenen, die verwenden ja Waffen, die, wo der Schlitten sich nach hinten bewegt und das Mündungsfeuer ist komplett digital, damit sie diese Actionsequenzen so machen können, wie es da geht. Und deswegen haben wir auch im Zuge dieses Unfalls, haben auch viele Hollywood-Leute halt auf Twitter auch gefordert, dass man doch endlich mit Waffen aufhört, mit echten Waffen zu arbeiten. Genau das, was du sagst. Also es gibt diese Forderungen im Raum und vielleicht wird das dann auch irgendwann was. Aber ist der Kostenpunkt, Entschuldigung, Marco, ist der Kostenpunkt, denn für eine Waffe nachzubauen so hoch, die sind teilweise sogar teurer, glaube ich, was ich gelesen hab, weil, und das ist, das hat ein, 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 ja, so ein Waffenkonstrukteur und so ein Special-Effect-Mitarbeiter auf Twitter ganz gut aufgedröselt, da gab es einen echt langen Thread, wo er gesagt hat, dass diese Waffen normalerweise gar nicht diese Stichflamme erzeugen, die man halt eigentlich für einen Film gerne haben möchte, gerade wenn halt der große Westernheld irgendwie die Knarre in die Kamera irgendwie hält und dann abdrückt und man in Zeitlupe vielleicht eine Patrone rauskommen sieht oder sonst irgendwas. Du willst dieses Mündungsfeuer haben und dieses Mündungsfeuer, das war halt lange die Theorie, die wird halt erzeugt durch so eine Art Druckpatrone, die eigentlich im Lauf ist, ja, und man war, er war sich zumindest der, er war so zumindest der Meinung, dass, oder zumindest dem Glauben, dass eben genau dieses Projektil, diese Patrone, die da in diesem Lauf drin ist, die halt für diese Stichflamme sorgt, so eine Gaskartusche, dass die das war, die halt rausgefeuert worden ist. Achso, und die Hutchins. Die, genau, die Hutchins dann getroffen hat und halt dementsprechend, weil sie halt gesplittert ist, weil sie kein richtiges Geschoss war, eben halt auch den Regisseur dann verletzen konnte. Das ist aber halt alles noch nicht so richtig erwiesen, weil man hat auch wirklich, was ich gelesen habe, in einem Tickel, in Waffenlage, also so ein Waffendepot mit richtigen Waffen beim Set gefunden. So, von dem auch keiner wusste, wie es da hinkommt. Ja, ich meine, wie lange ist das her? Vor 20 Jahren ist doch hier Brandon Lee auch gestorben. Genau, genau. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt plötzlich aus nirgendwo aufgetaucht und passiert ist, sondern es ist ja schon mal passiert. Aber diese Diskussion auch über die Zustände in der Produktion, da gab es ja auch, viele Produktionsmitglieder, die sich gemeldet haben, gesagt haben, dass diese Kameracrew zum Beispiel gewechselt hat oder wer auch immer das lag, aber auch daran, dass die irgendwie Probleme hatten mit dem Hotel und gesagt haben, wir wollen eigentlich, keine Ahnung, mehr Sterne Hotel haben und die Produktion gesagt hat, das gibt es nicht, alle fühlen sich sonst wohl. Also es gibt auch genügend Stimmen, die gesagt haben, Produktionsbedingungen waren nicht so katastrophal. Das ist ja dieses Digging vor Fehler, ne? Also dass sie natürlich dann gucken und das, was Marco gerade gesagt hat, er steht natürlich als Produzent dafür gerade, aber wenn du dir die Kette jetzt anguckst, sie suchen natürlich irgendwo einen Schuldigen und irgendwann wird es dann bei ihm auftauchen, womit er leben muss in diesem Konstrukt, was aber natürlich auch, also dieses Interview, wo lief das ABC-Interview mit Alec Baldwin, wo er das erste, das er gegeben hat, wenn man sich das mal anguckt, das ist, also das ist ganz schlimm, was der Kamerafrau passiert ist, aber der Alec Baldwin, der ist auch hinüber, ne? Logischerweise. Ja. Vor allem, er war ja auch so die Hollywood-Speerspitze des Trump-Parodierens, also für Saturday Night Live und jetzt stürzen sich natürlich die ganzen Rechten noch mehr drauf. Das ist eh schon tragisch, aber die verkaufen jetzt T-Shirts, in denen drin steht nicht Not Guns, Kill People, Alec Baldwin das. Ich mein, Trump, hier, Donald Trump Jr. verkauft diese T-Shirts, macht Werbung für die. Also, er kriegt auch von dieser Seite noch, also er, egal wie sehr er schuld dran ist, er leidet darunter auch, auch. Ja. Ja, das ist schlimm, was da jetzt passiert. Der nächste amerikanische Präsident, wer das wieder wird. Ja, leider nicht so eine schöne Nachricht, zum Ende hin. Ja, November hab ich jetzt gesagt, wir sind gespannt, was daraus kommt, also was daraus entstehen wird und wenn es zu einer Verbesserung der Prozesse am Set und der Sicherheit am Set führt, dann braucht man tragischerweise eben halt eben so einen weiteren Vorfall, aber in der Hoffnung halt, dass es nie wieder zu einem solchen Vorfall kommen wird, eben weil die nötigen Sicherheitsstandards jetzt gewahrt werden. Also, es ist halt immer das typische Beispiel, was uns jetzt da ja auch begleitet. Im Dezember, die News, die uns überschattet, haben wir gerade vor der Sendung abgearbeitet und man ist da halt auch, man hat auch eine Teilschuld, egal wie oft irgendwie, also wie wenig man mitbekommen hat, wie wenig Überblick man gehabt hat, wie wenig man hingehört oder hingeguckt hat. Also, irgendwo muss man sich halt auch immer an die eigene Nase fassen, selbst wenn man nicht wirklich direkt daran beteiligt war oder halt die ganze Sache verursacht hat. Also, um jetzt ohne diesen Fall auch intern bei euch anzusprechen, aber es geht ja immer auch um Vertrauen. Also, ich glaube, wir wollen ja alle in einer Welt arbeiten und leben, also, in der man den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch vertraut. Also, ansonsten funktioniert es nicht. Du kannst nicht so viele Kontrollmechanismen einbauen, diese hundertprozentige... Ja, das ist halt egal. Aber wenn du halt eine wirklich, wenn du eine glasische Schusswaffe hast, dann müssen da noch mehr sein. Absolut. Also, das möchte ich in keinster Art und Weise negieren, aber da gibt es ja viele Schritte vorher. Ja. Also, wer kümmert sich darum, was passiert da, warum muss das so sein? Marcotz eben auch nochmal technisch und physikalisch erklärt, du auch nochmal, also, die Überlegung, die dahinter steckt, aus budgetären Gründen, ne, das ist, ich glaube, im Kontext eines Films, und der hat jetzt bestimmt ja auch nicht, äh, 1000 Dollar gekostet, sondern war es 10 Millionen, 20 Millionen, lass es die, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Budget in der Kreation solcher Waffen so monstermäßig den Unterschied macht. Ja. Ne, also, im Gesicht, also, ja, ja, du, bin ich vollkommen bei dir. Beziehungsweise, ob man es wirklich braucht, dass der Typ in die Kamera schießt, beziehungsweise, ob dann wirklich ein Kameramann hinter der Kamera stehen muss, wenn er das macht. So, ne, also, das sind ja alles solche Sachen, die man halt in Zukunft auch inszenatorisch bedenken sollte, beziehungsweise mit einplanen sollte. Ja, und jetzt noch ein bisschen was Erfreuliches zum Schluss, vielleicht hoffentlich für den einen oder anderen, jetzt sind gerade die Golden Globes Nominierungen im Dezember rausgekommen, gab's irgendwas, worüber ihr euch gefreut habt? Also, ich muss sagen, ich fand's cool für Dune, oder ich find's cool für Dune. Ich, du hast natürlich recht gehabt, Leonardo DiCaprio wurde für die beste Hauptrolle in einer Komödie oder Musical, ähm, nominiert, aber ansonsten muss ich sagen, ja, sind noch ein paar schöne Sachen dabei, oder? Also, ich war überrascht, im ersten Moment war ich überrascht zum Beispiel von Emma Stone in Cruella als beste Hauptdarstellerin Komödie Musical, dann hab ich aber wiederum gedacht, eigentlich ist es eine typische Golden Globe Rolle. Also, die wird jetzt nicht für den Oscar nominiert werden, denke ich dafür, aber es ist einfach so dieses typische Golden Globe, schmückt sich ja dann immer auch gerne eher so mit schillernden Rollen und, äh, äh, nominiert auch gerne nach der, nach dem Star, ne? Und, äh, dass Emma Stone da für Cruella nominiert ist eigentlich letzten Endes doch gar nicht so überraschend. Und ich, wir mochten den Film ja beide, von daher können wir dasselbe geworben. mein Herz schlägt für Antje immer, wir sind da sehr, auf andere, aber ich muss dazu sagen, für mich hat, äh, hat diese Nominierungshiste der Golden Globe einen extrem faden Beigeschmack, äh, einfach durch die Diskussion der letzten Monate und auch das, was da hervorgetreten ist. Deswegen, ich hab mir das angeguckt und ich seh's genauso wie du, also, die Golden Globes haben immer Stars nach ihrem Status eher, äh, nominiert und wer kommt bei uns auf den Teppich und wer sitzt am Ende am Tisch? Also, wie glamourös ist die Veranstaltung? Es hat sich jetzt ja auch gezeigt, dass da einfach viel, viel schief gelaufen ist, ne? Und ich bin mal gespannt, wie, also, ich glaub, die übertragen ja diesmal auch gar nicht, ne? Die, ähm, CBS, glaub ich, hat, äh, ja, 20, 22 den Stecker gezogen aufgrund dieser Vorkommnisse. Mal schauen, was danach wieder passiert, aber die müssen jetzt den Turnaround erst mal schaffen, ne? Ja. und das, das wird ehrlich gesagt die größere Anstrengung für mich. Also, ich find's, ich find's interessant, dass sie trotz die Diskussion Nominierungsliste rausgegeben haben. Aber auch so komplett überraschend, also, was ja auch damit zusammenhängen könnte, dass die ja im Vorfeld jetzt nicht wahrscheinlich für, für sowas sorgen, wie bei den Oscars, so eher an dem und dem Tag, da werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben, dann nehm ich mir aber für den, für die Stunde am Mittag nehm ich mir frei und guck das. Damit kann die Hollywood Foreign Press Association ja momentan nicht so wirklich werben, damit das die Nominierungen rausgibt. Aber die Präsidentin, die neue Helen Höhne, ähm, ist, also, die mag ich total gerne, ist wirklich eine, eine tolle Frau, die ich schon seit Jahren kenne, ähm, die, glaube ich, auch in ihrem, in der Art und Weise, wie sie dieses Genre lebt und, und liebt und das ja auch schon seit langer Zeit macht, glaube ich, dieser Organisation gut tut und ich hoffe, dass sie auch die Möglichkeit bekommt, da den Laden mal rechts und links äh, umzudrehen, ne? Ich meine, alleine, was du gerade gesagt hast, ich meine, die haben die Nominierungen bekannt gegeben, Snoop Dogg, ne? Was auch schon wieder, ach so, oh, das, ne, wo du auch schon wieder sagst, die Namen alle nicht aussprechen können, ne? Ich hab mir ein paar Videos dazu angeschaut. Ach so. Na, ich bin, ich bin großer Snoop Dogg-Fan, aber das ist ein bisschen eine andere, ich meine, ey, warum nicht ein bisschen Grasdampf mit reinbringen? Immer. Aber, äh, für mich als jemand, der die Nominierung außer mit Snoop Dogg nicht wirklich verfolgt hat, gibt's irgendwelche Überraschungen? Äh, Frage eins und Frage zwei ist Andrew Garfield für Tick-Tick-Boom nominiert? Ja. Ja. Okay. Und das ist doch schon mal, ne? Das ist doch schon mal was. Ja. Ein Musical nehm ich dann an, oder? Hast du nominiert? Ja, ja, ja. Genauso wie West Side Story. Ein bisschen überrascht war ich noch über den Hauptdarsteller aus In the Heights. Den hätte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Stimmt, In the Heights hat ja auch keine auf dem Schirm. Da gäbe ich auch eine Riesenkontroverse zu In the Heights. Zu In the Heights? Ja, da haben sie doch auch, das ist doch Lin-Manuel Miranda, der das auch geschrieben hat. Und da war ja auch die Darstellung der Community nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern auch die DarstellerInnen auch nicht so gecastet. Da hat er auch ziemlich Ärger für gekriegt und musste sich auch öffentlich dafür entschuldigen. Ich freue mich, dass Licorice Pizza schön viel Preise und Huldigung abbekommt, denn da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich freue mich über Don't Look Up natürlich. Ja, Don't Look Up hat auch ein bisschen was abgesahnt so, aber ja, Paul Thomas Anderson, Spielberg, ich meine, ey, Spielberg, der wird, hoffentlich kriegt der einige technische Dinge ab, also West Side Story ist wirklich technisch. Also die Kamera nicht auszuzeichnen, egal bei welchem Preis. Ja. Und ja, bei den aus, ja, was haben die, die Fremdsprachigen ist natürlich auch schön, Compartement Nummer 6, den habe ich auch noch auf der Liste, da freue ich mich drauf, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass sowohl Parallele Mütter nominiert wird, der neue von Aldomovar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil der soll auch ganz gut sein, Drive My Car ist so ein Festival-Kritiker-Liebling, der jetzt gerade überall durchgereicht wird, der wurde auch nominiert und The Hand of God, der jetzt gerade auf Netflix erschienen ist, äh, mit, von Paolo Sorrentino, den ich nur wärmstens empfehlen kann, meine lieben Freunde, nochmal. Parallele Mütter müsste Spanien sein, Sorrentino Italien, was ist Drive My Car? Äh, Japan, glaube ich. Japan, ja. Und, das war's. A Hero ist noch der letzte ausländische Film. Gut, so. Hätten wir das ja schon mal news-technisch abgehackt. Ging doch einiges, oder? Ja. Wir haben eine Sache vergessen, glaube ich, oder hattest du dir überlegt, die Amazon-Richtlinien? Ja, das fast wollte ich das finde ich gut. Dann lass uns das auch. Es gab diese Richtlinien. Es gab diese Richtlinien. Wie ein Dreh funktionieren soll. Nee, wer gecastet werden soll. Und das ist ein Thema. Aber da haben wir ja auch drüber gesprochen. Da kann man eine eigene Sendung mal zumachen. Da kann man eine eigene Sendung zumachen, auf jeden Fall. Und das am besten auch dann mit Wolfgang M. Schmitz, der hat da nämlich auch noch ein paar interessante Dinge zu hören. Ich wollte gerade sagen, wir können ja sein Video einfach empfehlen, das finde ich wirklich sehr gut. Genau. Also über die Amazon-Richtlinien. Genau, guckt euch das Video von Wolfgang an zu den Amazon-Richtlinien und dann solltet ihr eigentlich gut informiert, wie emotionalisiert sagt. So, apropos, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben noch ein paar Geschenke für euch. Wollen wir die nach einer kurzen Pause vergeben? Musst du dringend? Ratschung auf Direktor. Ja, tue ich. Sehr charmant. Daniel. Entschuldigung, ich muss aufregen. Sehr charmant gelöst. Direkt fragen. Ja, aber ich muss sie vorher, es tut mir leid, ich mach's ganz schnell. Ich mach's ganz schnell. Es tut mir leid. Aber wir müssen ja gleich die Kinostarts anzeigen und dann, ja. Ach komm, wir machen's jetzt. Komm. Hier, äh, egal. Kurze Pause. Nein, nein, wir machen keine Pause. Ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt. Wir verlosen. Wir verlosen. Drei Mediabooks zu Dobermann von Jan Kuhnen mit Vincent Kassel und Monika Bellucci in der Hauptrolle. Ist jetzt nach Ewigkeiten endlich mal richtig schön restauriert, erschienen. Ich konnte mir schon angucken mit einem geschicken Mediabook, Buttleck und alles dabei. Extra Material. Kann man machen. Hast du, kennst du den? Nein, aber ich kenne ja Vincent Kassel. Und ist der immer noch mit Monika Bellucci verheiratet? Nee, leider nicht. Oder doch, gut für uns. Aber der Film, der Film scheint ja älter zu sein. Der hat mir vorher tatsächlich gar nichts gesagt. Nee. Aber da werden die ja wahrscheinlich noch verheiratet gewesen sein. Nicht, dass das irgendeine Auswirkungen auf die Qualität des Films haben könnte, aber mit den beiden, da hab ich Bock drauf. Ja, also es ist halt lustig, ne? Also der ist halt schon wirklich typical 90s so, ne? Also der kam halt irgendwie als Folge des Tarantino-Booms und der verrückten Gangster-Geschichten, ne? Da gab's ja Killing Zoe, es gab Natural Born Killers, es gab True Romance und was weiß ich alles so und der schlägt da halt rein, aber gibt dem Ganzen schön, wie soll man sagen, einen galligen wie gallischen Anstrich, so, ne? So, und dann verlosen wir einen Film, ja, der hat mein Herz wirklich sehr, sehr stark erobert, ich liebe ihn, ich kann's nicht anders sagen, er ist von einem meiner Lieblingsregisseure und er kommt jetzt in einer wundervollen Limited Collectors Edition. Ah, ich ahne es. Es ist David Lynch's Mulholland Drive. Oh. Die sieht toll aus, Die Edition ist wirklich der absolute Knaller und ja, äh, wir verlosen zwei Stück, zwei Stück und jeder, der die kriegt, ich bin tierisch neidisch, ich hoffe, unter meinem Weihnachtsbaum wird das Ding liegen. Die nummeriert sogar? Ich glaub, die sind limitiert, ja. Und ja, klickt auf die Links, dann kriegt ihr mal Halland Drive, war ein Film, der sollte eigentlich mal eine Serie werden, ist dann halt doch leider ein Film geworden, aber ich find diesen Film so fantastisch, über zwei Frauen, die durch Zufall aneinander geraten und versuchen, ein Mysterium innerhalb der Hollywood, wie soll man sagen, Machenschaften und Szenerien irgendwie aufzulösen, die sowohl mit der eigenen Vergangenheit, aber auch mit so viel mehr zu tun haben und man sitzt da eine sehr lange Zeit und denkt sich, was zur Hölle guck ich mir jetzt hier an und irgendwann war ich in diesem Film, ich bin so reingefallen und am Ende sitzt du dann da und denkst dir, ach du Scheiße, ist das wieder geil. Ja, also Lynch hat mit diesem Film auf jeden Fall sehr viel bei mir erreicht. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's gleich mit den Kinostarts weiter. Es gibt diese Woche keinen Supercut, es tut mir leid. Es gibt zwei Filme an der Zahl, die wir im Kino empfehlen können. Das sind Annette und Spider-Man No Way Home. Denn Annette hab ich jetzt auch gesehen. Antje hatte letzte Woche schon drüber geredet, das ist ein Musical von Leos Carax mit Marion Cotillard als Opernsängerin und Adam Driver als, ach da hab ich ganz viel drüber gelesen. Als Stand-Up-Comedian, die beide ein Paar sind und die beide halt auch ein Kind kriegen. Und dieser Film schildert halt, wie es halt ist, wie die beiden halt so miteinander leben und wie das Leben halt wird, nachdem sie dieses Kind bekommen haben. Und das driftet dann sehr ins Surreale ab und diesen kleinen Spoiler muss ich machen, den werd ich auch machen, denn dieses Kind ist kein normales Kind, sondern es wird dargestellt durch eine Holzpuppe. Das hat aber eine Methode. Es soll aber im Film halt ein echtes Kind sein. Also die haben jetzt kein Holzkind bekommen. Die haben kein Holzkind bekommen. Also im Film geht jeder davon aus, dass das halt ein richtiges Kind ist, denn das Kind fängt auch irgendwann mal an zu singen und so weiter und das finden alle ziemlich toll. Aber es wird halt dargestellt durch eine Holzpuppe. Das hat eine Methode, aber ich kann verstehen, wenn Leute das extrem schräg finden. Ich muss aber extrem schrägerweise dazu sagen, diese Puppe, also die hat wirklich Emotionen bei mir ausgelöst. Die ist wirklich gut gemacht. Also das, wie die Puppenspiele, und da sind Puppenspiele am Werk gewesen, wie sie dieses Kind zum Leben erwecken und dem Kind Leben einhauchen, auch durch die Augen, fand ich echt beeindruckend. Und durch kleinste Bewegungen einfach, wenn man irgendwie das, wenn die Mutter das, ich erinnere mich an diese Tanzszene, zwischen Marion Cotillard und dem Kind, wo sie das Kind irgendwie gefühlt fünf Minuten lang einfach nur umherwirbelt und wie sich das Kind dann vom Gesicht her einfach teilweise so in ganz schnellen Bewegungen von der Mutter wegbewegt, wie das, da verschmilzt dieses Holzkind mit der realen Umwelt so sehr, dass man es irgendwann vergisst. Ja. Das ist kein echtes Kind. Es gibt eine Szene, da liegt es im Bett und Adam Driver guckt es an und es dreht sich dann so weg und schmeißt so eine Nachttischlampe, die bei ihm auf dem Tisch steht, also so eine Drehlampe, die halt so Bilder an die Wand wirft, schmeißt sie so runter. Da ist mir fast Herz gebrochen. So, weil im Kontext natürlich des Films oder der Geschichte, aber halt, weil diese Puppe halt auch einfach wirklich zu gut aussah in dem Moment. Ich versuch's dann immer in so einer Sekunde mir den Pitch vorzustellen. Ja, ich glaub, bei Leos Carax brauchst du so einen Pitch nicht. Der kommt an und sagt, pass auf, ich will eine essentielle Geschichte erzählen über Menschen, die auseinander... Aber ihr fandet ihn gut. Ja. Ja, er ist schwierig, aber er ist gut. Und die Sparks Brothers steuern den Soundtrack bei. Der ist dann halt mal rockig und manchmal ist er auch wirklich dicke, breite Oper. Und genau dann wird's auch surreal. Aber es gibt dazwischen auch immer wieder so ganz skurrile Momente, zum Beispiel eben genau hier diese Geburt. Da stehen dann die Krankenschwester drumherum und was singen sie? Breathe in, breathe out, breathe in. Ach, ich hab ein Interview hier, da nehm ich gelesen, hier von den Sparks und Carax. Da gibt's ein Interview, ich weiß nicht, der Tuttle Film oder in der Empire oder sowas, wo die drüber sprechen, warum die... Der ist dann long time in the making gewesen, ne? Ja, ja. Also den haben sie schon... Und ich mein, die singen halt auch nicht alle irgendwie wie die begnadetsten Sänger, aber das fand ich jetzt auch nicht schlimm so. Also selbst das Lachen des Publikums, wenn Adam Driver sein Stand-up-Programm vollzieht, selbst das wird zu einer Musical-Nummer, in dem dann halt der Refrain einfach aus dem Lachen besteht. Also es ist wirklich... Das ist das Erstaunliche an dem Film fast. Es gibt kaum richtige Dialoge und selbst wenn jemand was sagt, geht er halt irgendwann selbst in seinem Monolog geht er in den Gesang über. Und es wird alles, alles was passiert in diesem Film wird eigentlich fast gesungen. Selbst wenn es die Darsteller, also die Hauptdarsteller selbst nicht singen, gibt es irgendwo an der Seite Leute, die halt gerade singen, was man entweder fühlen soll oder was alle anderen gerade fühlen oder was gerade passiert und so weiter. Also in diesem Film wird wirklich alles gesungen. Aber ich finde Adam Driver beeindruckend. Ich meine, dass die Mario und Kurt die ja das kann, war mir klar, aber ich finde Adam Driver, der macht ja... Der hatte echt ein geiles Jahr mit The Last Jewel, mit dem, mit House of Gucci. Ja. Also hat er da bestimmt noch zwei, drei Sachen gehabt. Gute Bandbreite gehabt auf jeden Fall. Aber da habe ich Bock drauf. Ich kann verstehen, Sabine, unsere Kollegin Sabine fand den ja auch echt anstrengend. Und ich kann auch verstehen, warum man den anstrengend findet. Aber ich finde, da sind schon ein paar coole Songs dabei. Allein der erste, der einfach Let's Start heißt. Ja, genau. Now We Start. Now We Start, genau. Und auch ein guter Song. Wirklich, da gehen die halt aus dem Studio raus, auf die Straße und so. Das richtig schöne Plansequenz, alles am Start. Wirklich, das sind auch inszenatorisch. Sind da echt ein paar schöne Ideen dabei. Aber ich kann halt verstehen, dass das schon an die Substanz geht, weil das ist, mal verweilt es halt auch sehr lang auf irgendwelchen Standpunkten, wo man sich halt fragt, warum? Oder halt, wo man sich halt dann irgendwie entnervt, abwendet, weil halt ständig irgendwie ein Wort wiederholt wird, das typische Musical-Problem. Und so weiter und so fort. Und der geht auch noch eine ganze Ecke. Ja, der geht zwei Stunden 20, also ist auch nicht ohne. Und er ist deprimierend. Und er ist deprimierend, ja, er ist wirklich hat ein deprimierendes Ende. Und Musicals, ne? Also Musicals dieses Jahr sind wirklich vom Ende her echt alle gnadenlos. Alle gnadenlos. Ob's jetzt Tick, Tick, Boom ist, ob's jetzt West Side Story ist, ob's jetzt der ist, so. Also Musicals ziehen's durch einfach. Und ich muss, glaube ich, meine Ansicht über Musicals so langsam ein bisschen revidieren, weil ich hab jetzt drei Musicals gesehen. Oder dann guckt doch Cats nochmal. Naja, stimmt. Ja, aber ey, ich wette, irgendwann kommt wieder irgendwie so ein typisches Ding daher. Und dann sag ich, hier, da habt ihr alle meine Vorurteile bestätigt in einem Film. In Leo Carax, Annette, muss ich sagen, werden meine Vorurteile gebrochen. Super. Aber das ist ja, das muss ein Film erstmal schaffen. Das auch, ja. Gut. Vorurteile. Hatten wir welche zu Spider-Man Far From Home? Ich nicht, weil ich mir keinen Trailer angeguckt hab. Gar keinen? Nee, gar keinen. Ui. Okay. Ja, ich hatte doch schon ... Der vollstreiteste Trailer der Welt. Und Antje hat es geschafft, ihm aus dem Weg zu gehen. Das ist auch erstmal eine Leistung. Ja. Nicht so leicht. Ja, und ich hab auch, wobei, da hatte ich natürlich Glück, dass ich eine, wir waren ja welche der Ersten, die den Film einfach sehen konnten wegen dem Pressescreening. Ich bin sämtlichen Spoilern aus dem Weg gegangen. Also, ich konnte wirklich ausnahmsweise mal komplett blank in einen Film gehen, was auch mal wieder ganz schön war, ehrlich gesagt. Ja, und Freunde, uns ist natürlich bewusst, zu diesem Film kann man sehr viel falsch sagen und es gibt sehr viele, es gibt wirklich sehr viele Sachen, die man nicht verraten kann. Und es ist erstaunlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die den Film jetzt hier gesehen haben schon, es ist wirklich für mich sehr überraschend und erstaunlich gewesen, was sie alles geheim halten konnten. Ja, also, dass da doch wirklich ... Na klar ... Das ist schon eine Überraschung. Ja, ja, da sind schon echte Überraschungen dabei und da sind halt auch wirklich ... Natürlich kann man am Trailer immer ein bisschen was ablesen und es gab ja auch Leute, die haben den Trailer irgendwie auseinanderklabüstert und haben gesagt, ey, guck mal, der kann doch jetzt gar nicht da irgendwie ihn meinen, wenn er ihn irgendwie anspringt oder sonst irgendwas und dann hat man sich auch schon Gedanken darüber gemacht, ob das da rausretuschiert worden ist und so weiter. Und ich muss sagen, erstaunlich, was sie alles geheim halten konnten. Ja. Zur Geschichte an sich ... Ich würde da widersprechen, ehrlich gesagt, aber das müssen wir im Spoiler-Part machen. Du, Marco ... Ich glaub, selten so viele ... Also, die haben auch durch diesen erfolgreichen Trailer so viel Angriffsfläche gegeben, dass so viele Theorien, ich sag jetzt bewusst nur Theorien, im Raum waren, dass man alles schon mal gehört hat. Ja, okay. Und deswegen fand ich das ... Und vieles war ja wirklich ... Also, na, egal. Es waren ja Sachen schon geleakt, bevor sie zu sehen waren im ersten Trailer, sagen wir's so. Okay. Aber wenn man sich dafür nicht so wirklich interessiert und wenn man nicht so wirklich akribisch auf der Suche nach dem Ganzen ist, dann find ich, selbst als Filmbegeisterter beziehungsweise irgendwie Involvierter, gab's da Sachen drin, die wusste ich nicht, die fand ich überraschend. Ich hab mehrfach im Kino gesessen und hab gedacht, ha! Oder ah! Oder keine Ahnung, wirklich so richtig aufgeschreckt so. Weißt du, so von wegen, ach, guck mal. Ja? Und das musst du halt in heutigen Blockbuster-Zeiten schon schaffen. Ja, das schon. Und ich mein, du musst dich schon in meiner Bubble bewegen, damit dich nichts überrascht. Aber ich saß trotzdem im Kino und hab so, ha! Cool! Und hab Szenenapplaus gegeben, ne? Und das in der Presseverführung, die ja normalerweise relativ müde ist. Also egal, was ihr wisst oder was ihr glaubt zu wissen oder was ihr noch nie davon gehört habt, ihr werdet trotzdem eure Überraschungs-, eure schönen Überraschungsmomente haben. Selbst wenn ihr im Hinterkopf hattet, das könnte doch passieren. Genau. Scheiß drauf. Aber du hast ja gesagt, dein Daumen ist so schräg, Marco hat gesagt, hoch, aber Antje ist ja... Begeistert. Jein, also ich finde schon, dass er so ein, zwei Schwächen hat, weil man ihn natürlich, gerade was das Drehbuch angeht, in der Anfangsphase, da konstruiert sich da einiges so hin, dass er aber eben die Emotionen und das finde ich halt letzten Endes immer noch das Wichtigste bei einem Film, dass er die genauso aufs Tableau bringt, wie es sein muss. Dass es teilweise Szenen gibt, die dauern zehn Sekunden. Wenn man blinzelt, fällt einem das nicht auf. Die so einen atmosphärischen, emotionalen Input haben, dass man da sitzt und wirklich den Tränen nahe ist. Und generell... Also ich auch. Und da kann man dem dann noch so oft vorwerfen, ja, aber das macht doch vielleicht da keinen Sinn. Und vielleicht ist da... Vieles in dem Film macht keinen Sinn. Nee, das ist es ja eben. Aber das ist so ein bisschen die Antithese zu West Side Story, den wir in der letzten Sendung besprochen haben. Ja. Wo wir sagten, ja, irgendwie da fehlt der... Oder ich hab's gesagt, ich glaub, bei dir war's ein bisschen anders. Da fehlt der emotionale Input, obwohl der Film handwerklich wirklich ein Meisterwerk ist. Hier ist es eigentlich echt umgekehrt. Und hier ist es genau umgekehrt. Und das, find ich, ist wirklich eine schöne Beschreibung. Weil, wie gesagt, ich finde auch, er hat zwischendurch den einen oder anderen Hänger. Das ist so ein bisschen aber auch vorauseilende Unzufriedenheit gewesen, nenn ich's mal. Weil ich ja nicht wusste, wo der Film hinläuft. Und er hat in der Mitte, ohne jetzt inhaltlich anzugehen, zwischen dem und dem Ereignis, da hat er einen Hänger, weil ich mir vorgestellt hab, wo es drauf hinausläuft. Und ich war schon im Vorfeld genervt. Ah, das läuft darauf hinaus. Das werd ich doof finden. Hat sich aber gar nicht bewahrheitet. Ach so, okay. Also, er hat nicht deine Erwartungen ... Genau. Die ich in dem Moment aufgebaut hab, die hat er dann nicht erfüllt. Und das ist fast so ein bisschen wie bei Kingsman. Ich glaub, auch der Film wird beim zweiten Mal, wenn ich weiß, diese negative Erwartungshaltung, die ich jetzt grade aufbaue, die wird er nicht erfüllen, dann werde ich über diesen vermeintlichen Hänger, der rückwirkend, glaub ich, auch nur zehn Minuten gehen. Er kam mir im Kino wie eine halbe Stunde vor. Da werd ich da noch mal anders drauf stehen. Ich bin gespannt, ey. Aber der Film hat das geschafft, was weder Black Widow noch den wirklich ... Ich mochte Shang-Chi, aber trotzdem, auch der hat's nicht geschaffen. Eternals auch nicht so richtig. Der hat's geschafft, mich wieder ins MCU zu katapultieren, auf gefühlige Weise. Ich muss auch sagen, er ist so vom Gefühl her das, was ich am ehesten mit dem MCU verbinde. Da ist mal irgendwie Humor drin, da ist vor allem eine ganze Menge Nostalgie drin. Und da sind aber auch an den entscheidenden Momenten doch mal ein paar gewachsene Emotionalitäten, sag ich mal, oder gewachsene Gefühle. Weil im ersten Avengers-Film, da wär ich noch nicht so weit gewesen zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, Captain America, oh mein Gott, Iron Man und sonst irgendwas. Am Ende von Endgame, da war ich so weit drin. Da war ich in dieser Emotionalität, in dieser Welt so drin, da konnt ich mich dann auch wieder zurückbewegen und konnte dann sagen, okay, ich lass jetzt diese Gefühle an mich ran. Und ja, Black Widow kam zu spät. Für eine Figur, die schon längst erzählt war. Shang-Chi hat mich vollkommen kalt gelassen. Finde ich bisher den schlechtesten Film, den Marvel seitdem rausgelassen hat. Eternals ist halt etwas, was versucht hat, anders zu sein, aber hat mich emotional auch nicht so wirklich abgeholt. Und ja, der Film, Spider-Man Far From Home, ist der Film, der sich so ein bisschen wieder wie zu Hause anfühlt. Aber das find ich schön, dass ihr das sagt, weil ich hatte, das hatten wir, glaub ich, alle, als wir den ersten Trailer, haben wir, glaub ich, auch hier mal besprochen, den wir gesehen haben, dass wir gesagt haben, oh Gott, hoffentlich ist es jetzt nicht so dieses so, jetzt kommt der dritte Teil raus, wir müssen jetzt alles reinballern, was geht. Was die ja anscheinend trotzdem tun, aber wenn er Antje emotional und Marco hat dich das Gefühl und dich ja anspricht und dir sagt, das ist eigentlich die Stärke des Films, dann ist es ja super. Ja, wobei man mal was da wirklich sagen muss. Also die Story ist halt bekloppt. Ich saß irgendwann in diesem Film da und hab mir gedacht, okay, ich guck mir jetzt einfach vier oder fünf Samstags-Morgens-Cartoons an von Spider-Man, so, ja, weil es halt auch immer, weißt du, jede Folge ist ein neuer Bösewicht oder jede Folge irgendwie dreht sich um ein anderes Thema und so fühlt sich dieser Film auch an. Der Film beginnt mit einer fast schon Spielberg-esken Plansequenz, in der es darum geht, zu verhandeln, dass Peter zum einen keine Hose anhat, Tante May und Happy irgendwie ihre Beziehung auf einen neuen Prüfstand bringen und draußen vorm Haus die ganze Welt weiß, Peter Parker ist Spider-Man. Und trotzdem wird nichts davon fehlplatziert in dieser einen Szene. Nee, nee, das find ich gut. Die Szene find ich gut. Aber danach hat der Film plötzlich einen inszenatorisch ganz anderen Ton. Und dann kommen sie zu Doctor Strange, was man schon aus dem Trailer her kennt. Also nur so viel dazu. Die Story an sich ist eigentlich, Peter kriegt richtig viele Probleme dadurch, dass die Welt weiß, dass er Spider-Man ist. Und er geht zu Doctor Strange hin und sagt halt, ey, lass die Welt vergessen, dass ich Spider-Man bin. Aber Strange sagt halt, okay, wenn das so ist oder wenn ich das mache, dann vergessen alle, dass du Spider-Man bist. Auch die, die dich lieben. Oder die, die du liebst. Die du liebst. Und dadurch wird die ganze Scheiße erst ausgelöst. Weil er eigentlich für seine Freunde möchte, dass sie weiterhin ein normales Leben führen können. Und ja, an die Uni gehen können. Was ihnen halt dadurch verwehrt wird, weil eben die Welt weiß, sie sind die Freunde von Spider-Man. Und daraufhin entwickelt sich ja diese ganze Geschichte. Und wenn man sich das durchdenkt, an wie vielen Stellen man eigentlich sagen könnte, ey, mach doch das. Thema erledigt. Oder rede doch einfach mal. Thema erledigt. Oder hol doch lieber nur eine Figur anstatt fünf Figuren in deine Wohnung. Thema erledigt. Also der Film bietet Angriffsfläche auf der plausiblen wie logischen Ebene noch und nöcher. Und wenn man sich daran stört, dann ist das nichts für einen. Ja, dann muss man das irgendwie, dann muss man das abstrahieren können. Also sonst geht's nicht. Ja, also der hat da schon wirklich, das ist teilweise bekloppt. Ja, also ich glaube, der Film ist am wenigsten was für die Marvel-Fans oder die Superhelden-Film-Fans, die eher so in Richtung Captain America. Winter Soldier? Ja, genau, Winter Soldier. Die so in die Richtung unterwegs sind. Also die eher die geerdetere, ja realistischere Marvel-Ebene mögen. Ich glaube, die werden mit Spider-Man ... Da muss man aber auch ehrlich sagen, die mochten wahrscheinlich die bisherigen Spider-Man-Filme ja auch nicht so, weil die ja auch eine ganz andere Ausrichtung haben. Aber ich glaube, die sollten dann eher dann doch einen Bogen drum machen. Aber das ist bei Marvel ja sowieso immer Quatsch, zu sagen, macht einen Bogen drum, wenn ihr die bisherigen Filme schon gesehen habt. Ich würde nur kurz noch einmal hinzufügen, er fühlt sich nicht unbedingt an wie die beiden bisherigen John-Watts-Filme. Also das ist schon sehr auffällig. Ja, das hat aber auch damit zu tun, wie dieser Film erzählt wird und was er alles erzählt so. Ja, es ist eine Charakterentwicklung, die hier beschrieben wird. Deswegen sollte man nicht auf eine Story hoffen, sondern es ist eine Charakterentwicklung, die hier vollzogen wird. Und für die hauen sie halt wirklich sehr viel rein. Ja. Und jetzt darf Marco gern noch was sagen. Ich bin ganz mal antier. Diese emotionale Ebene ist das Besondere. Also wenn dir eine Schwäche zum MCU einfällt, irgendeine, ich glaube, du findest sie in dem Film, ob's jetzt die Plot-Convenience ist, die Plot-Armor ist, ähm, ob's die Action ist, die deutlich von der Second Unit animiert worden ist und nicht mal richtig gedreht worden ist. So jede Schwäche, die dir einfallen könnte, findest du hier. Dieser Soap-Opera-Stil, äh, dieser Banter, der nicht immer perfekt ist, so wie beim alten Avengers von Joss Whedon noch oder so. Ähm, und das ist aber etwas, was vor allem die erste Hälfte betrifft. Und ab der zweiten Hälfte, äh, äh, auch das mit dem, was Daniel gesagt hat, dass der Plot nicht immer Sinn macht, hat ja immer damit zu tun, dass es nie echte Konsequenzen gibt im MCU oder zu selten echte Konsequenzen gibt. Leute, die sterben, kommen immer mal irgendwann wieder und so. Genau das ist ja schon die Prämisse des Films, dass Leute, die woanders mal gestorben sind, auf einmal wieder da sind und so. Das sind alles so diese Schwächen, die Marvel hat und die sind alle so super komprimiert in dieser ersten Hälfte des Films. Und dann hat der Film einen Break, in dem er emotionale Tiefe erreicht. Und in dem Moment erreicht er dich auch emotional. In dem Moment geht's nicht nur um das Dreiecks-Duo MJ, Ned und Peter Parker, die irgendwie diese Highschool-Mentalität noch in das Bekämpfen von viel größeren Superbösewichten, mit denen sie vorher nichts zu tun hatten, mit reinnehmen. Du hast aber mal eine zweite Hälfte, die sehr losgelöst davon ist und sich dem Charakter Spider-Man viel näher annähert als die anderen Homecoming-Filme. Weil jetzt auf einmal ist Peter Parker der Verlierer quasi, der nicht wie ein zweiter Tony Stark behandelt wird, sondern er ist das, was Spider-Man, Peter Parker ausmacht. Der Verlierer, der sich diese Maske anzieht und damit zu etwas Größerem wird. Und dieser Kern von Spider-Man, der wird in dieser zweiten Hälfte so gut getroffen, wie überhaupt nicht in den anderen Homecoming-Filmen und wie ich's halt seit Sam Raimys Film vielleicht sogar und auch in Teilen bei Amazing Spider-Man gesehen hab, dann uns da wieder abholt. Und ich hab mich dabei erwischt, dass ich bei dem Film heule. Ich hab geweint. Und zwar bei den traurigen Stellen und bei den Stellen, die mich glücklich machen. Die mich besonders glücklich machen. Weil ich das Gefühl habe, dass den Charakteren genau das passiert, was sie verdient haben. Und das hatte ich bei den vorigen Filmen nicht. Sie haben jetzt Sachen verdient. Sie haben sich's erarbeitet. Sie haben wirklich die Hölle durchgemacht. Und ich bin emotional so abgeholt von dem Film, dass mir die ganzen Schwächen dann scheißegal sind. Aber man muss halt leider auch noch mal hinzufügen, hier wird natürlich schon auch wieder einiges an Nostalgie abgezapft. Also der Film stützt sich sehr darauf. Und jetzt hier find ich's auch noch nicht so schlimm. Aber es wird, glaub ich, noch mal zu sehen sein, ob das nicht vielleicht, ja, verheerend ist für die Filmentwicklung weiterhin. Weil da geb ich auch unserem Kollegen David Hain recht. Wenn Filme nur noch nach dem Befriedigen von irgendwelchen Fanbedürfnissen irgendwie konzipiert werden, dann haben wir bald echt ein Problem. Weil dann haben wir so wenig Filme. Und halt vor allem können wir's auch nicht allen Fans recht machen. Also das ist so... Ja, da musst du so und so aufpassen. Ich glaub, du musst einen Plan haben. Ja, also das war's. Du musst einen Plan haben. Derjenige, der den Film dreht, schreibt und produziert, muss einen Plan haben. Und dann kannst du dir gerne links und rechts mal Tipps oder Wünsche abholen. Aber du musst trotzdem eine straighte Linie fahren. Das geht nicht. Ja, ich stimme dem völlig zu. Also Nostalgie kann wirklich so die Kirsche auf der Torte sein. Genau. Sollte aber nicht darauf basieren. Und deshalb ist ja zum Beispiel auch na, Ghostbusters Afterlife so gut gewesen. Also finde ich. Weil bei mir hat er ja überhaupt nicht über die Nostalgie-Schiene funktioniert, weil mich nichts mit Ghostbusters, mit den Originalen verbindet. Und trotzdem hab ich gemerkt, der ist nostalgisch für die Leute, die den so sehen. Aber für mich funktioniert er trotzdem. Und ich glaub, deshalb ist das ein ganz gutes Beispiel. Ja, also, aber auch da streiten sich schon diverse Leute. Aber ist er nicht tatsächlich ganz gut angekommen? Ja, er ist ganz gut angekommen für sein Budget und alles. Aber wie gesagt, trotzdem... Ja, aber du wirst dich nie allen recht machen. Nee, du wirst... Ja, aber das ist der Punkt, ne? Deswegen brauchst du immer eine eigene Idee und musst dann dir die Kirsche auf der Torte, the icing on the cake, zusätzlich holen, um das Ganze zu machen. Ja, freu ich mich. Wolltest du noch was hinzufügen, Marco, oder? Nee, wir haben das alles so schön gesagt. Ihr müsst halt für die Nostalgie natürlich empfänglich sein. Das ist gar keine Frage. Und zu viel Nostalgie ist auch eine Gefahr. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dieser Film geht ja mit der Message raus, dass es sich von dem Vielen, was die Nostalgie ausmacht, der endlich löst. Also gerade Homecoming und Far From Home. Spider-Man hat ja da immer das Problem, er ist im Schatten der Avengers, im Schatten des MCU, im Schatten von Tony Stark. Selbst im Far From Home, wo Tony Stark tot ist, ist alles noch im Schatten von Tony Stark. So, und davon kann sich dieser Film endlich lösen. Zwar ist er super nostalgisch auf der einen Seite und gleichzeitig geht er aber hin und emanzipiert Spider-Man. Und das macht er wieder so toll. Zumindest von dem bisherigen MCU. Ja. Ja. Gut. Auch von seinem eigenen Film sogar. Ja, stimmt. Und sogar von dem eigenen Film, ja. Das soll's jetzt erst mal an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch entweder neugierig machen oder halt eben ... Oder halt eben abschrecken. Eins von beiden. Aber das war's an dieser Stelle zu Spider-Man No Way Home. Wir beenden jetzt auch hier erst mal den offiziellen Teil der Sendung. Denn du musst gleich los. Wir wollen noch ein Teasme mit dir aufzeichnen. Deswegen machen wir an dieser Stelle erst mal Schluss. Aber bleibt dran, Freunde, es gibt einen Spoiler-Talk. Für diejenigen, die den Film schon gesehen haben, bitte gern dranbleiben. Alle anderen, die den Film noch nicht gesehen haben und nichts wissen wollen, schaltet jetzt ab. Ich sage, danke, Steven. Ich sage, wir sehen uns gleich. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Während bei ... Ja, nee, am Sonntag sehen wir uns wieder. Und am Donnerstag sehen wir uns wieder. Und dann haben wir noch ein Teasme zwischendurch. Und dann kommt zum Ende des Jahres die zweite Hälfte unseres Jahresrückblicks. Da ist Steven dann auch wieder mit dabei. Und ja, das soll's an dieser Stelle erst mal gewesen sein. Wir sehen uns gleich beim Spoiler-Talk. Spoiler! Das ist übrigens meine zauberhafte Stimme. Echt? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt hab, aber ich musste irgendwie so ein ganz kehliges Spoiler mal irgendwie rausgehauen. Es gibt Leute, da merkt man ein bisschen mehr, dass sie gewisse Bumper eingesprochen haben. Ja, aber das hat Alvin natürlich auch irgendwie entsprechend bearbeitet. Aber trotzdem, da ist mir dieses ... So ein Würgen, fast so ein Grudge-ähnliches Sound rausgekommen. So, und jetzt hab ich hier viel zu lang rumgelabert. Wir wollen über Spoiler in Spider-Man No Way Home reden. Denn dieser Film, es ist wirklich krass. Also, ich hab selten in diesem Jahr oder auch ... Ich kann mich an kaum einen Film erinnern, bei dem man echt so schnell so viel irgendwie verraten kann, was den Genuss erheblich beeinträchtigt. Weil ja viele Stärken einfach auch auf den Dingen basieren, die man nicht verraten darf. Das ist ja das große Problem. Wie macht man jemandem einen Film schmackhaft, indem man ihm nicht die Stärken verrät? Das ist ja das große Problem. Also, ich pass auf. Ich würd mal schnell raushauen, ja. Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Thesen in den Raum. Und ich glaub, an denen können wir uns abarbeiten. Ich muss sagen, es waren für mich zu viele Bösewichte. Ja, da hätte ich nicht. Da hätte man reduzieren können. Denn ich mag den Optimismus, den dieser Film ausstrahlt, der auch für mich durch die Figur, die Tom Holland bislang verkörpert hat, wirklich repräsentiert wird. Das heißt, ich möchte alles retten. Ich möchte alles fixen. Ich möchte das irgendwie hinkriegen. Und dann irgendwie zu überlegen, ey, das sind Bösewichte aus einer anderen Welt oder aus einem anderen Universum. Warum sollten die jetzt irgendwie hier zur Rechenschaft gezogen werden? Oder warum sollten die nicht auch irgendwie ein Recht haben, darauf ein glückliches Leben zu führen? Ich mag diesen Optimismus. Und ich mag auch dieses, ja, zum einen dieses Jekyll and Hyde-Thema, was so gut wie alle Bösewichte da irgendwie ausspielen oder beziehungsweise darstellen. Aber da kommt's dann halt schon, ne? Also ich sag mal so, wäre ein Bösewicht weniger in dem Film, hätt's auch nicht geschadet. Ob der Sandman noch drin ist, so meiner Ansicht nach brauchst du den nicht. Ja, weil die ja auch gar nicht so groß irgendwie noch was zu tun haben. Ich möchte da aber noch weitergehen. Ich finde, die große Stärke in dieser, wie ich finde, sehr charakterbasierten Entscheidung von dem Tom Holland-Spiderman, eben hier, ja, um, ja, eine, sie sagen ja, ein Curse, also eine Heilung zu finden, anstatt eine einfach nur Rache oder eine einfach nur Bekämpfung. Das hat auch so ein bisschen was von, von es besser machen wollen in der Zukunft, oder die neue Generation will etwas besser machen in der Zukunft, als es einfach so zu machen wie die vorherigen Generationen. Und das ist ja sowieso etwas, was sich so durch einige Filme in den letzten Monaten gezogen hat. Diese Generationenfrage, und wiefern muss man sich endlich dazu durchringen, wie gesagt, Dinge neu zu machen. Und das ist halt, finde ich, hier eben der spannende Punkt. Man hat bisher immer versucht, die Bösewichte einfach nur zu bekämpfen. Und Spider-Man, und wie gesagt, das ist sehr charakterbasiert, weil der Spider-Man von Tom Holland immer schon so angelegt war, der sagt halt, hey, wir brauchen einfach mal eine andere Lösung, um das Böse zu bekämpfen. Und das, finde ich, ist sehr, zum einen sehr, sehr zukunftsgewandt und sorgt eben auch für diesen Optimismus, dass es da noch jemanden gibt, der halt sagt, ich will eigentlich eine bessere Welt. Und in dieser besseren Welt müssen wir miteinander reden, müssen wir nach Ursprüngen für Böses suchen. Und deshalb finde ich auch, dass der Film irgendwie zu einer guten Zeit einfach erscheint. Ja, das Problem, was er halt im Nacken hat, ist halt wirklich dieses Ausschlachten der Nostalgie auf allen Ebenen. Und das ist halt die Frage, wenn jemand die beiden Garfield-Filme und auch die drei Raimi-Filme nicht gesehen hat, ob der wirklich genauso ergriffen wird wie wir? Ich glaub nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin ja so ergriffen, ich hab ja gesagt, vor Glück, weil übrigens für die, die die Spoiler-Teil gucken, ohne den Film gesehen zu haben, solche Leute gibt's ja auch. Ja, Andrew Garfield und Tobey Maguire kommen zurück, das haben wir ja alle vorhergesehen. Und ich war deswegen so glücklich, weil auf einer anderen Ebene, ihr dürft nie vergessen, so toll die Sam Raimi-Filme waren, vor allem die ersten zwei natürlich, so wegweisend die waren. Die haben ja quasi Marvel losgetreten. Kevin Feige, der Chef von den Marvel Studios, der hat mit Spider-Man 1 angefangen. Das war sein Karriere-Sprungbrett. Für ihn schließt sich dann damit so ein Kreis. Diese Filme, die sind nie beendet worden. Spider-Man 4 war in Produktion und dann hat sich Sam Raimi mit Sony verkracht und dann ist es halt gescheitert. Und damit Sony die Rechte nicht verliert in Spider-Man, mussten sie ein Reboot machen, sonst haben sie Pech und verlieren die Rechte wieder in Marvel. Das wollen sie natürlich nicht. Also haben sie The Amazing Spider-Man gemacht, was halt leider nur ein Reboot war, obwohl es noch so viele andere Spider-Man-Inkarnationen gab. Und die waren ja ganz nett, aber der zweite war halt ein Abfahrt. Obwohl er eine fantastische Todessequenz von Gwen Stacy hat. Die ist wirklich super. Sieht, er reicht mich wirklich, da möchte ich mithollen, wenn ich das sehe. Und diese zwei Spider-Mans haben niemals einen Abschied bekommen. Niemals im letzten Film, der eine Trilogie beendet oder irgendwas in der Richtung, nix. Es wurden lauter Fässer aufgemacht. Kennst du den Grund dafür? Weil der Grund super tragisch ist und der dem neuen Film jetzt noch eine ziemlich krasse Meta-Ebene gibt. Kennt ihr den Grund, weshalb es keinen dritten Spider-Man gibt? Also keinen dritten Amazing Spider-Man? Von Amazing Spider-Man? Der war nämlich ursprünglich ... Ich dachte, weil er nicht erfolgreich genug war. Nee, nee, der war nämlich ursprünglich auch geplant. Die haben schon Pläne gehabt für The Amazing Spider-Man 3. Ja, und Sinister Six, das Spin-Off. Genau, und dann sollte der dritte Teil angekündigt werden auf irgendeiner Messe oder Convention, irgendwie so was in der Art. Und dann hat Andrew Garfield seine Teilnahme an dieser Convention abgesagt. Und zwar, weil er sich aus Grund eines gebrochenen Herzens, der hat sich gerade von seiner Freundin getrennt. Von Emma Stone? Genau, und hat gesagt, ich pack das nicht, ich will heute nicht bei dieser Veranstaltung dabei sein. Und Sony wollte aber diesen Film ankündigen und hat sich kurzerhand dazu entschlossen, einen neuen Film, nämlich Spider-Man Homecoming, also quasi anzukündigen. Es wird einen neuen Spider-Man-Film geben, aber nicht aus dem The Amazing Spider-Man-Universum. Und jetzt könnt ihr ja mal eins und eins zusammenzählen, weshalb die Szene, in der der Andrew Garfield Spider-Man MJ rettet, weshalb die mit diesem Hintergrundwissen noch viel emotionaler ist als ... Ja, also die Szene muss ich auch sagen, da hab ich wirklich einen richtig schönen Kloß im Hals gehabt, den ich wirklich gerne angenommen hab, weil ich mir gedacht hab, das find ich nett, das find ich schön, dass John Watts sagt, okay, er gibt hier Andrew Garfield so eine Art Katharsis oder Wiedergutmachung oder sonst irgendwas. Das fand ich super, also guck, ich krieg Gänsehaut. Aber auch hier bei Tobey Maguire. Und auch bei Tobey Maguire, ja. Und ich muss aber sagen, mich haben so ein paar Nachlässigkeiten gestört, ja. Zum Beispiel Doctor Strange. Doctor Strange ist ... Ja, klar, machen wir, komm. Ich probier mal eben grad den Zauberspruch aus. Das ist nicht der Doctor Strange, den wir nach Endgame kennengelernt haben. Das ist der Doctor Strange, den wir nach Doctor Strange irgendwie kennengelernt haben. Das hab ich mir damit erklärt. Aber es kann auch sein, dass ich mir das da ehrlich gesagt so zurechtbiege, wie's mir passt. Ähm, ich hab's mir damit erklärt, dass Doctor Strange ja eigentlich schon alles weiß. Klar, man kann durch dieses Voraussehen in Infinity War oder Endgame, weiß ich grad nicht, wann es ist, kann man immer sagen, ja, der müsste doch eigentlich, in dem Moment, wo Thanos besiegt ist, müsste er doch eigentlich abgeschlossen haben mit in die Zukunft sehen und alle Universen und alle Lösungen durchzuscannen. Aber vielleicht hat er ja weitergeguckt. Vielleicht weiß er durch das, was er gesehen hat, auch was in der Zukunft noch passiert. Und vielleicht weiß Doctor Strange, was ihn so einer unfassbar wenig reizvollen Figur macht. Eben, das macht's halt echt dünn so, ja. Das geb ich zu. Und das ist halt der Mangel an Konsequenz, der dem Marvel-Film halt immer wieder abgesprochen wird. Und das find ich halt ein bisschen schade. Deswegen, ich war irritiert durch Doctor Strange, weil ich mir gedacht hab, warum verhält der sich so? Dann kommt das nächste Dumme mit dieser Kiste. Warum drückt keiner auf den Scheißknopf? So, warum nimmst du fünf Bösewichte mit zu Happys Wohnung anstatt nur einen, um den mal erst zu heilen und dann vielleicht mit seiner Hilfe irgendwie die anderen zu heilen? Also, da sind so viele Dämlichkeiten drin, wo ich mir gedacht hab, warum, ey? Warum achtet ihr nicht auf so was? Ich fand's aber nicht so schlimm, weil es kommt ja viel, es passiert ja viel in diesem Film und es passiert so viel, dass man eigentlich nicht so lange Zeit hat, sich mit all dem aufzuhalten. Aber was mich dann ernsthaft gestört hat, das war zum Beispiel Jamie Fox. Also zum einen, weil er sich so schon in den Vordergrund drängt irgendwie oder in den Vordergrund gedrängt wird, aber zum anderen, weil diese Figur, die wir jetzt hier sehen, nicht die Figur ist, die wir in Amazing Spider-Man 2 hatten. Und ich find das dumm. Und das kannst du mir auch nicht irgendwie mit so einem flapsigen Spruch, den die Echse dann irgendwie bringt oder der Lizard bringt, kannst du mir das schönreden so. Also ich muss jetzt nicht immer wieder auf Fehler hingewiesen werden durch den eigenen Film, weil das macht's nicht besser. Das hätte man einfach totschweigen sollen oder keine Ahnung was, aber so hat mich das halt ... Aber das stört mich eher aus Fansicht, weißt du? Also das stört mich einfach aus Fansicht und nicht aus Kritiker oder was weiß ich, filmbegeisterter Sicht so, ja? Und das fand ich ein bisschen komisch. Ich mein, ich find auch komisch ... Er hat sich selber gespielt, muss man dazu sagen. Er hat nicht die Figur gespielt aus Amazing Spider-Man 2, sondern es war einfach Jamie Foxx, so wie er ist. Ja. Das ist halt eine merkwürdige Entscheidung. Also der Film hat sehr viele Stellen, wo du merkst, dass du nur einen Film guckst. Weißt du, der Gag mit Amazing Spider-Man ist ja nett, aber in dem Moment, wo sie noch eine halbe Minute ausschlachten, ist klar, ja, ich weiß, es gab einen Amazing Spider-Man-Film, du erinnerst mich grade dran, ich vergesse grade, dass ich nicht in der Welt bin, sondern jetzt bin ich derjenige, der die Filme gesehen hat. Und das ist halt ein bisschen problematisch, dass viel zu viel Meta drin ist. Ja. Aber passt auch zu den Leuten, die es geschrieben haben, ne? Das sind ja zwei Community-Autoren. Ja. Das merkt man tatsächlich schon. Ist fein und gut, aber der Film, der hat halt wirklich, ne, du hast am Anfang dieses John-Watts-Gefühl eben durch diese Plansequenz in der Wohnung, dann kriegst du halt plötzlich dieses Samstag-Cartoon-Gefühl. Weil wenn Doctor Strange ... Ich mein, dass Doctor Strange ja noch seine Trademark-Szene mit irgendwelchen ineinanderfallenden Städten oder sonst irgendwas bekommt, brauchst du eigentlich auch nicht in diesem Film, ne? Ja, aber schon. Ja, es sieht gut aus. Das muss man schon sagen. Das ist, aber, ne, sagen wir mal so, es ist, es ist, es zerdehnt das schon irgendwo, ja? Und, und dann wird dieser Film halt diese reinste Nostalgie-Schelle, wenn plötzlich, ja, und das muss ich halt auch sagen, wäre nett. Ich find's ein bisschen schade, dass Ned und MJ so schon irgendwo an die Seite geschoben worden sind. Ja, weil eben halt so viel drin ist in diesem Film, ja? Und ich hätt gern zum Beispiel auch mehr von Molina und Willem Dafoe gesehen, weil ich find, die beiden haben's halt verstanden, dieses Cartoon-eske, das Sam Raimi-eske und eben halt auch das Tragische ihrer Figuren wirklich gut in diesen Film reinzuwerden. Das ist tatsächlich mein wohl größtes Problem mit dem Film, dass ich leider mit Willem Dafoe so nichts anfangen konnte, weil klar, er, ja, ich weiß, ich kann aber auch erklären, warum. Weil er ist ja in diesem Sam Raimi-Modus. Und er ist halt, und die wissen ganz genau, warum sie ihm mit die größte Aufmerksamkeit als Schurke geschenkt haben, weil er halt einfach wirklich absolut wahnwitzig spielt in seiner Rolle und das perfekt macht. Das will ich ihm überhaupt nicht abschreiten. Er hat das größte Charisma. Ja, auch das, aber es hat mich halt dann doch da noch am ehesten rausgerissen, was ihr gerade gesagt habt, aus diesem Filmerlebnis und mehr so dieses, die Rolle ist jetzt so und so angelegt, weil er kommt aus dem und dem Universum. Und da hat mich Willem Dafoe mit seiner Verkörperung am ehesten noch dran erinnert. Und zwar wesentlich weniger als halt gewisse Meta-Gags auf Sprachebene oder so. Aber das ist mein Problem. Das ist nicht das Problem des Films, sondern das ist mein Problem. Und eine Sache, die für mich leider auch nicht funktioniert hat, so sehr sich Tom Holland Mühe gibt. Tom Holland legt wirklich eine gute Leistung als Spider-Man hin. Auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass sie halt sehr oft einfach immer das Gesicht gezeigt haben. Also wie oft rennen da Leute im Spider-Man-Kostüm rum und du siehst den in deren Kopf. Das fand ich halt so ein bisschen kacke. Und auch die vielen Kostümwechsel, die hätte ich nicht gebraucht. Aber was für mich tatsächlich erschreckend wenig funktioniert hat, und da muss ich sagen, das sind leider die Fehler, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, war alles mit Tante May. Tante May wurde zu sehr zum Sexy Sidekick gemacht oder beziehungsweise zu sehr zu der Frau, die plötzlich unerwartet jung und gut aussieht und auf die dann erst Tony Stark und dann später Happy Hogan scharf ist und so. Und die Beziehung zwischen ihr und Peter, die wurde für mich nie so sehr vertieft, als dass ich jetzt an dieser entscheidenden Stelle für Peter wirklich da ergriffen werde und mitgehe. Tom Holland strengt sich echt an, aber sie hätten die Figur anders aufziehen müssen, meine Meinung nach. Das ging ja auch nicht. Also sie war ja fast im gesamten zweiten. Far from Home war sie ja fast gar nicht da. Eben. Und jetzt haben sie auch hier im dritten. Aber das muss ich dem Film immerhin zugutehalten, weil es gibt viele Filme dieser Art, wo irgendeine wichtige Nebenfigur irgendwann relativ früh stirbt, wo man durch die Vorarbeit genau weiß, ihr habt jetzt da noch den Dialog und ihr habt jetzt da noch mal da miteinander Zeit verbringen dürfen und habt da noch mal gemeinsam in Erinnerungen geschwälgt oder gebt irgendwas von euch, was auf die Zukunft von euch beiden hindeuten soll. Das hat der Film angenehmerweise nicht gemacht. Also mich hat der Tod zwar nicht so berührt, aber er hat mich doch wirklich überrascht. Ich fand ihn halt notwendig. Ja, er war notwendig. Das ist dramaturgisch, es ist so notwendig, damit Spider-Man zu Spider-Man wird. Und darum sind sie ja rumgetänzelt in Homecoming und Far from Home, indem sie Tony Stark zum Mentor gemacht haben, was eine interessante Idee ist. Aber das ist immer so eine Behauptung. Die zwei hatten ja gerade mal eine Handvoll Szenen zusammen. Das ist ganz wenig. Und klar, Infinity War und Endgame haben dem Ganzen noch ein bisschen mehr Fleisch gegeben. Aber selbst da ist ja, also Endgame, Spider-Man ist ja die ganze Zeit nicht da. Er kommt erst wieder zurück. Also für die eigentliche Charakterentwicklung von Spider-Man, dem musst du noch diesen Schubser geben, damit er lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat Tony Stark nicht gemacht. Er hat ihm keinen Schubser für Verantwortung gegeben. Er hat mir einfach nur das Kostüm wieder abgenommen im ersten Teil. Vielmehr ist eigentlich gar nicht passiert. Und auch das, er hat das Kostüm ja nicht selber gebaut. Also er kriegt so vieles wie einen goldenen Löffel in den Mund gelegt. Und das hat seiner Figur so geschadet. Und jetzt versuchen sie es im dritten wieder aufzuholen, in dem auf einmal Tante May größer und wichtiger ist. Und klar, es ist ein Notfallprogramm, aber es hilft Spider-Man insgesamt. Und deswegen war ich dann trotzdem traurig. Ja, aber es wirkt schon so ein bisschen, als hätten sie festgestellt, fuck, dem fehlt halt noch der Verlust, den alle anderen Spider-Mans irgendwie ausgezeichnet hat. Ja, endlich haben sie es festgestellt nach drei Filmen. Ja, und das ist so, das fühlt sich halt auch genauso an. Ich find's nicht schlimm, wirklich. Es macht den Film meiner Ansicht nach nicht kaputt. Aber ich sag nur so, sie haben sich selbst ihre Kräfte beraubt. Willem Dafoe bringt's meiner Ansicht nach auf den Punkt. Er sagt in dem Film zu Spider-Man, strong enough to have it all, but too weak to take it. Und das ist, glaub ich, das ist die Quintessenz aus diesen drei Filmen. Ja, also es war eigentlich alles da, aber sie haben's irgendwie nicht richtig in die richtigen Bahnen gelenkt, um auch wirklich alles richtig stark wirken zu lassen. Aber das macht nichts, weil ich muss sagen, die Szenen mit Maguire und Dings, Gott sei Dank gab's nur diesen einen Peter-Gag, wo sie alle drei aufblicken oder sich angesprochen fühlen. Aber diese Chemie, der Austausch zwischen den Erfahrungen und so weiter und auch das Dilemma, was es halt heißt, mit großer Kraft gesegnet zu sein und diese große Verantwortung übernehmen zu wollen, das fand ich, haben diese Szenen tatsächlich sehr schön auf den Punkt gebracht und sehr schön irgendwie emotional eingefangen. Also da war ich wirklich überrascht, wie sehr mich das irgendwie berührt hat, wie cool mir das ans Herz ging oder wie schön mir das ans Herz ging. Auch wenn ich halt in dem Moment schon gleichzeitig wusste, ja, aber eigentlich, ne, ihr beruht oder basiert jetzt auf dem Wissen, was ich durch die anderen Filme hatte. Ja, allein wie Tobey Maguire mit seiner Spider-Man-Performance hier umgeht. Also er erzählt ja im Grunde das nach, was ihm nach seiner Spider-Man-Rolle passiert ist. Nach den drei Filmen, ja. Genau. Ja, und, ähm, also wirklich deswegen. Und das macht halt echt ein sehr gutes Gefühl. Das lässt einfach ein sehr gutes Gefühl da und lässt halt auch sehr viele Schwachstellen meiner Ansicht nach verzeihen. Ja. Ja. Und du darfst nie vergessen, es ist nicht nur Nostalgie. Wir, diese Figuren haben verdient, dass sie zu Ende erzählt werden. Ja. Und das ist halt nie passiert. Aber das meine ich ... Und jetzt kriegen wir einen Abschluss. Also, guck mal, bei Ghostbusters Afterlife, da geht's darum, nur Nostalgie. Fanservice, sie sind da und vielleicht nehmen sie Abschied von der Figur, die eigentlich in Wirklichkeit schon längst gestorben ist. Und, 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 und es steuert nichts der Story insgesamt bei. Aber die kommen zurück und sie entwickeln zusammen Tom Holland mit. Sie kriegen ihren eigenen Abschluss und es ist nostalgischer Fanservice. Du hast aber drei Fliegen mit einer Klappe. Und deswegen ist es so toll. Das, das seh ich, das seh ich. Aber trotzdem ist es nicht ... Also, er bringt der Film nicht allein diese Leistung. Sondern er kann diese Leistung erbringen aufgrund der fünf Filme, die bisher existieren. Ja, das ist ja auch, finde ich, völlig fein. Aber wir haben sie ja auch alle gesehen. Ja. Wir. Haben sie ja alle gesehen. Wir. Wir. Ja. Aber der ist ja für uns. Und ich finde, das Drehbuch bringt es sogar fertig, dass es so aussieht, als wäre der erste Sam Raimi Spider-Man damals nur entwickelt worden, als hätte sich das danach alles nur so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, um auf diesen Spider-Man hinzuarbeiten. Was natürlich nicht stimmt, aber es lässt es so aussehen. Aber findet ihr nicht, dass der Film so einen zweigeteilten Eindruck hinterlässt? Er fühlt sich zum einen an wie ein Abschluss der Tom Holland Trilogie. Ja. 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 Und gleichzeitig, ja, weiß man nicht so ganz, ist das jetzt, für wen das jetzt ein Neubeginn ist. Weil wir sind jetzt wieder an dem Punkt, ja, für Sony, ne? Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem der Sony Spider-Man angefangen hat, so gesehen. Ja. Ja. Und was ist aber mit dem MCU? So, also, vor allem, wenn man sich dann die After-Credit-Scenes anguckt und, oder die eine After-Credit-Scene und nicht den Trailer, den sie dann noch ans Ende gepackt haben, so. Die Frage kann ich dir beantworten. Das hat nämlich der CEO von, äh, von Sony, äh, Pictures, ähm, Tim Rothman heißt er, glaube ich, schon gesagt, bei der Red-Carpet-Premiere. Sie sind sich mit Marvel schon einig, in welchem Film, ähm, ähm, Spidey wieder auftaucht, der Tom Holland. Was halt sehr danach klingt wie, der wird jetzt erst mal wieder zu Sony gehören, aber es gibt die Crossover, was jetzt darauf schließen lässt, dass es um Team-Ups geht und so was. Aber es wird wahrscheinlich kein Marvel-Studio-Spider-Man-Einzelfilm mehr geben. Die landen jetzt alle bei Sony und Spider-Man kommt zurück für Avengers End-Endgame. Aber siehst du, das meine ich. Das wissen wir, oder das leiten wir uns ab von den Informationen, die wir uns draufschaffen, wofür wir Interesse zeigen und so weiter, ne? Wenn du jetzt in dem Film sitzt und so, find ich, kannst du halt auch schon berechtigterweise denken, ja, okay, was ist das denn jetzt? Geht's jetzt mit dem MCU weiter? Kriegt der jetzt eine eigene Serie? Dann bist du aber schon wieder auf unserer Ebene. Also, der normale Kinogänger weiß gar nichts von Sony und Marvel. Für die ist Venom auch im MCU. Die haben das nicht kapiert bis zu dieser Post-Credit-Sequenz. Ja. Also, du denkst jetzt schon wieder zu weit. Diesen Zwischenschritt gibt's, glaub ich, gar nicht. Es gibt halt die Leute, die nur die Filme gucken. Und es gibt die Leute, die sich noch mehr mit den Hintergründen auseinandersetzen. Aber ich glaub, dazwischen gibt's gar nicht so viel. Also, mein Bruder wüsste jetzt nicht, was das MCU ist. Der guckt Marvel-Filme. Okay. Ja, sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt, was die Resonanz daraus mit sich bringt. So, ansonsten muss ich sagen, ich freu mich drauf, mal wieder eine andere Art der Inszenierung zu sehen, die die Fähigkeiten und Kräfte von Spider-Man in Szene setzt. Ich kann's, das, was jetzt hier gezeigt worden ist, ich kann's nicht mehr. Wirklich, es tut mir leid. Ich fand's ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ich kann diese Kamera, die über den Boden gleitet, durch Stahlträger hochwirbelt und dann wieder runterstürzt. Tut mir leid, ich find's nicht mal mehr irgendwie schwer zu verfolgen, sondern ich find's einfach nur noch irgendwie, ja, ausgelutscht, ausgeregert. Nicht zu 100 Prozent bei dir. Aber dann ist auch interessant, was die Endcredits-Szene war in der Presseverführung. Ich nehm an, das ist hier beim Film natürlich auch. Nämlich, du siehst das Allerletzte, das Logo von Sony und dann das von Columbia Pictures. Also nicht von Marvel, nicht von Disney. Du siehst Sony. Und dann Schnitt. Und du siehst einen Trailer für den Marvel-Studios-Film Doctor Strange 2. Und Doctor Strange 2 ist von Sam Raimi. Das fühlt sich auch so ein bisschen wie Closure an. Sony, Sam Raimi. Das fand ich ganz cool, das so hintereinander zu sehen, weil ich dachte, die sind die Spindefeind. Aber vielleicht finden sie ja dadurch einen Weg noch mal ... Also ja, sie werden mit dem Multiversum eh einen ganz guten Weg finden, glaub ich, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten. Ich hoffe nur, sie werden gefühlstechnisch zumindest das Level erreichen von Spider-Man No Way Home und nicht tiefer gehen wie jetzt zum Beispiel Eternals oder Shang-Chi oder Black Widow, der halt leider zur falschen Zeit kam. Gut, soviel zu unserem Spoiler-Talk. Ich danke dir, Marco. Ich danke dir, Antje. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ja, und wir gucken ja gleich noch ein paar Trailer. Und ansonsten vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Verständnis. Noch mal kurz der Appell, bitte bleibt freundlich in den Kommentaren. Versucht euch so vernünftig wie möglich sich trotz der schwierigen Situationen auszutauschen. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und vielleicht bis zu einem der nächsten Formate in den folgenden Tagen. Tschüss. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus.